Mann, lass mich doch! Ach komm, fäng dich doch! Scheiß, hau ab, du Pissgesicht, Alter. Okay, ich hör jetzt auf. Ich hab dich im Bock mal gesehen. Lies of P geht weiter. Ja, ja, genau, da freut ihr euch alle genauso drauf wie ich. Ich freu mich aber tatsächlich drauf. Ich tue das nicht einfach so. Ich hatte echt jetzt eine kleine Ruhepause und hab gestern Abend spontan Bock bekommen. Hab dann nochmal ein bisschen auf dem Sofa gezockt und bin jetzt mit euch mit einem Level mehr hier wieder im altbekannten Hub angekommen. Wir haben, wie ihr sicher merken, werdet nicht viel Neues gemacht, was die Kosmetik angeht. Warum sollte man auch never change a winning Esel? Never change a running horse. So, das ist wirklich toll, ne? Man will direkt so, look at my horse, my horse is amazing. So, ich will aber eigentlich kurz meine Werte zeigen. Einmal hier, ihr werdet sehen, ich hab ein Level mehr bekommen. Ich bin jetzt bei 73 und hab absolut gar nichts mehr an. Ergo, das ist natürlich traurig. Aber wir kommen drum rum. Stattdessen haben wir jetzt ein bisschen mehr Ausdauer, 138. Hat sich sonst mal irgendwas geändert? Ich, ja, vielleicht hier und da eine physische Geschichte. Ach ja, genau. Und ich hab eine Waffe einmal aufgewertet, nämlich den Blitzer. Der Blitzer. Ich frag mich gerade, ob ich vielleicht hier auch mal einen anderen Stock ausprobieren sollte. Aber ich hab mich jetzt erstmal komplett gegen Puppen organisiert, nämlich mit Full Minis und eben diesen Blitzer. Ich hab natürlich meine geliebte Säge als auch wieder dabei und damit säge ich an euren Nerven. Oh, das war fast zu melodisch. Ich hab übrigens gelernt. Ich hab geübt. Akkord. Akkord. Glaub ich. Akkord. Akkord. Vielleicht auch nicht, aber so ein bisschen. Es klingt auf jeden Fall besser. Simon hat gelernt Klavier. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Doch es ist so. Doch es ist so. Ich hör gleich auf. Ich hör gleich auf. Er hat gelernt. Mein Gott. Warum immer am Anfang? Ich muss mir angewöhnen, das einfach später zu machen, wenn die Leute einfach schon so eingeschlafen sind. Dann lohnt sich das zum Aufwecken. Das Simon-Klavierspiel drängt sich bis in jeden noch so guten Traum. Es gab ein Update. Jetzt kann man umskillen, sobald man den Goldbaum hat. Das ist doch mal wirklich sehr sinnvoll und hilfreich für mich. Und auch, wie ich meinte, sinnvoll von den Entwicklern. Eigentlich finde ich das nicht schlecht. Weil das umskillen, da kann man schon mal hier ein bisschen. Ich habe vielleicht mal hier und da ein bisschen zu viel in die eine Sache. Die würde ich mir gerne wieder zurücknehmen. Oder kann ich die Waffen umskillen? Beides wäre toll. Alles ist zu bevorzugen. Und jetzt sind wir wieder im Einkaufszentrum. Hier ist aber auch noch einiges für uns zu tun. Also hauen wir jetzt erstmal rum. Au. Läuft doch. Läuft doch direkt. Apropos laufen. Alter, der sieht aber auch wirklich aus. Das ist nicht dein üblicher, weiß nicht, Bibliothekaren-Bot oder so. Ja, und der, was, wofür ist der eigentlich? Das ist einfach eigentlich normalerweise eine Wache, ne? Oder hat der eher eine zeremonielle Aufgabe? Mann, ey, wenn man hier einer eine Knarre hätte, eine ordentliche, dann wäre das, würde schon alles ganz anders aussehen. Alter. Der hat vorne aber noch so geile kleine Spikes, ne? Dem kannst du nicht in die... Alter! Habe ich jetzt erst gecheckt, dass der ja die Kettensäge rausholt. Ah, äh, was ich mir übrigens für zukünftige Spiele der übernächsten, oder nee, der nächsten Generation wünsche, dass man alles zerstören kann. Das einfach, wenn er jetzt hier ballert, dass das einfach zerstört wird. Egal was. Warum denn nicht? Warum nicht Brocken aus dem, äh, Beton hier rausreißen, wenn er da sich reinbohrt? Warum nicht zusehen, wie er seine Bohrer da drin verharkt? Äh, irgendwie sowas, ne? Also man könnte so viel machen. Ah, ich glaub, das hier, da soll ich eigentlich hin, ne? Das machen wir aber gleich. Da hab ich nämlich den Shortcut freigeschaltet. Das machen wir aber gleich, wenn ich den gekillt hab. Ah, er hat eine kleine... No, er kommt doch durch. Hm? Das war, ne, genau das falsche Timing. Ich glaub, bei dem muss man eher so rollen. Ja. Ah, knapp. Knapp! Sehr knapp. Gar nichts gemacht eigentlich. So, Achtung! Special! Nein! Das war wieder so ein Dreck-Special, was, was dann oft... Erst was bringt, wenn du haust. Das vergisst man immer wieder, weil man ändert natürlich hier und da immer wieder auch bei seiner Schlagstöcke. Die haben dann auch andere Moves. Aber ich, das vergesse ich schon sehr lange, Alter. Ich finde den übrigens ganz cool. Ich spiele auch gerade gerne ein bisschen mit dem. Ich will den jetzt gar nicht so cheesen. Hey. Komm, komm, komm her. Guck mal, ein Deal. Ein Entertainment-Deal. Das ist voll cool, dass er zwei Seiten hat. Eigentlich müsste er auch noch eine Seite haben, wo er links und rechts quasi unterschiedliche Waffen hat, oder? Aber an sich finde ich das Design echt verlockend. Oh, oh. Ah. Wollte rollen. Oh, das sieht gut aus. So, jetzt machen wir Finisher. Komm her. Okay. Jetzt komm her. Jetzt ist das zu schnell, ne? Ich will das aber so machen jetzt. Oh, das war's wert, oder? Das war's wirklich wert, verdammt nochmal. Was war der ursprüngliche Zweck, diese Spots, ne? Genau. Wegweisung. Einfach so mit dem Bohrer am Auge vorbei. Und dann macht er mit dem anderen Arm irgendwie irgendwas anderes lebensgefährliches um dir, deine Tasche um den Arm. Deine Tasche rutscht beinahe runter und er hebt sie diese hoch mit seiner Kettensägenhand, ohne dich zu verletzen. So. So stelle ich mir das vor. Okay, weiter geht's. Vielleicht hat den auch einfach jemand falsch zusammengebaut. Vielleicht war das zum Beispiel einfach ein lustiger Hut. der eigentlich für so einen Begrüßer-Bot gedacht war. Und die Rohrdinger waren entweder drin als irgendwas anderes. Diese gehören zu einem Mixer für den Kuchen, den er dann jedem anbietet oder so. Und die Spikes waren Stuhl, wo man sitzt, während man von ihm getätschelt wird. Was weiß ich. Aber die haben den offensichtlich ohne Anleitung zusammengebaut. Der gibt doch, ich meine wirklich, der gibt mehr Sinn als das Ding, was wir da gerade bekämpft haben. Wie wenn man mir früher als Kind eine Box mit Legos hingestellt hat. Da war immer alles drin und es war nie das drin, was du suchtest. Und am Ende sah alles scheiße aus. Und Anleitung, Schmannleitung, die hat man gefälligst weggeworfen. Oder vergessen, verloren. Wo ist denn die? Keine Ahnung. Also Timing-Mäßig bin ich schon wahrscheinlich Top 1. Der Solo-Player hier in Berlin. Ikea, ne? Ja, genau. Auf der Gamescom wäre so ein Bot nützlich. Deswegen, das einzige Cosplay, was ich machen würde, ist Bioshock. Einer von diesen Dudes, wo du dann quasi in deinem Anzug auch so einen kleinen Kaffeeautomaten hast und einfach drinnen bist in deinem Habitat. Und du hast diesen Bohrer, um alle so zu pieksen. Der ist natürlich nicht echt. Aber wenn er aus, wenn er so, naja, ein bisschen ein hartes Material ist und ein bisschen sich dreht, dann reicht das schon. Und drinnen kannst du auch, hast du überall so Stromkabel, du hast ja voll den Platz, kannst du auch dann dein Handy immer laden und so und von Freunden irgendwie, weiß ich nicht, den Vape aufladen. Also du bist auf jeden Fall ein gern gesehener Gast auf jeder Party, aber du hast deine eigene Party und deinen eigenen Space. Personal Space. I'm very interested about my personal space. So. Und natürlich alles Noise-Cancelt. Das ist klar. Aber auch generell alles gecancelt. Auch so visuell. Also Leute werden einfach ausgeblendet, die ich nicht mag. Die sehe ich dann also nicht. Oh, wow, wow. Das war nicht gut. Das war keine schöne Idee. Au. Ja, ich wollte einmal zu viele, aber ich wollte die so ein bisschen austricksen. Das jetzt so schön aussieht, das gefällt mir. Also man muss sagen, die Dinge, wenn etwas explodiert und so, das ist natürlich viel spektakulärer, als man es jetzt in einem Souls-like eigentlich sieht. Oder? Oder bilde ich mir das ein? Hier, dadurch, dass alles so Maschinen sind, hat man natürlich irgendwie so auch realistische, sinnvolle, sag ich mal, in der Welt spektakuläre Explosionen, die ja in einem Bloodborne jetzt keinen Sinn ergeben würden, außer man bedient eine Kanone. Was ja auch in Dark Souls und so alles eher selten ist. Also ihr versteht, was ich meine. Man hat einfach durch das Setting eine andere Imposanz in der Bildgewalt. Mein Gott, ich sollte wirklich einfach irgendwelche Analysen schreiben. Ob die richtig sind, ist ja erstmal egal. Die müssen gut klingen. Okay, jetzt ist es mir aber auch zu blöd mit dir, weil du bist einfach gut gepanzert. Ich würde so gerne mal eine Liste sehen, was das bringt, wenn ich die aufpimpe, meine Prügel. Äh, äh, muss über die Brücke, Selbstmord, oh, oh, oh. Nee, ich dachte, er fällt da runter, ne? Kann ich ihn noch hauen? Nee, auch nicht. Hat was vom Ben da. Das war. Aus dem Hut schütteln die das, ne? Ja, könnt ihr euch nicht wenigstens zusammen irgendwie tun? Jetzt ergänzen die sich auch noch in den Gärten. Toll. Oh, das ist Moment. Ach, es ist ein Ergo-Fragment. Für einen Moment dachte ich, ich hätte eine neue, so einen Stecker bekommen hier für mich. Aber ich kann, es ist ein guter Moment, um mal zu gucken, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe, so, ähm, ach, hier genau. Was ist denn im Moment? Ich kämpfe gegen die, äh, Horschis hauptsächlich mit dem, äh, was ist das? Kein Degen, sondern Schwert, Säbel. Säbel. Säbel ist eher so Hieb und Schlag. Also bin ich hier schon mit der richtigen, äh, Fütterung unterwegs. Ich warte immer noch auf den Moment, wo ich das mal benutzen kann, äh, wegen der Säure. Aber bisher habe ich irgendwie, glaube ich, kaum Säureangriffe gehabt. Und da habe ich einen weiteren gehabt, den habe ich aber mittlerweile verkauft. Und irgendwie werde ich immer etwas schwer bleiben. So, wir machen mal was anderes, einfach zur Unterhaltung. Wir nehmen jetzt mal das Ding. Und danach nehmen wir auch nochmal die Sense. Die ist nämlich auch cool. Mir ist übrigens ein, hier ist es nicht, ein Bug ist mir aufgefallen, das letzte Mal, als ich gespielt habe, gestern. Da war es unter einer Brücke, hat es auch geregnet. Und dann dachte ich für einen Moment, fuck, ist das überall? Und bin so rumgelaufen und sobald ich aus der Brücke raus war, war es dann eben nicht mehr. War es so wie hier. Aber in dieser Brücke, dachte man, fuck, ist das quasi der dämlichste Fehler ever? Und die haben das überall gemacht? Aber nein. Das sah plötzlich, man hat sich instinktiv aufs Maul gegeben. Nee, man hat sich instinktiv gewundert. Oh, oh! Ja, genau. Und ich habe es gemerkt, das was faul ist, bevor ich es realisiert habe, was eigentlich faul ist. Das war so ganz uncanny. Okay, eine Technikkurbel, ja. Also wenn ich mal irgendwann umpole, habe ich auf jeden Fall einige Kurbeln mehr. Ich habe leider auch dummerweise ein paar schon verkauft. Jetzt, wo ich das natürlich weiß, ist das halt extra dumm. Aber vielleicht kann man ja irgendwann auch mal endlos Kurbeln kaufen oder so. Oder sich wenigstens erspielen. Gab es den Regenfehler nicht auch bei Skyrim? Das kann sicher sein, aber Skyrim ist natürlich nochmal eine andere Zeit und eine andere Engine. Und ich war einfach nur im ersten Moment schockiert, weil es einfach so ein krasser Fehler ist. Aber, naja, who cares eigentlich, ne? Er vielleicht. Im Regen ist es natürlich für ihn schlechter. Warum rosten die eigentlich nicht? Ups. Wenn die doch irgendwie so quasi alle so ein bisschen durchgedreht sind, dann werden die ja auch sicher nicht mehr geölt von den Leuten und so. Die müssten ja unterschiedliche Phasen der Verrottung haben, je nachdem, wie sehr sie den Elementen ausgesetzt sind. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Dreimal. Ich hau erst mal ab. Nein. Okay, ganz schön. Ich will erst mal gucken. Nein. Ah, super. Ich muss mich hier erst mal irgendwo speichern. Irgendwas finden erst mal, bevor ich da hochgehe. Da falle ich nur runter und sterbe. Ah, siehste, das war die richtige Entscheidung. Okay. Quatsch mal mal ein bisschen. Nicht, nicht mehr. Nicht, nicht mehr. Oh. Du bist nicht einer von ihnen. Du bist hier, um mich zu retten? Die großen Exhibitionen sind nicht zu verholt. Especially nachdem sie das Drogen genommen haben. Dann gibt es die biologische Experimenten. Oh, wie horrid. Ich kann nicht zeigen alles, aber es ist zu sagen, dass ich auf meine eigene kann, wenn du weg bist. Bitte, Wie immer klicken wir noch mal hinterher. Okay, Belle. Victor soll ich ausschalten. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur, dass sie mich nur zu ihrem Instrument macht und ich ihre willenlose Puppe werde. Aber, das wollte ich eh machen. Jedem aufs Maul geben, der mir irgendwie über den Weg läuft. Also treffen sich da doch zwei Pläne irgendwie zusammen. Kann ich hier unter Umständen speichern. Das will ich nämlich eigentlich. Ich gucke erstmal, bevor ich runtergehe. Das ist, ach, das ist wieder die Ecke, oder? Ist das der Anfang? Ah, und ich habe wahrscheinlich jetzt eine Leiter, die ich, aber, nee, genau, ich komme nicht weiter hoch. Ha, so sieht es aus. Nee, dann werde ich natürlich da jetzt nicht runterhüpfen. Da würde ich mich ganz schön ärgern jetzt. Okay, Vorsicht. Ich habe halt wirklich wenig Energie. Gut. Ich dachte, das wird, oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wird schwerer, aber da ist ja schon direkt so ein großer, ernsthaft? Oh Mann, das ist aber gemein jetzt. Ich habe halt gar nichts mehr. Und ich weiß nicht mal, ob das Feuer was hilft. Wahrscheinlich nicht. Das bringt doch nichts. Aber ich will jetzt nicht wieder runterhüpfen. Das ist ja eine knifflige Angelegenheit. Da unten ist das gute Speicher-Dingans. Der hat mich genervt, sagen Leute. Wenn Leute sowas sagen, ist das immer ein sehr schlechtes Zeichen. Und wenn ich da vor allen Dingen links, rechts schon wieder sehe. Ja, die werfen dann auch noch. Also ich kann nicht an ihm vorbei. Ich kann ihn aber hierher locken. Nehme ich an. Ja, Mann. Frage ist, wenn ich hier runtergehe, kommt der dann mit? Okay. Also ich sehe schon, er fällt auf jeden Fall nicht. Weder drauf rein, noch runter. Und jetzt? Hörst du auf? Und dann bist du wieder aggressiv? Ne, sehr gut. Nein, doch, er wird aggressiv. Okay. Weil die Frage ist natürlich, kann ich ihn so ein bisschen schießen, indem ich ihn einfach von hinten angreife? Okay, es geht nicht. Ne. Oh, oh. Okay, selbst gekillt. Wie dumm. Aber zum Glück überhaupt nicht schlimm. Runterfallen ist jetzt, wo ich weiß, wo ich bin. Kein Problem. Ja, oben einmal im Kreis. Das ist aber schwierig, wenn der Typ dir auf den Fersen ist und gleichzeitig, weil der fällt ja auch nicht runter, der läuft ja straight. Und gleichzeitig kommen diese Feuerverschieße zum Schießen, Werfen. Ne, die haben ja Elektro, ne. Kommen die die ganze Zeit auf dich zu. Da finde ich das hier schon irgendwie ein bisschen... Da oben will ich hin. Zu dem... Zu der Treppe. Moment. Jetzt muss ich gerade mal fragen, was geht denn hier ab? Ist es hier doch nicht die Ecke gewesen? Shit. Kann das sein, dass ich an der falschen Ecke abgesprungen bin und es gar nicht diese Ecke ist, von der ich dachte, dass sie sie ist? Oder muss ich einfach nochmal zu einem anderen Speicherpunkt? Ich probiere das gerade nochmal aus. Shit. Ah, ich laufe richtig. Okay, dann vertraue ich dir mal. Evil Farm. Ich hoffe, du erzählst keinen Quatsch. Aber wo bin ich denn gerade lang gelaufen? Ah, warte mal. Ne, da haben wir das Ding gesehen. Ne, aber das ist nicht die... Also, war das da oben, ne? Hier oben. Also, bin ich doch hier runtergefallen. Aber wo ist denn dann meine Seelen? Ja, oder die liegen oben. Aber dann würde ich sie doch auch sehen. Ich kann mich gerade nicht... Doch, da ist genau sogar... Hier ist die... Oh Mann. Hier ist doch sogar... Die Lücke. Aber scheinbar bin ich da nicht runtergefallen. Bin ich irgendwo anders runtergefallen? Ach, die sind oben. Na gut, okay. Dann laufe ich einmal durch, weil... Das ist der Grund, warum ich da so unsicher bin. Ich will mich nicht nochmal mit diesem... GPS-Bot anlegen. GPS steht in diesem Fall wahrscheinlich wirklich für... Gewalt. Penetration durch Bohrelemente. Und Schaden. Viel Schaden. Ah, nö. Na gut, immerhin. Ah, nö. Oh, nö. Okay, ich renne erst nochmal weg und starte neu. Das war... Obwohl, jetzt habe ich sie ja schon mal immerhin... Ne, die rennen mir ja hinterher. Gewalt, Penetration, Sägen. Das ist genau... Das ist der Shortcut. Also. 3-7-2-er sagt, die sind dort, wo du runtergefallen bist. Also oben. Ja, okay, das ist ärgerlich, weil das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Ich dachte, ah, da sind sie ja sogar. Alter, sogar eine Station weiter, ne. Da sehen wir sie über meiner Säge. Na gut, dann kämpfe ich jetzt einmal nochmal richtig, aber... Nur mit den kleineren. Nicht mit den großen. Weil ein bisschen muss man ja eh noch ernten auf dem Weg. Das reicht ja nicht, die 3.000. Da kann ja eine alte Frau sich nicht mal ein Mittagessen von kaufen. Das muss schon mehr sein. Da geht ihm das... Ah, genau, das wollte ich vermeiden. Und das erst recht, dass ich in der Sackgasse bin mit dem Vieh. Nein! Aber es war ein wichtiger Stein, den ich da gefunden habe. Der Stein muss sein, aber... Okay, weg. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Zum Einsammelohren. Nein! Mann, der hört aber auch auf keine Sprachkommandos. Lass mich raten, der geht bis ganz nach oben. Nein! Du sollst aufhören! Das ist so ärgerlich mit denen. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Oh, nee, doch nicht. Okay. Ähm, hier war ich schon. Stimmt. Okay, und dann bin ich hier... Nicht hochgegangen. Aber das werde ich jetzt machen, weil ich werde angegriffen von allen Seiten von dem Bot. Oh, da kommt viel wieder direkt der Nächste. Hier wollen sie alle immer ärger. Aber der Boar-Bot klettert keine Leitern. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich da runter muss, ey. Erstmal hier oben gucken. Ich habe es gewusst. Ich habe wirklich gewusst, dass es diesmal so ein schnellerer ist. Ah! Und ich kann hier nicht nicht schauen. Ich mache mal das andere nochmal. Ich könnte auch nochmal die Sense nachher ausprobieren. Da ist mein Zeug! Scheiße! Ich dachte wirklich, ich habe mehr Zeit für noch einen. Aber gut. Das sieht gut aus, soweit. Er hier ist ein Problem, natürlich. Hier unten ist immer noch der Dude, den brauchen wir nicht mehr. Oder die Lady. Ihn triggern und dann einmal rundherum. Das könnte man halt wirklich mal probieren, so. Ich würde ihn ja am liebsten gerne die Balance verlieren lassen oder so. Aber das scheint ja nicht zu gehen. Und den Rest hebe ich mir auf. Auf gar keinen Fall gebe ich meine teuren Töpfe für den auf. Und... Ah, er ist schon wieder... Okay. Vielleicht kann ich einmal Full Minutes machen bei der Gelegenheit. Oh ja. Aber, ihr seht, der... Aber solange er mich konkret einfach nur entlang der Linie stupst, ist es mir nicht so wichtig. Ne? Ach, scheiße. Das würde ich gerne manchmal noch zurückstecken, quasi. Oh, knapp, aber doch noch vorbei. Nein. Komm her. Ja, klar. Falscher Winkel. Und runtergesprungen. Fuck. Ich schaffe das aber. Ich will ihn jetzt auch killen. Aber ich will auch nicht meine Töpfe opfern. Meine Opfern. Hm. Jetzt kannst du doch außen rum. Ja, ja, aber ich will ihn töten. Ihr versteht es nicht. Er muss sterben, weil er da ist. Die haben mich dahingestellt, um mich zu prüfen. Und das kann ich ja wohl in dem Fall nicht auf mir sitzen lassen. Da muss ich lernen. Ich habe es gewusst. Man hat so richtig das Gefühl, drück und dann denkst du, nee, noch eine Millisekunde länger. Und dann, nee. Dann, das war schon richtig. Man muss ja auch nicht immer perfekt timen. Es geht ja wirklich eher darum, okay. Der hat mich nicht gesehen, ne? Der fährt halt wirklich genau zu mir jetzt. Ah, doch nicht. Nein, nein, nicht verfügbar. Okay. Nein, nein, komm. Einen noch. Nein. Nein. Aber der auch noch. Schnell weg mit dem Schock, Mann. Ach nee, ich muss da lang. Stimmt schon. Ja, eigentlich hätte ich den gerne noch gehauen jetzt. Okay, hier links geht es ja auch nochmal runter, ne? Soll ich denn hier auch mal gucken, wenn ich schon auf dem Weg bin, alles zu suchen? Ich verliere eh die ganze Zeit meine Seelen. Also ist auch egal. Man verliert ja, sobald man getroffen wird. Das so als kleine Info, warum ich mich... Warum mir das jetzt auch egal ist. Der, oh Mann, der sieht schon wieder so groß und böse aus. Da ist eine Kiste. Und er bewacht sie nicht. Ha! Der wird ihn sein Chef aber anmotzen. Was ist es? Was ist es? Quarz! Hihi, hi, hi, hi. Ha, 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 ha. Und? Oh, ist ja geil. Sogar noch so eine Shortcut-Geschichte, ne? Wenn ich die jetzt finde, muss ich wahrscheinlich dann nicht immer den Umweg laufen. Aber er darf mich auch nicht erwischen, weil sonst rennt er nämlich wirklich wie ein Wahnsinniger auf mich zu. Und ich kriege die Tür nicht auf. Okay. Ne. Hat er mich? Ernsthaft? Ich bin so weit weg. Da, da, muss noch ganz schnell an die Tür. Mit dem Zinnmann im Genick bist du ganz schnell gefickt. Der Mon, der spielt wie ein Vollidiot. Doch am Ende, äh, da wird alles gut. Ah, shit, schon wieder der nächste, ey. Ah, und Hunde auch noch. Ah, 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 ist das gemein. Seht ihr das? Habt ihr das alles gesehen, wie gemein das gerade? Jetzt muss ich den selben dummen Weg laufen. Ich glaub's ja nicht. Nur um die loszuwerden. Jetzt hab ich den Borbot auch gleich, jetzt hab ich sie gleich wirklich alle im Genick. Okay, die anderen haben zum Glück aufgegeben, aber der Boss ist immer noch am Rennen. Mann, hör jetzt auf. Ich geh da jetzt gleich hoch. Dann stehen wir beide dumm da. Ah! Ja. Nö? Ein Klettern? Hab ich nicht gelernt mit der Kletterschule? Haben die damals gesagt, brauchst du nicht in deiner Gegend, wo du eingesetzt bist, wird's gar keine Kletterschule geben. Ah, ich mein, da wird's gar keine Leiter geben. Also, haben die dann gesagt, dann brauchst du das nicht. Dann hab ich Doppelstunden gekriegt bei Laufen und Hauen. Und ich hab Trotten, hab ich gelernt. Aber was ich nicht gelernt hab, ist Klettern. Deswegen geh ich jetzt wieder zu meinem originalen Ort. Der einzige Ort, wo ich weiß, dass ich da hingehöre. Und außerdem ist es das, was ich gerade... Entschuldigung. Ei, ei, ei. Einmal kurz zum Hotel und den Goldbaum abernten. Ah ja, genau, abernten. Gutes überlegt, was wollte ich da? Das ist aber kein Mondspiel, oder? Natürlich, das ist ein absolutes Mondspiel. Also jetzt mal wirklich ernsthaft, meine Freunde, ihr kennt mich doch. Wir kennen uns, wie Merkel damals bin ich. Wir kennen uns, ihr wisst, was ihr bei mir kriegt. Zum Beispiel kriegt ihr bei mir immer die Aberntung des Goldmünzenbaums passend, wenn er voll ist. Weil ich kein Gold verschwende bei mir. Bei mir gibt es außerdem auch Ergo-Recovery, die ich nicht vergessen habe und gleich noch machen werde. Außerdem level ich immer schön hoch mit euch und mach ganz wenig Off-Air. Wie gesagt, gestern mal ein, zwei Stunden. Ich war überrascht, wie lang es gedauert hat, glaube ich. Ich bin noch ein bisschen rumgeeiert. Aber so, ich hab fast eine Stunde gebraucht für einen Level. Weil ich, man kennt's, man fängt an, dann spielst du nur aus Spaß. Dann denkst du, oh, jetzt könnte ich mal auf einen Level skillen. Und dann auf einen Skill quasi hochleveln. Und dann brauchst du doch mehr und mehr und mehr. Und irgendwann waren es irgendwie 11.800, die die wollten für ein Level. Und das war dann der eine, den ich geholt habe. So, zurück zur Galerie. Guckt Simon noch Anime? Ich hab grad vor, grad jetzt haben wir Monster angefangen. So ein Klassiker. Ich hab ihn, Spoiler bitte nicht. Ich hab da erst sieben Folgen gesehen. Ja, irgendwie so in dem Bereich. Also unter 10 noch. Und es sind 74. Monster, ne alte, ich glaub 2002. Also ich, auf jeden Fall, ich glaub sogar noch 4 zu 3. Auf jeden Fall kann ich das bisher sehr empfehlen. Hat ein bisschen was zu tun mit Gehirnchirurgie. Aber auch was mit bösen, schlimmen Morden. So. Jetzt weiß ich grad nicht. Ach ja, raus. Genau, raus durch die Haustür und rechts. Monster ist gut und schön deutsch. Ja, stimmt. Das muss man sagen. Das spielt nämlich, das ist echt schon lustig. Das spielt in Düsseldorf, glaub ich. Ja, wo ich ja auch lange gelebt hab. Viele Jahre. 5 Jahre oder so. Da geht's lang. Also der Musik, das ist jetzt nichts, was ich hören würde, wenn ich Sport mache oder so. Aber generell ist es schon so eine wahnsinnig motivierende Musik, wo man denkt, ja, das ist doch jetzt mal, was die da sagen. Das muss doch stimmen, die Musik bestätigt es. Also man ist gewillt, einfach alles, alles so abzusegnen, wenn diese Musik läuft dazu. Donny macht grad Top 25 Serien und es macht mich traurig. Wieso? Was ist denn daran traurig? Ach so, seine Auswahl oder was? Das ist doch egal. Das ist doch nicht, äh, ist doch. Andere, äh, Streamer haben auch schöne Serientipps. Aber letztendlich ist es doch wichtig, was einem selbst gefällt. Ich empfehle zum Beispiel immer allen John Wilson und, ähm, Nathan, äh, Fielder. Und die machen halt immer geilen Shit. Wirklich. Äh, aber die Leute, gerade in Deutschland so, das kommt nicht an. Das, wenn ich da was tweete oder so, das hat kaum Likes. Die Leute kennen das nicht, weil es halt nicht hohen und runter gebetet wird. Ist jetzt auch nicht schlimm, ist halt sehr Nische. Aber es ist so geiler Content, ähm, und ich kann damit leben, dass das kaum einer guckt oder so. Ich weiß ja, dass es geil ist, dass es mir gefällt. Und dass es international ja woanders funktioniert. Nur halt nicht hier oder wo auch immer, ne, gerade nicht. So, Alter, komm. Jetzt hab ich doch, jetzt bin ich den falschen Weg gegangen. Weil ich ja eigentlich nur den, wollte ich ja hoch, ne. Aber trotzdem irgendwie, als Bocker macht, jetzt von der Seite, er denkt ja, hä, was ist denn jetzt los? Kommt der von links oder von rechts? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Oh, zum Glück geht das, sonst hätte ich mit dem kämpfen müssen. Und ich kann doch nur nach rechts kämpfen. Was geht sonst bei euch? Aber damit wisst ihr jetzt immerhin, wenn ihr Bock habt auf Serien-Streams, dann schaut euch erstmal bei Donnie O vorbei. Ich nehm's euch nicht übel. Ich warte hier auf euch. Aber, auf YouTube könnt ihr den Kram ja auch nachgucken. Ah, diese Form, wie heißt das? Ist das wirklich Belle Epoque? Ich weiß es nicht. Diese ganz krassen spitzen Kuppeldächer und ganz viele Mini-Eiffeltürme. Und dieses, also heute sehen die Sachen ja so wieder aus wie damals, aber wegen den Tauben. Überall die Spitzen wegen den Tauben. Ey, ich hab letztens, es war sehr schön, ich war auf einer Ausstellung hier. Ich bin ja extremer, kunstorientierter Mensch, intellektueller. Ihr kennt ja nur den lustigen Comedy-Gamer Simon. Aber ich bin wahnsinnig intellektuell. Mein Weinglas und ich, wir sind in so eine Ausstellung gegangen. Und da waren auch viele Sachen, neue, moderne Kunst. Da waren coole Sachen auf jeden Fall. Ich fand aber eine Sache besonders cool. Und zwar war das so eine Parkbank, die da stand. Und die komplette Parkbank war bedeckt mit diesen kleinen, fiesen Nadeln. Also nicht die Nadeln, aber das sind ja auch keine spitzen Geschichten. Aber diese stumpfen Nadelbette, die auf zum Beispiel diesen großen Neon-Anzeigen oder so angebracht ist. Oder auf irgendwelchen bestimmten Dächern oder Orten, wo Tauben nicht hin sollen. Ihr wisst, weil ich meine, überall da, wo die Tauben sind ja überall. Und da, wo die nicht hin dürfen, sind da diese kleinen Spitzen, Metallspitzen. Und diese ganze Parkbank war so. Und das war irgendwie ein cooles, hat mir gefallen. Da hab ich mich, äh, hab ich mich gefühlt wie ein Künstler. Als wär's meine Idee, doch in Wirklichkeit bin ich nur dahin gegangen und hab gezahlt. Zehn Euro hat's gekostet, doch jetzt erzähl ich davon. Und deshalb hat es sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Okay, ich muss mal irgendwie, ich brauch mal so einen Zuschauer-Counter, der mir so, wie so ein Aktienkurs immer so. Mal gucken, wie tief wir's treiben können. Wann Spotify? Always. Ich hab doch, ich hab doch sogar, ich hab ja, ich bin ja sogar auf Spotify. Ihr könnt monnen, ihr könnt meinen Shit mal ein bisschen pushen. Mal ein bisschen den Stuhlzocken pushen. So, dann mach ich auch mal hier das Bild wieder weg vor den Items. Aber es ist doch egal, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele blaue Balken da sind. Ihr wisst das doch. So, ich bin jetzt übrigens wieder hier, weil ich dumm bin. Aber ich will ja eigentlich, nee, Moment, aber ich bin doch schon hochgelaufen. Ich dachte, da geht's noch weiter irgendwo, aber das kann's auch nicht sein. Da muss ich tatsächlich nochmal genauer gucken, wo's dann jetzt drinnen weitergeht. Oder vielleicht geht's hier unten weiter irgendwo. Kann ja auch gut sein. Das ist ja auf jeden Fall alles neu. Der Typ da, aber geht's hier unten? Ich glaub nicht. Da oben geht's schon weiter. Okay, danke für die Info. Was ist denn FL Studio, was ich da benutzen soll? Ich hatte schon überlegt, es gibt so mit heutigem AI-Shit, gibt's halt schon auf der Hardware-Seite, was ich interessant finde. Eben nicht software-seitig. Ähm, gibt's so, ja, so grunde Keyboards, wo man, und ich geh jetzt alleine nur von der Info, die ich von dem Werbespot auf Instagram habe. Also ich weiß nicht mal, wo du halt irgendwie in deinem Mikro einfach summen kannst und daraus werden dann Noten und die werden dann quasi digital abgebildet in Musikprogrammen und dadurch kannst du halt, da musst du dann vielleicht hier noch ein bisschen verfeinern so, aber du hast im Grunde Grundlagen, die du einsummst. Das fand ich mega gut. Äh, hab ich mir jetzt nicht gekauft, aber fand ich verlockend. So, übrigens, ich such halt weiter, ne? Ich lauf hier rum. Dann kill ich erstmal den Typen unten. Ne, er meintet ja, oben geht's weiter. Mann, aber wo ist denn, hier ist doch nix. Ich, ich, ich geh mal unten weiter. Ach, FL ist Fruit Loops. Ja, ich kenn Fruit Loops so, als, hab irgendwann mal Kopien, illegale, gecrackte Versionen gehabt, nie installiert. So, hier ist der Ausgang vielleicht hier runter. War hier vielleicht irgendwas neu? Nee. Man fragt sich, was ist hier verpackt? Ich seh die ganze Zeit Iced Tea. Ah, stimmt, der ist jetzt Water Tea. I care now. Ähm, ey, Leute, ist egal. Ich find den Kram nicht. Ich find den Weg nicht. Da oben geht's nicht weiter hier. Wir gehen auch unten lang. Erstmal töten. Das kann ich wenigstens. Ja, nicht zu verwechseln mit, äh, den Fruit Loops der Packung. Dumm. Au. Nein. Scheiße. Der ist gar nicht so, der ist gar nicht so ohne, ne. Den kann man eigentlich schon als soliden Gegner sehen. Nein, er macht doch immer zwei. Ich kenn ihn ja. Jetzt macht er sogar noch einen. Okay, ein Schwinger. Er hat einen neuen Move gelernt. Okay. Okay, vielleicht einfach mal tauchen. Tauch! Schlag! Tauch! Schlag! Nein! Schlag! Tauch! Schlag! Nein! Nein, ich hätte tauchen müssen. Tauch! Nein! Alter, der hat ja wirklich eine Tüte voll Moves. Eine Wundertüte ist er. Nein! Okay. Ich mach nur den jetzt. Aber ihr seht schon, wie viel Energie der eigentlich hier frisst. Also der ist jetzt wirklich nicht ohne. Aber ich werde ihn jetzt ein bisschen finishen. Weil der ist mir zu stark. Ich hab ein bisschen Angst vor dem. Aber vielleicht gibt der ja geiles Quarz. Ich hab ja schon einen. Und es regnet auch noch. Das muss doch helfen. Hilft das? Ne. Na, ein bisschen. Nein, ich wollte nur das. Genau. Das hab ich jetzt extra gemacht, dass dieser Heilungsprozess gestoppt wird für einen Moment. Ja, das war's. Das waren drei sehr gute Entscheidungen, die ich da gerade getroffen hab. Und die Belohnung ist jetzt. Stärke Amulett. Genau das, was ich erwartet hab. Dass ich irgendeine geile Belohnung auch kriege. Äh, Tönenverfahren in Ergo erwerb. Das find ich immer gut. Erhöht Widerstand. Habt ihr gesehen, ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich brauch eigentlich als nächstes einen dritten Amulettplatz. Das wird mit dem Quarz jetzt geholt. Machen wir das so? Ja, ja, das machen wir so, Simon. Ja, 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 okay. Ja gut, dann lass ich Bude entscheiden. Entschuldigung. Ja. So, äh, was? Ich lese Millionen. Was, wo, was? Gestreckter Content. Da kommen die ganzen YouTube-Millionen. Ob ihr jemals fertig mit dem Spiel werdet. Ja, da kommen die Millionen rein, natürlich. So sieht das nämlich aus. Ich muss sagen, dass ich aber jetzt mal ernsthaft positiv überrascht bin von der Menge an Leuten, die das hier gucken. Das ist ja auch immer ein Indikator, wie interessant so ein Spiel für die Zuschauer ist. Auch als Spiel, also nicht nur die Leute, die jetzt sehen wollen, wie ich verzweifle oder dies und das, sondern eben auch als Spielinformationen. Und man sieht daran ja immer so ein bisschen, wie die Leute reagieren, auch wie wichtig das Spiel für die Leute ist. Ich habe schon Spiele gesehen, die fand ich cool, hat keinen interessiert. Da habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich? Manche gehen halt unter und andere haben Glück und haben den Hype und nehmen den mit und sind auch gut. Und das ist auf jeden Fall einer der Titel, der es meiner Ansicht nach verdient hat, auch entsprechend geguckt und gekauft zu werden. Ich muss bald mal zu irgendeinem da, wahrscheinlich hier hin. Ja, genau jetzt. Und dann gehen wir wieder raus. Es ist ja auch nicht jedes Souls-like bei mir automatisch, dann kriegt die selben Klicks, sondern da sind schon Abstufungen, also so zwischen Steel Rising und jetzt diesem Spiel, was vielleicht ganz gut ist, weil die sind vergleichbar. Wobei, die haben auch Steel Rising, glaube ich, auch am Anfang ziemlich viele Klicks gekriegt. Ich glaube einfach, dieses Setting ist vielleicht noch unverbraucht. Oder, ja, die Leute wollen halt keine exakten Kopien, sondern Varianten in einem anderen Look. So, das würde noch erklären, warum das bei diesen beiden Spielen vielleicht anders läuft. Oder es gibt halt einfach Spiele, die haben einen gewissen Pre-Hype, wo Long zum Beispiel, wo die Entwickler auch schon mal was gerissen haben, wo man sagt, ja, das ist es. Okay, 6.000 immerhin. Am Ende, es soll es mir egal sein, solange ich Ergo kriege, bin ich zufrieden, um ehrlich zu sein. Also, ich muss sagen, diese Kettensägenhunde, die gefallen mir sehr gut, aber man will sie halt irgendwie streicheln oder so. Wenn da jetzt so zwei lustige Glubschaugen drauf wären, so Comic-Augen, dann würde ich sagen, vielleicht kann man das mal einer entwickeln. Ich meine es völlig ernst, dass da so lustige Glubschaugen auf den Hunden sind, so cartoonige. Dann findest du die nämlich plötzlich mega süß und willst die gar nicht mehr umhauen. Da bin ich mir sicher. Absolut. Weil die sind eigentlich cool, jeder mag Hunde, aber die haben halt nicht mal ein Gesicht. Und da, wo sie ein Gesicht haben, haben sie eine Kettensäge. Also, weil der Instinkt ist ja hinzugehen, aber du würdest in dem Fall alle Finger verlieren. Hier waren wir ja natürlich auch schon mehrfach. Aber jetzt können wir bei der Gelegenheit einmal kurz abräumen. Es geht dann oben weiter. Wir merken uns, dass es oben weiter geht. Okay? Heute mach ich ein Abo bei dem Mon-Official Twitch-Club. Da trete ich heute bei. Ich unterstütze diesen Stream. Denn ich lieb ihn mehr als meine Töchter. Ich... Keine Zeit. Moment. Geht gleich weiter. Mit der Propaganda. Die Propaganda geht gleich weiter. So. 3 Euro am Tag. Das ist so viel wie ein Kaffee. Kann ich ihn vielleicht sogar... Nee, es geht nicht. Ich höre auf. Oh, da kommen die Abos. Oh Gott, es tut mir ein bisschen leid. Ein bisschen schäme ich mich, aber ein bisschen auch nicht. Ich würde sagen, 80-20. Pneumatischer Aal. Ich würde sagen, 80-20 schäme ich mich. Und du hast mich zum Schämen gebracht. Du schamvoller... Du Schwank aus meinem Chat. Okay, aber ich würde am liebsten jetzt ein Vote starten aus Dankbarkeit. Soll ich den umhauen oder nicht? Aber ich weiß, dass ihr immer... Ja, ihr seid immer pro umhauen. Aber kann ich den von hinten löchern? Das ist die Frage, die mich plagt. Nein, er ist unlöcherbar. Ich habe ja gegen den schon mal gekämpft und damals, glaube ich, gegen den nicht gewonnen. Aber das heißt ja, hier hat er noch ein Item für mich. Andererseits bin ich nicht gerade so gut, finde ich, wie ich sein müsste. Komm, wir machen einfach mal nur Blocken. Also, au! Okay, das war schon mal Fail. Alter, wie er jedes Mal... Willst du noch mal ein bisschen mehr zucken? Okay, 2-2. Da war mir Hallen wichtiger. Vergesst nie, dass man ja auch ganz normal blocken kann. Und dann deutlich leichter es einem fällt und man seine Energie aber auch wieder kriegt, wenn man danach ein bisschen zuhaut. Also, was ich hier mache, ist immer auch so ein bisschen extra unnötig. Aber ich denke mir, naja, lieber blocke ich ein bisschen zu viel und habe dafür die Möglichkeit, die Energie dann wieder zu kriegen, als zu spät. Deswegen, ne, dann ist dann Tastas. Oh, das wird nichts. Lasse ich gleich ganz. Und jetzt ist halt die Ausdauer weg. Zum Glück übrigens habt ihr mich ja überredet, meine Ausdauer hochzupushen, was ja echt auch geholfen hat. Weil sonst würde ich diese Schläge so gar nicht aushalten. Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Erstmal heilen. Ey, heilen! Siehste? 7000 Seelen. Ärgerlich. Das tut mir jetzt schon ein bisschen weh. Aber ich kriege sie ja auch wieder. Aber es ist, der Weg dahin ist hart. Und bleibt mir vor allen Dingen nicht erspart. Ich muss also dasselbe nochmal machen. Das ist immer das, was mich so stört daran. Ich will selbst entscheiden, ob ich, wie weit ich gehe. Aber dann entscheiden die Seelen darüber. Okay, hier, ich muss dran vorbei rennen. Und dann links. Da war das, ja? Oder so. Irgendwie da. Dann mache ich das erstmal so jetzt. Au. Das ist jetzt der schnelle, andere Sensenmann. Ihr seht schon. Deutlich mehr... Geschwindigkeit. Aber dafür muss man auch häufiger. Wie wenn man älter wird. Das kennt man als alter Mann, wenn die Prostata immer wächst. Da muss man auch häufiger. Vertraut mir. Es passiert. Und dann denkt ihr euch, what? Der Mon hat recht. Verdammt. Mit was hat der noch recht? Soll ich die Paprika sein lassen? Oh oh. Ah. Nein. Das sind immer die Momente, wenn du von hinten dann überwältigt wirst in so einem Moment. Äh. Hast du nicht mit gerechnet. Außerdem. Ah. Wunderbar. Außerdem, ne? Du hast... Deine Seelen sind weg und so. Und du willst wirklich auf gar keinen Fall jetzt verlieren. Und dann wirst du hektisch. Und dann machst du erst recht Fehler. Dann kriegst du erst recht nämlich noch eine rein. Und so bist du dann schnell in diesem Kreislauf. Das geht so schnell. Deswegen muss man sich verzeihen, wenn man Fehler macht. Es bringt ja nichts, sauer zu sein. Dann denkt man sich, na gut, das waren jetzt wie viele? Ich will gar nicht gucken. So und so viele tausend Seelen. Man ist ja so reich an Erfahrung geworden. Das ist so wie wenn du eine Firma hast. Fängst an mit zwei Leuten und dann bist du irgendwann bei 130. Und dann ist die Weltwirtschaftslage und dann bist du bei 130 Leuten. Und dann musst du Kurzarbeit machen. Dann musst du dir auch sagen, als Filmkonzern-Dude. Ja, komm, lass mal stecken. Ist nicht nur deine Schuld. Ist auch andere Schuld. Also man muss sich auch mal verzeihen und gönnen können. Lasst euch das sagen. Wenn mal eben ein Nils reinkommt. Wo kommt denn der Nils rein? Ist der da? Nein. Das war nur so. Das war die Hoffnung. Dass der Nils mal kommt. Ich trinke mal kurz. Also ich gönne euch ein bisschen Atmo. Why not? Okay, Leute. Ihr sagt ein, zwei interessante Sachen. Teste unbedingt Knochensäge, Klinge plus Spitzhackengriff. Knochensäge plus Spitzhackengriff. Ja, machen wir, sobald ich meine Seelen hab. Aber lass mich kurz einmal gucken, welche das wären. Ne, geht ja so nicht. Ne, so auch nicht. Doch, 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 so geht's. Äh, hier nur die Waffenklingegriff. Genau, äh, klar. Welche Klinge? Ich muss nochmal genau, äh, Klinge ist mit dem Spitzhackengriff. Klinge ist ein, äh, Griff eines Knüppels Elektro. Achso, das sind die. Okay, die hab ich schon aktiviert, ne? Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Knochensäge. Achso, ja, plus Spitzhackengriff. Knochensäge ist wahrscheinlich das hier, ne? Ne, die elektrische Kettensäge. Uhrenschwert. Vielleicht hab ich die Knochensäge gar nicht. Sagt mir zumindest grad nix. Also, oder ist das hier was? Puppenreißer, Dreizack. Meint ihr die hier? Die Kettensäge? Hm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich guck hier nochmal. Das ist halt das Problem. Es gibt natürlich eine Menge von denen und, äh, die alle finden. Aber vielleicht hab ich hier irgendwo noch einen liegen. Griff der Rohrzange, Krummschwert. Spitzhackengriff hab ich auf jeden Fall. Aber wo eigentlich? Naja. Im Hotel bei Eugene. Okay, ich mach das mal. Ich merke mir das mal. Den Schwertgriff. Die mit dem Schwertgriff. Ich guck gleich mal rein und dann machen wir das. Aber vorher will ich, ähm, hier irgendwie noch schauen, wo es weitergeht. Da kam ich her. Äh, da bin ich hoch. Naja, verdammt. Da links ging's dann weiter, ne? Aber dann gehen wir wieder nur ins Hotel rein. Oh, ne, doch, das ist richtig. Da liegt ja auch mein Kram. Oh, Mann, ey. Immer dasselbe dumme Timing von mir. Aber ich mag, dass die Sense so viel schneller ist. Da muss man mal nicht aufpassen. Alter! Äh, voll der krasse Hund, oder? Was, hat der vorne einfach nur eine Spitze? Das ist ja die ultimative Bulldogge oder so. Irgendwas so. Du willst einen gefährlichen Hund? Jetzt hast du den gefährlichsten Hund aller Zeiten. Leute würden's machen. Oh, der ist aber so süß. Ja, wächst die Spitze auch noch? Ja, ja, die Spitze wächst noch. Die wird noch richtig groß. Oh, das ist ja toll, ne? Da hast du sicher schon den Leuten ein Auge ausgehauen. Ja, ja, ja. Der hat schon einige Kinder auf seinem Gewissen, ey. Ich meine, der läuft ja immer hin. Der will ja spielen, ne? Ja, und dann gehst du irgendwie in den Park und dann kommt der da mit drei Kindern. Drei aufgespießten Schaschlik-Kindern. Kommt der da zurück, der Hund? Naja, ist ja egal. So, die pul ich dann halt ab, da die Eltern, keine Ahnung, wo die herkommen. Okay, so stelle ich mir das zumindest vor. Aber die gibt's ja zum Glück nicht. Ein Nashund. Doberhorn. Gute Namen. Oh, oh, nee, nee. Nur noch, nur noch einsammeln heute. Da. Vielleicht ja auch hier, ne? Vielleicht kann ich ja auch einfach mal... Oh, nee, falsch. Und so unnötig dumm alles. Nochmal hochgehen. Vielleicht war ich da noch nicht. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Es kommt aber alles so vertraut einem vor. Nee, hier ist noch irgendwas Neues. Hammer. Ist das ein Aufzug oder geht das Tor auf? Shit, ich hab komplett übersehen, was jetzt passiert ist. Kann man das nochmal machen? Nee. Ach, da kommt die Schwebebahn. Mit der kam ich aber hier hin, oder? Jetzt weiß ich's grad nicht mehr. Verdammt, ihr müsst mir helfen. Ist das die Schwebebahn, in die ich schon gegangen bin, oder ist das eine neue? Ich geh erstmal raus. Das kann natürlich gut sein, dass wir hier angefangen haben. Ach, ist ja. Ne, ist der Anfang. Okay. Dann geh ich da nicht rein. Die Zeit haben wir nicht. Ja und nein, sagen die Leute. Ihr seid mir ein paar Trolle. Damit kommt man da in dieses Gebäude rein. Okay, dann... Na gut, ich muss ja auch sagen, ich hab euch da ja auch on the spot erwischt hier. Und ihr wisst es ja vielleicht auch nicht besser als ich. Wir fahren mal rein. Ich wollte euch halt diese Dummheit mit mir da falsch zu fahren ersparen. Und bin mittlerweile so vorsichtig. Oh, das sieht toll aus, oder? Das ist Leder an seiner Tasche. Meine Frau ist ja Modedesignerin unter anderem. Sie ist viele Dinge. Aber sie arbeitet auch seit 20 Jahren für Modefirmen. Und sie findet es immer faszinierend, wie in Spielen so Fabric, also so halt Oberflächen von Stoffen und in dem Fall eine Haut dargestellt wird und so. Und das ist echt krass, wie sich das weiterentwickelt. Und es ist halt super interessant, das zu sehen, glaube ich, wenn man das sein ganzes Leben lang macht und mit irgendwelchen alten, uralten Tools arbeitet und bei Spielen und so längst schon alles viel krasser noch ist. Und man eigentlich mittlerweile quasi Modedesign in der Schule machen kann, für Spiele machen kann. Okay, gut. Hier waren wir schon. Und das ist okay, weil ja, weil das ein Rundgang ist. Aber ich hätte jetzt gedacht, echt die Bahn, dann hat die uns ja wirklich nicht weit gebracht, ne? Das war ja dann winzige, winzige kleine Tour. Naja. Weil ich bin ja nur hier runter und dann da lang und dann von da aus ins Gebäude rein. Das ist ja nun kein großer Weg. Okay, was könnte man noch machen? Ist hier unten noch irgendwas Spannendes? Da vorne rechts? Ne, da waren die... Da ist der Weg blockiert, glaube ich. Na, wir gucken mal rein. Also, dass die Musik halt nicht aufhört. Das ist das Grausame an der Musik, finde ich. Aber kurz, wenn sie laufen würde, wäre es nicht schlecht. Als würde ich das spielen mit meinem Keyboard. Ich mach's jetzt nicht. Es reicht, wenn's einer macht. Ich will euch auch nicht komplett vergraulen. So, hier kamen wir ja auch schon her. Da geht's vor allen Dingen auch wieder nur rein. Und dann hier links hoch. Da oben waren wir auch schon. Aber ihr sagt ja, oben geht's weiter. Also, wir gehen gleich nochmal hoch. Aber dann einmal nochmal hier gucken. Ja, hier waren wir definitiv auch schon. Nur manchmal geht man ja auch den Weg nicht mehr ganz zu Ende, weil man denkt, ah fuck, ich hab nicht genug Energie. Ich muss erst mal zurück und vergiss dann sowas zum Beispiel hier. Sowas wird doch gern mal vergessen. Ah, es ist einfach, ja. Das alte Gebiet. Ja, auch nicht schlecht. Aber weil... Hier ist ja die Abkürzung jetzt, die wir suchen. Oh, was war denn nochmal da unten? Klingt, als wäre da was für mich. Da kam ich wahrscheinlich auch her. Am Ende, ne? Ich weiß es alles nicht mehr. Schon wieder sehr lange her. Oh, ich liebe diese Säge. Auch wenn sie ein bisschen unpraktisch ist, hat die diesen geilen Reichweitenmodus, der einfach Spaß macht. Aber Punkte sammeln ist immer gut. Ja, hier waren wir schon. Hier waren die Weinkeller-Monster. Und damit meine ich nicht Gérard Depardieu. Der offiziellen Angaben seiner Leber zufolge zwölf Flaschen Rotwein am Tag schafft. Wenn er Freunde dabei hat vielleicht. Wie Putin. Oder Steven Seagal. Oder wer ist dann noch? Ja gut, Snowden. Aber der will nicht. Der sagt immer ab, dem ist das unangenehm. Der will eigentlich nicht. Aber der kann auch nicht sagen, dass er es doof findet. Der arme. Der arme Snowden. Da unten war der Horrorclown, ne? Genau. Hier war der Horrorclown, der Weinclown. Seht ihr? Vielleicht sind da ja noch Items, wenn die jetzt aufgehen. Nein. Nein. Oh, die haben wir auch so. Nee. Nee. Nöööööööööööööööööööö. Mann, ich brauch dieses Darth Vader No. Brauch ich unbedingt. Für meine Buttons. Aber wie gesagt, ich geh jetzt gleich... Aber ich sammle ja auch ein bisschen... Wir müssen ja ab und zu auch mal zurückblicken. Das muss man machen, wenn man irgendwann älter wird. Man muss reflektieren. sich nochmal die alten Schauplätze angucken und überlegen, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und es gegebenenfalls wieder tun. Der tat mir aber auch leid, weil der war eingesperrt zwischen dem ganzen Käse. Konnte gar nichts machen. Geh zu dem Typen mit den zwei Schilden. Okay, das ist ja hier. Irgendwo. Na gut, einmal neu starten ist vielleicht sinnvoll. Wo geht es denn nochmal lang? Ich habe hier immer das Problem, dass ich mich verlaufe. Aber ich weiß auch nicht gerade, bin ich hier jetzt überhaupt gerade richtig oder muss ich hier nochmal weiter? Ne, das war glaube ich da, ne? Da lang. Ich kann mich an sowas erinnern. Da lang und da rein. Das war auf jeden Fall, da bin ich irgendwann mal lang gelaufen. Vor Ewigkeiten. Ich mache es einfach nochmal. Der Händler, ey! Ah, okay. Er hat aber nichts Tolles. Habe ich alles schon abgekauft. Der ist auf jeden Fall krass. Hier komme ich leider immer noch nicht weiter, ne? Ne, nächstes Mal. Ich weiß natürlich, dass ich hier schon war, ne? Also das, ich kann mich ja jederzeit wieder zurück teleportieren. Ich gucke halt nur so ein bisschen, was hier noch ist. Man hat sehr häufig schon Sachen, hier ist, ah, okay, jetzt gehen wir ganz zurück. Man hat schon sehr häufig, äh, dann nochmal was gefunden, wenn man nochmal zurückgegangen ist. Ähm. Und es passt ganz gut, weil ich mich eh häufig verlaufe. Deswegen ist das irgendwie für mich auch immer nochmal. Sie habe ich nämlich vorhin schon gesehen. Und die gibt doch bestimmt auch ein bisschen Punkte. Ich wette, diese ganz fiesen Monster von eben, die würden natürlich noch besser fürs Farmen gut sein. Aber, scheiße, das wäre so schön gewesen. Die sind mir vielleicht zu stark. Mal gucken, wie stark die sind. Auf dem Rückweg vielleicht. Ah, es gibt echt nicht viel, ne? Das kann man sich echt fast sparen. Ah. Das war's für heute. Ja, ja, ich komme gleich ins Museum. Keine Sorge, Leute. Mir fehlen doch nur noch vielleicht tausend oder so. Irgendwelche lächerlichen kleinen Schwächlinge werden wir schon finden. So, dann gehe ich mal hier raus. Sicherlich wird ja nichts Schlimmes passieren, wenn ich diesen Raum verlasse. Tatsächlich, ich dachte, dass sie jetzt aufspringen. Keine Gegner. Kann ich die in den Zellen, also die auch? Irgendwo ging es nämlich nicht bei Zellen. Habe ich natürlich ausprobiert. Man kann noch ein drittes Mal schwingen, aber nur, wenn man vorher völlig aufgeladen hat. Und das ist meistens gerade so... Das ist das Dümmste. Man denkt immer, okay, wie viel hast du noch? Okay, was, fünf? Aber es ist so, die haben sehr viele. Denen ist alles egal, das sind Nihilisten. Sie glauben an gar nichts, Lebowski. So, gibt es Epics und so weiter? Ich glaube nicht. Ich weiß von nichts. So, jetzt werden wir noch ein, zwei von diesen... ...breiteren Brocken metzeln und fertig. Die kommen jetzt hier raus und wollen Ärger. Na, reicht's? Immer noch nicht. Ah, die haben aber auch coolen Shit zum Verkaufen. Ich meine, die Sickel-Mondsteine sind jetzt nicht so doll. Aber die bringen immerhin so 40 oder so. Wenn du davon halt viele hast... Eh, frech. Kaufst du am Anfang für 300 eine Frechheit. Ah, die alte Ecke wieder. Ja, da sind wir zum Glück schon durch. Und ich weiß auch, dass von hinten jetzt jemand kommt. Na ja, siehste? Der Edge of Tomorrow, Alter. Mon of Tomorrow. Ich bin der Mon der Zukunft. So, soll ich den von hinten? Nö, ich mach den von vorne. Seht ihr? Kein Problem. Ah, Shit, hier hab ich die falsche... Waffe. Ah, ärgerlich. Voll das Kind ins Gesicht gekriegt. Ah, das war's, glaub ich. Nee, er hat immer noch einen. Okay, äh, 12.000. Echt, und immer noch kein neues Level-Up? Die sind ja ganz schön knauserig heute. Mit ihren Punkten. Ähm, Gegner und Bosse haben weniger HP teilweise. Ja, das freut mich, äh, für die Leute, die da noch gestruggelt haben mit. Äh, was ja mich manchmal auch bei... Also mit einbezieht, aber... Ich bleib dabei, dieses Mal war's echt nicht so schwer. Ich hab natürlich auch hier und da manchmal, äh, Dings benutzt. Ähm, äh, Geister. Gespenster, meine ich. Aber, ja, gerade bei diesem einen Puppendödel oder, ne, bei den krasseren Gegnern hab ich dann teilweise halt auch ohne gespielt und es auch geschafft beinahe. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mir noch was beweisen muss, aber ich hab's... Also, wenn ich sage, dass es nicht so schwer ist, dann meine ich das aus dem Wissen heraus, dass ich's mit Gespenstern gespielt hab, aber hab's ja häufig auch ohne gespielt und auch hinbekommen. Also, ist so ein bisschen... Ich finde eben, dass diese Gespenster-Argumentation nicht so hundertprozentig solide ist, weil du machst da halt ne Sache, die aber auch ein Objekt erzeugen könnte, glaub ich, Ablenkung oder so. Du kannst aber auch über andere Objekte den irgendwie ständig ablenken. Ich nutze mal diese Kugeln nicht. Ähm, also das finde ich dann ist auch so ne Sache, wo man sagen könnte, das macht's aber zu einfach. Also, es ist so, die Frage ist halt, wie... Wie bequem willst du kämpfen und wie frustig willst du kämpfen? Und ja, klar, du kannst das auch immer mit einer Waffe, die irgendwie zehn Level drunter ist, als der Boss, kannst du auch kämpfen. Und wenn du's dann schaffst, bist du halt noch krasser. Aber es ändert nix daran, dass das so quasi ein ewiges, ähm, Gatekeeping ist. Und am Ende gatekeept man so lange, bis man ganz alleine ist. Dann hat man um sich rum einen komplett, so einen ganzen Vorhang gebaut. Scheiße, oh, ich hab gar nicht aufgepasst. Nee, bitte nicht töten. Komm, 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 komm. Energie, Energie. Nee, und dann bin ich fidel wie nie. Aber ich krieg, gehst du auf die Knie. So, und dann teleportieren wir uns raus. Das ist ja scheiße. So, her mit dem Level. Er hat mir ein Level versprochen. Seit dem Patch ist nix mehr wirklich hart. Ah, da muss ich die Texte noch an. Pre-Patch muss dann bei all meinen Kämpfen stehen. Pre-Patch-Boss-Battle. Ich benutze meine Power, um dir zu helfen. Okay. Das ist wirklich eine große, schwere Überlegung, ne? Stärke oder Ladung. Ausdauer hat sich bewährt. 42 ist auch noch eine gute Steigerung. Physisch geht auch ein hoch. Ladung bringt halt Legion, was ich ja schon benutze. Äh, ein bisschen mehr. Und Gewicht, äh, was heißt das, äh, was heißt das? 94, 97, okay. Also, ich komm immer noch auf die paar 80 Prozent. Also, es bringt mir nicht so viel direkt. Waffe ist C. Also, eigentlich müsste ich mit Entschlossenheit, ne? Aber es ist eh nicht meine Primärwaffe. Vitalität ist natürlich immer geil. Klar. Ich meine, das sind einfach mal, ne? Also, 10 LPs dazu. Also, es ist gar nicht so wenig. Es ist mehr als ein Prozent. Und Block-Regeneration auch. Ich würde fast sagen, Stärke. Sagt ihr mal Bescheid, was ihr gerne machen würdet. Und ich lese währenddessen kurz ein paar Ideen. Ähm, auch das ist Unsinn. Es wurden drei Bosse angepasst und sonst etwas Kleinkram. Na gut. Ähm. Ähm, das Sumpfmonster habe ich mit Geist gelegt. Und fühle mich deswegen kein bisschen schlecht. Der Boss war kompletter Müll. Ja, würde ich auch nicht. Das Spiel braucht noch einige Patches zur Balance. Hoffe, die kommen relativ schnell. Habe es gestern durchgespielt. Fand bis auf den letzten Meter. Hat es mir richtig Spaß gemacht. War knackig, schwer, aber nicht unmöglich. Das ist doch genau die richtige Einstellung. Auch für Entwickler meine ich. Level, Quarz und Säge bauen. Leveln, Quarz und Säge bauen, Stärke. Okay, ihr gewinnt. Ja, dann machen wir das jetzt. Knochensäge plus Spitzhackengriff. Ich brauche Geld. Aber meint ihr denn mit Knochensäge... Knochenschneidendes Sägeblatt, ne? Und nicht die runde elektrische Kettensäge. Weil ich dachte die ganze Zeit... Aber Knochensäge mit welchem... Da geht es um den Griff wahrscheinlich dann. Spitzhackengriff. Ja, das habe ich häufig sogar schon gehört. Explodierende Spitzhacke. Bin ich ja mal gespannt. Entschlossenheit B ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ich hatte voll, glaube ich, sogar A. Aber trotzdem ist es eben nicht schlecht. Kann man noch was verbessern an diesen Geschichten. Wie ihr seht, kann man nur zurücksetzen und Technik. Entschlossenheit habe ich keine Kurbeln mehr. Man kann natürlich... Ich habe ein bisschen auch ein, zweimal... Habe ich dann auch auf Technik gelevelt, weil... Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe. Ach genau, irgendein... War das so? Nee, ich habe darüber nachgedacht. Genau. Aber ich habe ja die Waffe hier zum Beispiel mit Technik B. Da könnte ich natürlich schon... Also ich werde das nicht benutzen und das ist auch falsch jetzt. Ich sage nur, dass ich auch schon manche Sachen bei Technik hochgelevelt habe, damit ich mit Technik auch skaliert werde. Also nicht nur mit Entschlossenheit, sondern auch mit Technik. Das meine ich. Nicht, dass ich das hier benutze. Aber es hilft ja nichts, weil es macht das andere ja immer schlechter. Also es macht die anderen immer schlechter. Und es hilft mir dann leider nicht. Das hier, sowas meine ich. Entschlossenheit ist eh schon auf D. Und Technik wäre dann auf A. Wäre schon geil. Aber dann müsste ich mich als nächstes auf Technik irgendwie... Und ich will nicht wegen einer Waffe so einen Aufriss machen. Und bei den Griffen kann ich eh nichts machen. Also nichts zumindest. Ich habe, wie ihr seht, nur eine Technik-Kurbel und sonst nichts. Aber da gibt es jetzt nichts, was richtig Sinn ergibt. Wobei, Griff eines Salamander-Dolches, Booster-Gläfe... Also A ist halt echt gut, aber hilft mir trotzdem nicht. Und B sollte man natürlich im Zweifel behalten. Naja, ich wollte nochmal gucken. Das ist halt so der Kram. Gibt nichts. Polizeiknüppel plus Rohrzange knallt richtig gut rein. Ist nur übelst kurz. Komm, das probieren wir mal aus, weil... Also ich nehme jetzt... Ich habe ja schon eine gebaut. Hier. Ist sie das wirklich? Wo steht es nochmal? Da. Haben wir. Okay. Ich nehme nochmal den anderen. Polizeiknüppel und Rohrzange. Wo ist die Rohrzange? Da. Ne, Spitzhacke. Rohrzange ist doch nur so ein... Ach, die habe ich vielleicht gar nicht. Aber den Polizeiknüppel habe ich auf jeden Fall. Den habe ich auch zum Glück schon mal hochgelevelt. Erschlossenheit A. Und Rohrzange, vielleicht irgendwas anderes. Knüppel, Elektrosprung, Großschwert, Krummschwert, Feuerachs, Klinge, Krummschwert, Explodierende, Spitzhacke, große Rohrzange. Da ist es ja. Ja, ja, okay. Doch, ich erinnere mich, dass wir die vielleicht sogar schon mal ausprobiert haben, weil die so knapp war. Weil die so kurz war. Toc, toc, toc ist die mehr oder weniger. Hallo McFly. Alles in Ordnung? So. Nervt einen. Man tut sehr weh dabei. Okay, wir spielen weiter hier. Ich denke, wir sind richtig. Es gibt eine riesige Klinge mit Händen. Ne, die habe ich noch nicht gesehen. Rohrzange auf Boosterglaive. Weil die Boosterglaive ist so ein langes Ding einfach nur. Ja, das ist dann schon weiter und haut gut rein. Aber die Boosterglaive habe ich nicht so wirklich aufgelevelt bisher. So, wir nehmen mal jetzt eine der Waffen, die wir gerade gebaut haben. Nehmen wir erstmal die schlechtere. Die vermeintlich schlechtere. Wo ist die denn da? Kopf einer großen Rohrzange plus vier mit Griff eines Knüppels der Grabpolizei. Das kann gut werden. Es sieht auf jeden Fall irgendwie lustig aus. Ich habe damit auch schon mal gekämpft. Jetzt versuchen wir einfach nur eine Sache. Und zwar das hier holen. Dieses Ding. Und dann haben wir noch Quarz. Ich weiß. Keine Sorge. Machen wir. Okay, es hat einen sehr kurzen Schlagweg. Aber wenn es trifft, macht es dann eben den gewünschten Schaden. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Mal gucken, was die Special-Waffe kann. Okay, das war jetzt aufladen. Das hätte ich natürlich wissen müssen. Okay, generell ist das ein cooler Special, den ich da gerade habe. Der bringt viel, finde ich. Ja, hier ist man immer benachteiligt. Ne, ist halt so. Okay, ihr seht schon. Man kann auf jeden Fall. Ja, man hat auch mal Pech. Da kommt man gar nicht raus aus dem Loch. Aber an sich kann man da ganz gut den Gegner mit erledigen. Ja, bumm. Hallo, bumm. Einfach so auseinandergefallen? Hm, okay. Dann habe ich mein Item dagelassen. Der freche Lachs. Okay, hier waren wir schon häufig, aber eben vielleicht noch nie so richtig konzentriert ohne Gegner. Können wir uns mal gleich umgucken. Mit R1 aufladen. R1 plus Y aufladen. Dann macht der nächste Angriff viel mehr Schaden und dann mit Y2 mal aufladen. Ja, okay. Okay, aber da braucht man dann auch mindestens drei von den Dingern, die ihr ja jetzt nicht seht, weil ihr mich seht, aber unter mir. Aber das ist ganz gut. Dann könnt ihr nämlich, wenn ich es vergesse zu drücken, nicht sagen, Simon, guckt doch unten hin. Ja, das ist wirklich eine gute Kombo. Also das ist eine gute Kombo. Wir merken uns das, weil wir sie jetzt gesehen haben. Die behalte ich mir. Und das Ding wäre jetzt... Oh, das ist auf jeden Fall sehr lang schon wieder. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal und hatte auch Spaß damit. Auf jeden Fall müsste das... Längemäßig reichen. Ja. Ey, die Waffe ist so lang, die kann den von hinten angreifen. Ah, leider gesprungen. Der ist immer sehr eingerostet nach seinem Tritt, ne. Er macht sein Ding und dann... Das Schöne ist, dass diese Bewegung, die Schlagbewegung, schnell genug geht, dass ich hier mich von hinten anschleichen kann. Wenn die jetzt halt nicht schnell genug wäre, hätte ich hier gegen den wieder mal gar keine Chance, weil du musst irgendwie hinter ihn kommen. Ja, ich wollte natürlich jetzt... Ah, ah, ah. Nein. Mann, warum mache ich denn das so dumm? Ich wollte natürlich... Okay, man kann ja auf jeden Fall mich von hinten angreifen, glaube ich. Aber ich wollte natürlich sägen. Ja, Bunny Meep. Hallo, ähm... Kommst du vom Tierarzt? Ja, sowas ist immer furchtbar, ne. Aber schlimmer als die geplanten Tierarztbesuche sind die ungeplanten Tierarztbesuche. Ach, ich hatte ja auch noch Fullmenis. Naja, ist egal. Ich habe das Gefühl, dass man hier, da drüben einfach einen Weg aufmachen kann. Und bin ich da jedes Mal dran vorbeigelaufen und hoch? Ja, ich glaube ja. Wir werden das gleich noch sehen. Wir werden hier noch einen Weg hinkriegen. Irgendwie schon. Da bin ich mir sehr sicher. Ich muss nur einmal noch hoch. Vielleicht ist das der Trick. Jetzt, wo ich weiß, wo ich hin muss, habe ich das Gefühl, als ob ich weiß, wo es weitergeht. Okay, hier kann ich jetzt nur den harten Schlag machen, weil der von oben geht. Oder? Ja. Na ja, doch. Mann, ich weiß! Da spratzt das Schwert auseinander. Ein heftiger Hieb. Des prächtigen Hengstes. Und die Maschine war in ihre Bestandteile zerlegt worden. Das gefiel P ganz gut. Er mochte es, wenn die Puppen auseinander fielen. Das fand er richtig geil. Er nahm sich dann immer Teile davon und steckte sie sich in seine Tasche. Da noch was liegt, habe ich das Gefühl, ich müsste da rüber. Und da wir ja eigentlich jetzt wissen, wo wir hinwollen, nämlich zu dem anderen Gedönse, könnte es natürlich auch gut sein, dass ich hier links oder rechts irgendwo noch was suchen muss. Schwierig, finde ich. Ich hänge fest. Oh toll, jetzt wollte ich noch einmal Y drücken. Soll ich das Ding links holen? Nee. Okay, das machen wir schnell, ne? Endlich! Jetzt, wo ich wusste, wo es lang geht, war es gar nicht mehr so schwer. Ha! Geil! Geil, Schlammensch, der Welt! Entschuldigung! Ach! Na, als ob der jetzt nicht gleich raushüpft. Mit Auferstehung! Champion Victor ist zurückgekehrt! Der Mann, der auf dem Höhepunkt des Lebens stand. Champion Victor ist zurück! Erinnern Sie sich noch an den großen Ringkämpfer Victor? Ja, weil du gerade dreimal seinen Namen gesagt hast. Der Herkulus von Krat, der Mann, der nie einen Rückzieher machte, selbst wenn er gegen einen Löwen und einen Bären antreten sollte. Victor, der altgediente Kämpfer, der den Zirkus mit eurem Jubel und Applaus erfüllte, kommt wieder zu uns zurück. Victors unheilbare Krankheit, die vor ein paar Jahren plötzlich auftrat, machte alle Bürger von Krat traurig. Jeder erfuhr, dass er letztendlich doch nur ein Mensch war und dass man dem Schicksal nicht entkommen kann. Doch mit Hilfe der Alchemisten und der medizinischen Wissenschaft ist Champion Victor wieder von den Toten auferstanden. Die Krankheit kann ihm nichts mehr anhaben. Der stehlende Wille und die übernatürliche Kraft, die dem Schicksal getrotzt haben. Der stärkste Mann der Welt. Champion Victor kehrt zu uns zurück. Sein großes Rückspiel findet gegen niemand anderen als eine automatische Puppe statt. Werden Sie beim nächsten Vollmond Zeuge eines legendären Augenblicks des Mannes, der an der Spitze stand und eine Maschine besiegte. Nur noch wenige Plätze frei. Beeilen Sie sich und kaufen Sie jetzt Ihre Tickets. Also entweder ist Victor auch eine Maschine oder Victor ist so ein Gehirn in so einem Mech. Oder Victor hat tatsächlich die Krankheit besiegt und wird jetzt hier gleich zerlegt irgendwo in seinem Ring aufgefunden von mir. Oder er hat diese Steinkrankheit und ist dadurch zu einem großen Mutanten geworden. Und der wiederum kann dann auch einiges. Victor. Wie hältst du denn nochmal? Oh Mann, beide sind böse. Nein, alle sind böse. Alle sind böse. Ich möchte hier nicht. Ich möchte wirklich nicht. Kein Bock. Ich will jetzt nicht sterben. Ich möchte hier springt er gleich raus. Ne, es sind zum Glück nur. Aber er springt irgendwann raus. Ist da rausgesprungen? Ich muss einmal zurück. Das bringt doch nichts. Dann weiß ich nämlich auch, wie ich da hinkomme. Ah, hier bei denen. Stimmt, das war hier, ne, bei denen. So. So. Ähm, wir suchen natürlich. Genau. Trotzdem ist der Weg ja jetzt gar nicht mal so kurz, ne. Muss man auch sagen. Ist nicht der kürzeste aller Wege. Hier vorne ist immer noch was. Kommen wir da später hin? Oder muss ich das vielleicht anders freischalten? Am Ende weiß man es nicht. Da liegt ja sogar noch was. Ich glaub's ja nicht. Alter, ich... Mann, das war dumm von mir. Äh, aber ich war abgelenkt von den zwei Items. Ne Kette. Kann ich werfen. Später kommt das. Okay. Ja, ja, klar kommst du nochmal. Es war mir so klar, mein Freund. Ich frage jetzt nur, wenn ich das jetzt besette. Wie ist das dann? Kommt der dann auch? Ah, ich stehe gerade. Ja, ich bin da. Ey, komm. Mach es. Witness me. Ist nicht schlimm. Er hat's verdient. Hat immer seinen Job gemacht. Hat immer gesägt, wenn man gesagt wurde, säge. Da hat er auch mal einen Kill verdient. So, ich will aber eigentlich ja jetzt ganz woanders hin. Ich laufe ja auch gerade dumm. Obwohl, können wir jetzt da auch nochmal hoch? Ne, doch, lass den Weg nehmen. Weil ich könnte nämlich auch noch draußen, rechts, oben rum. Aber dann wäre ich auch nicht so viel weiter, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wir gucken mal. Erstmal gucken, wie ich hier hochkomme jetzt. Ob das überhaupt geht. Ich bin ja auch gerade runtergekommen. Dann gehe ich halt doch außenrum. Ist wahrscheinlich besser. So, ich muss kurz mal überlegen. Den habe ich getötet. Okay, das heißt, der andere drüben wird auch noch von mir gejagt werden. Weil der hat ja auch noch eine Kurbel, wenn ich das... Oder irgendwas in der Art, ne? Also der andere Zinnsoldat, der große da. Wo ist der denn? Ja, auf der anderen Seite halt, ne? Der mich jemals gekillt hat. In dem Gartenlabyrinth. Genau der. Ja. Nein, nein, natürlich. Ach Gott. Wie theatralisch stumm. Batsch. So, den nochmal ablenken. Ja, dann renn doch mal. Und ich provoziere ihn noch. Ja, dann renn doch mal. Grüße an alle, die immer wieder hier reinkommen. Ja, ein Spiel, das ich euch nur empfehlen kann. Und ich denke, bald bin ich hier mit dem Level auch durch. Also wobei nicht mit dem Level vielleicht, aber da kommt auf jeden Fall nochmal der nächste Bereich und so. Also, alter. Nein. Schön ist, dass er vorher den Hut auch noch so zeigt, sehen sie nichts in diesem Hut. Und dann, und dann fängt er an zu zaubern. Die Kinder lieben das. Was? Oh, ich dachte, da wäre nichts. Na gut. Ne, das ist der falsche Weg. Wo bin ich hier genau? Wo genau bin ich hier gerade gelandet? Ist das eine Ecke, wo ich schon war? Oder eine neue Ecke? Ach, das ist eher sie hier. Okay. Ist da unten vielleicht irgendwas? Wenn ich da runterhüpfe, kann man auch nichts Besonderes abgreifen. Ne, ist einfach nur... Nervi. Ich will ihn natürlich gar nicht erst provozieren, aber ich muss ihn ja. Irgendwie. Der soll mich ja anrennen. Komm. Beinahe hast du mich gekriegt. Gleich, gleich, gleich hast du mich. Gleich hast du mich. Scheiße. Du dummes, rostiges Arschloch. Da freuen sich jetzt alle, ne? Habt ihr gut gemacht. Ja, naja, er hat es auch gut gemacht. Dann kann ich, äh, ich kann mich nicht weiter dazu äußern. Ah, jetzt langsam verliere ich gerade den, 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 den Gedanken, wo wir eigentlich hinwollten. Äh, wo ich überhaupt war. Auch eben da. Ne, ich bin raus und dann oben lang. Okay, komm, dann machen wir das nochmal genauso. Ein Sekunde. Generell in Zukunft könnt ihr gerne immer Ausrufezeichen Best of bei sowas schreiben. Äh, Mara hilft das dann wohl später irgendwie rauszufinden, welche Parts nochmal angeguckt werden. Hab ich jetzt mal gemacht, aber könnt ihr gerne machen. Ich glaube, das stimmt. Ich weiß es gar nicht, ob es stimmt. Muss man gleich, muss ich mal Mara fragen irgendwann. Gibt es keine Karte? Nee, nee, nee. Das ist hier, äh, ne Karte, schmarte, sowas gibt es hier nicht. Karte. Dann weiß ich ja, weiß ich ja, wo du langlaufen musst. Dumm. Maximum dumm. Maximum dumm. Wie heißt du? Maximum dumm. Nein. Ah, wie dumm, Alter, wie dumm. Mein Name ist... Superidiot. Okay. Ey, wer die hier oben hingestellt hat, der weiß genau, was er gemacht hat. Der weiß, nachts wachte auf, schweißgebadet. Oh Gott. Ich kann es kaum glauben, die Leute wissen, dass ich das getan habe. Oh Gott. Jetzt ist es so ver, Da ist's. Das简 kampen. Oh Gott. Die ugly. Und ich hab direct diplomatisch. Ich hätte einfach viel schneller und beherzter da längst zugreifen sollen. Na toll! Ist hier vorne was? Nee, ne? Okay, nee, da ist nichts Wichtiges. Aber der Typ, ich dachte, der wäre mittlerweile längst wieder hergekommen, aber der hält sich ja vorne zurück. Finde ich gut? Kann ich das hier alleine machen? So, endlich! Ne? Ich weiß. Nee, warte mal, wo muss ich denn lang? Da. Also nächstes Mal gehen wir einfach diesen Weg. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wo geht es denn eigentlich vorher lang? Ich bin den schon ein paar Mal gegangen, aber sieht halt auch alles gleich aus. Da langs, da runter. Ah, okay, da. Und speichern. Wie heißt das Ding? Grand Exhibition. Einfach von dem großen T, wo Ice-T steht. steht da dann einfach hoch. Oder hier rechts? Ja, Treppe hoch. Leiter hoch. Ne, Treppe. Und dann durch die kleine Tür. So läuft's. Ich finde übrigens hier mal kurz auf das Bild drauf einzugehen. Ich mag das sehr, dass der so oben so einen Rahmen hat, weil es unsere natürliche Vorstellung, dass da oben so ein Kopf ist, der ist dann weiter drunter, irgendwie so auf den Kopf stellt. Finde ich irgendwie ein schönes Detail. Ja, der hat mir irgendwie Freude gemacht. Ich, du bist verlieblich runtergekommen. Und ich bin trotzdem später als du. Oh, oh. Ich meine, ich dachte natürlich, der startet erst, sobald ich... Ja, ich weiß. Ich weiß das doch alles. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Ich dachte, das ist der schon... Ich dachte, das ist der... Ja, klar. Wenn sie sich jetzt da auch machen... Hätte ich wenigstens das Item noch einsammeln können. Aber da komme ich ja eh wieder hin. So, wir nehmen den Shortcut. Ja, es hat leichte Anor Londo-Vibes, was die Balken auch angeht. Aber generell ist das schon eine der Geschichten hier. So, wir suchen das T. Da ist es nicht. Also muss es hier sein. Okay. Wer hat den Shortcut gefunden? Simon K. Simon K. Okay. Gut. Ach, Nase. So. Okay, dann kommt her. Kommt einfach her. Ich sammle erstmal alles ein. Machen wir erstmal das. Erstmal eins. Immer derselbe Fehler, dass die blocken. Aber... Okay, so. Jetzt kommt der. Okay, alles klar. Alles klar. So, und jetzt muss ich halt leider hier hin. Okay, immerhin. Ah, Legionkiller. Aber leider nur eine. Warum nur eine? Warum verhüllst du mich, Welt? Alter, ihr sind wirklich Hardcore seid ihr. Ihr seid mir zu stark im Moment. Ich kann euch killen, aber ich hätte Probleme damit. Hier, ne? Da ist was. Da ist so ein Drehrohr. Ja. Komm, lass mich das... Was soll ich hier überhaupt machen? Warum bin ich hier? Auf die... Auf die... Okay, hier vorne auf die Plattform. Oh. Ouch. Jetzt habe ich eine gute Idee, mein Freund. Jetzt wirst du dich gleich ärgern, dass du es mit mir versucht hast. Oh, oh. Ja, er hätte es wirklich einfach sein lassen können, ne? Aber ne, jetzt muss sein... Muss er mit mir ein Käsefondue essen. Na, und weil er doof ist, lässt er sich natürlich wieder triggern. Oh, oh. Gesprungen. Oh. Oh. Du bist jetzt sowas von dran. Ja. Also das natürlich mit der Waffe absoluter Hammer. Geht immer. Geil. Telefon! Ja, es ist einzig. Oh, shit. Ich weiß es nicht. Ein Ei. Ja, klar. Okay, das sind deine Fragen? Na gut, okay. Ein Ei. Eier, wir brauchen Eier. Fuck. Correct. Correct. You were once such a fool, yet you've gotten so glowered. Ich bin so glücklich wie ein Kind. In dieser Stadt gibt es diejenigen, die sich zu... ...racken die Schelle und wiederholen werden. Wie geht es dir? Kannst du aufwachen und wegnehmen von der Schelle, die deinem... ...puppet-Spotty? Es ist eine schrecklich schwierige Frage, so ich werde dich mit einem Hint. In der großen Exhibition musst du jetzt alle 10 Fingertippen der Frau von Kold. Schau kurz, bevor sie deine Notiz erhebt. Dann bin ich mit dir. Zweitens. Okay, die Fingerspitzen der kalten Frau auf der großen Ausstellung. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen haben oder ob wir da nochmal genauer jetzt hin müssen, ...aber das beachten wir uns gleich. Aber das wird wahrscheinlich im nächsten Bereich kommen. Was mit dir? Ah, okay, danke. Was, du schießt? Ist das überhaupt erlaubt? Darf der das? Alter, es ist so ein Extrem-Vapor, ne? Der einfach direkt... ...indizieren sie es mir direkt in die Lunge. Also, das ist so ein Extrem-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor-Vapor. Ich dachte, ich muss hier vielleicht drehen oder so. Oder ist das einfach nur, ich meine, ich dachte, das wäre hier, aber vielleicht geht es auch noch weiter. Ach, das sind Lager hier. Kann das sein, dass wir einfach nur die Sachen gelagert werden? Wir werden es schon erkennen gleich. Ich finde die Pistole sehr, sehr geil. Ja, wub, 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 wub. Die zehn Finger der Figur. Ja, ja, wir gucken gleich. Okay, wir nehmen jetzt aber die andere Warte wieder, mit der wir so viel Spaß hatten. Wir können ja auch nochmal jetzt die, was die haben wir ausprobiert, nehmen wir jetzt mal die. Die haben wir ja noch nicht so häufig in dieser Konstellation benutzt. Aha, ein Wurfrohr. Hebe ich mir alles auf für die letzten Endbosskämpfe, wenn man verzweifelt ist und nicht mehr will, dann kann einmal nochmal alles geworfen werden. Geil, wichtige Sachen, die werden eingesteckt. Aber ob das schon reicht, ob ich schon genug habe für ein Upgrade, ich weiß es nicht, leider. Den Schlüssel kannst du jetzt bei der Tür mit den drei Zeichen benutzen. Alter, danke, das ist ein guter Tipp. Das ist ja mal ein guter Tipp, weil diese komischen Zeichen haben mich schon häufiger verwirrt. Aber das heißt nicht, dass ich da hin soll, wo die Stühle sind, sondern, weil da sind immer so drei Stühle um eine Vitrine rum. Oder wo kann ich das benutzen? Also eher bei, wo die Tür ist, wo die Tür ist und, okay, ich verstehe, wo die Tür ist, mit dem Zeichensymbol drauf, ne? Ach so, Stein, du meinst nur, ich dachte, ich habe was übersehen, du meinst nur Stein, Stein. Ja, ja, klar, natürlich. Stein sagt nie nein, ich habe ihn aber nicht hier. Hier gibt es keinen Stein, komischerweise. Das ist dann nicht mehr mein Spiel. Hm. Okay, wir sind hier runter und jetzt laufe ich zum zweiten Mal rum, aber auch, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich was übersehen habe. Hier geht's. Zurück. Da, ne, weiter, hier ist die Tür zu. Hier geht's weiter. Oh, ne, ey. Die zwei Figuren nochmal untersuchen. Okay, der ist hart, ey, also der ist, äh, der hat mich jetzt schon ganz schön gezeigt. Ja, Mann, bist du der stärkste Mann der Welt, oder was? Bist du dieser Typ? Der sieht ein bisschen so aus, ne? Der sieht voll aus wie der stärkste Mann der Welt, als Puppenmann. Äh, die zwei Figuren nochmal untersuchen. Die beiden, ne, mit den Armen, das meint ihr. Okay, machen wir gleich. Okay, Weg. Der schnellste Weg in all dem Gerümpel. Wie war das nochmal? So wie ich sonst auch immer gelaufen bin. Und da ging es... nicht da lang. Und nicht da lang. Und nicht da draußen lang. Dann ging es hier lang. Schick! Schlechtes Timing! Schiff! Schiff! Gesch束! Ist natürlich jetzt im Nachhinein extra lustig, dass dieser Dude hier auf der Brücke genau steht, weil man am Anfang denkt, oh, das ist doch eine gemeine Ecke und denkst du, diese eine Station ist nur da, um kurz ausweichen zu können. Aber nein, daraus wird eine Brücke und du hast plötzlich diesen Typen, der dich da versucht runter zu kicken, schon gut gemacht. So, hier haben wir alles gekillt, haben wir alles gekillt, mindestens einmal, brauchen wir nicht weiter, machen wir nicht. Die Tür vor dem Puppet King, nachdem du die zwei Figuren untersucht hast. Das meinst du, ne? Die Tür vor dem Puppet King, da werde ich gleich nochmal hingehen. Ja, ja, ich kann mich erinnern, dass ich so eine Tür zumindest schon gesehen habe. Aber es gibt ja drei von diesen Räumen, wo man was findet. Wo diese Stühle sind und so, wo man irgendwas machen kann und safe ist. Und ich denke also fast irgendwie, es gäbe auch drei Türen. Ich glaube immer noch, dass das was mit den drei Robotergesetzen irgendwie zu tun hat. Und aus irgendeinem Grund, ich frage mich die ganze Zeit, wofür steht das? Und ich denke, das könnte damit was zu tun haben. Aber sagt es mir nicht. Spoilert mich nicht. Nur weil ich genial bin. Da, da sind die Figuren. Das ist aber nicht mehr das, was ihr meintet jetzt, ne? Aber wir gucken trotzdem nochmal, vielleicht ist es doch diese zehn Finger. Ah. Ja. Ne. Zueinander. Genau. Okay, das war es dann doch so. Ja, cool. Dreifaltigkeitsschlüssel. Oh, damit ist der Schlüssel. Das ist, das ist der für die. Den habe ich jetzt erst, ne? Das ist der, von dem du gerade gesprochen hast. Guter Tipp. Alter. So, wie kriege ich denn jetzt meine Ergos wieder? Ja, dieser aus dem Rennen kommende Aufwärtshaken, der ist wirklich toll. Der hat mir schon immer gefallen. Okay, wir suchen unseren Kran. Es sind aber fünf. Oh, okay. Ne, dann. Wo Durchlauf gibt es vier Telefone und vier Räume. Ich glaube trotzdem noch, dass drei wäre besser gewesen. Dann hätte ich nämlich schon alle. Ist das hier, ist jetzt aber nicht der Dreifaltigkeitsraum. Schlüssel. Genau. Vielleicht ist das dann, wenn ich diese, alle Dreifaltigkeitsgeschichten gemacht habe. Aber warum gibt es denn fünf oder vier von der Dreifaltigkeit? Okay, an dem laufe ich erst mal vorbei, weil der zu krass ist. Den werde ich schon noch holen. Oh, endlich. So, den werden wir uns holen. Der hat natürlich auch wieder einen geilen Wert. Ein geiles Item, nehme ich mal an. Aber ich würde gerne erst mal speichern. Ah, das Endboss-Time. Okay, gut. Ergo Herzen verbinden Gehirne durch Wellenlängen. Die transparente Vollständigkeit, in der keine Lügen existieren können. Ist das die neue, wahre Welt oder ein erzwungenes Gefängnis? Vielleicht werde ich nicht in der Lage sein, frei zu denken. Ich lache in meinem Kopf oder laufe davon. Ich laufe nicht davon. Ich laufe der Gefahr entgegen. Und warum eigentlich nicht gleich? Machen wir mal. Komm, gucken wir uns den mal an. 7000 Seelen. Ja. Vielleicht habe ich so ein Ding, die ich sonst nie nutze. Nee. Nicht das, was ich suche. Leider. Stopp, umdrehen. Warum wollt ihr das nicht? Was ist denn los, Leute? Das ist doch einfach nur ein schöner Endboss. Kann man doch machen. Wollt ihr nicht, oder was? Aber vielleicht ist hier vorne noch was zum Speichern schnell. Ich habe die Leiter doch schon gedrückt. Aber hier kann ich auf jeden Fall noch mal kurz lang gehen. Ich habe den Shortcut. Ja, ja. Ich habe den Shortcut. Ich hob den Shortcut. Ich hob den Shortcut. Aber jetzt, gut. Jetzt habt ihr mich. Jetzt habt ihr mich. Jetzt gehe ich den Weg noch mal runter. Und save up. Frage ist nur, soll ich vorher diese Dreifaltigkeitsschlüssel-Sache machen? Das ist wahr. Das ist wahr. Gabriel Knight hat uns alle ein wenig bayerischer gemacht. Zumindest im Herzen. Ich finde ja die, an sich, die bayerische Seele, wenn man so will, finde ich ja schon sehr schön. Ich mag auch die Mundart und den Dialekt und alles. Ich mag das eigentlich sehr. Die Politik gefällt mir halt nicht. Aber das ist halt, ne, irgendwas ist immer. Okay, wir sind gut vorbereitet, finde ich. So viel mehr könnte man jetzt auch nicht machen, finde ich. Ich bin mit allem soweit vorbereitet. Viel mehr, wie gesagt, habe ich nicht hier ein paar Wurfsachen. Falls der mal weiß werden sollte mit seinem Angriff, dann kann ich das machen. Okay. Welcome to my grave. Das ist doch der Stärkste. Das ist doch der Stärkste. Das ist, wo die Evolution reale wird. Period. Ich bin die Vierer. Der Champion. Ich bin die Vierer, der Stärkste. Wwertig,入内 Allround. Ai, ai, ai. Alter, ich denke teilweise, ich hätte ihn perfekt geblockt, aber habe ich dann gar nicht. Wie heißt der Typ nochmal? Ich habe auch seinen Namen vergessen. Der ist auf jeden Fall ein guter Typ, guter Kämpfer. Volker. Volker hieß der, ne? Volker. Volker Starkmann. Vielleicht nehme ich jetzt mal hier dann die. Ne, ne, der ist zu schnell, ne? Der ist zu schnell. Und das Elektro-Ding bringt hier gar nichts. Ich muss mal den, äh, kurz den Arm nochmal ändern. Aha. Na komm, einmal kurz das Gold holen. Ihr wisst doch, sonst haben wir nicht genug am Ende. Manfred Starkbert, das ist auch ein guter Name. So, lo, 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 schnell rennen und vielleicht nochmal kurz überlegen. Ah, wir haben ja auch, kann man schon mal gucken kurz. Zwar meine Seelen jetzt verloren, aber wir haben ja auch eventuell ein Upgrade für eine Waffe oder so. Wir haben ja schon einige von diesen Steinen eingesammelt. Wenn wir schon gegen Volker ankämpfen, dann doch bitte auf dem Zenit unserer Kräfte. Oh, ich hab die jetzt, oder? Weil 8, ich weiß nicht, hab ich, ah ja, ich hab die letztes Mal alle verkauft, ja. Ich hab, denke mal, ah, ne, seht ihr? Doch nicht. Jetzt hab ich 16. So, jetzt laden wir, denn wir haben ja gelernt und sind ja auch nicht ganz. Sind ja nicht, also gestern sind wir schon auf den Kopf gefallen, äh, aber wir sind nicht ganz so doof. So, wir laden jetzt einmal auf. Will ich einfach nur kurz warten? Ja. Toll. Bei ihm ist wahrscheinlich die Säure, oder? Oder ist Blocken wichtig? Ne, ich nimm den mal, weil ich glaube, Blocken ist eine richtig, äh, wichtige Sache bei dem, bei dem Boss, weil der so schnell, äh, schlägt. Kann ich denn irgendwas hier vielleicht schon verändern gleich? Da, wir haben ein Legion Kaliber, ne? Sowas wäre natürlich nicht schlecht. Waffenangriffe beim Blocken. Und wenn er haut, kriegt er einen ab. Ist das eine gute Idee? Hm, was haben wir hier? Ein schnelles Nachladen mit dem Schuss. Ist eine super Idee, aber braucht direkt, hä? Ach ne. Ja, noch einen. Also noch ein Kaliber. Und hier brauchen wir noch zwei. Aber wir könnten durchaus den Flambeer-Gel mal ausprobieren, ne? Hier sagt ihr, das wäre geil, wenn du Feiteranzis verdrehst und die Legionswaffe gedrückt hätte, wird ein Kettenangriff ausgelöst. Okay, die sieht echt geil aus. Das will ich eigentlich auch haben. Ah, okay. Ziemlich imbar. Ähm, sagt mal ruhig Bescheid, was ihr haben wollt. Ob ihr was haben wollt. Jetzt, aktuell ist wahrscheinlich das das Sinnvollste. Schnelles Nachladen. Ach ne, äh, hier. Blockangriff. Oder, Moment, kann ich denn mit dem Ding verfolgen? Das heißt, ich kann mich da auch an den schnellen Boss ranziehen. Aber ob das gut ist, der ist eh schon so schnell. Das wiederum, äh, hier, das wiederum wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Komm, wir machen das mal. Komm, scheiß drauf. Blockparade. Au, das ist auch gut. Dann hast du mit jedem Fabelslot kann man quasi parieren einmal. Puppenschnur ist sehr mächtig. Ja, okay. Kann man das denn nochmal umleveln oder so? Oder war es das? Weil dann mache ich als nächstes dann Puppenschnur. Aber ich sehe schon, ich werde ganz am Ende das letzte Ding nicht kriegen. Naja, ich wechsle aber auch gerne die Sachen. So ist es halt. Die Sachen, die Freude machen. Warum mache ich das? Weil ich glaube, dass ich hier aufleveln kann. Doch nicht. Einer fehlt noch. Was denn damit? Ja, komm. Wir benutzen das Ding, also werden wir es auch aufleveln. Ach, das ist ein bisschen Geld, ey. Man kann die Legion auch resetten. Okay, dann ist alles gut. Super. Und ich gehe gleich mal zum Baum. Ihr sagt, ich kann da umskillen. Dann machen wir das kurz bevor wir jetzt irgendwie kämpfen. Warum nicht? So, äh, die Kugeln ist super, die behalte ich. Äh, sonst, ich würde gerne mal die ganzen Sachen behalten. Aber, es wird einem wirklich nicht so einfach gemacht. Brauche ich nicht. Nehme ich weg. Nehme ich weg. Habe ich eh schon so viele, ne? Aber egal, man weiß ja nie, wann man sie braucht. Uns ist ja nun mal immer wichtig. Quarz wird gleich noch benutzt. Uh, geil, geil. Hier die Bäume, alle. Da, Sichel, Mondstein. Werde ich schon noch benutzen. Genau, ich wollte ja auch drei Amulette benutzen. Ich denke, das wird es dann. Er weiß nicht, wie man die drei Amulette benutzt. So, jetzt haben wir natürlich wieder einen von diesen Steinen weggehauen. Aber das war schon sinnvoll, dass wir zwei auf sieben haben. Äh, das ist mir wichtig. Jetzt habe ich nur wieder keine Kohle. Aber ich will ja noch, wollte ja noch was machen, ne? Ah, wohl, das Aufleveln kostet ja nichts. Wir gehen mal kurz hoch. Erstmal zum Baum. Oder ne, erstmal gehen wir zum Opa. Da ist er. Da. Also alle sagen, ich soll als nächstes mal die Schnur nehmen, dann mache ich das. Schnurstracks. Mache ich, was ihr wollt. Oh, hier ist ein Energieding. Das finde ich schon mal gut. Gürtelslots hinzufügen. Ne, ach, das kennen wir ja schon. Früchte, Tragezeiten. Würfelverwendungen erhöhen. Oh, das ist ja nur noch Scheiße, was du hier hast, ey. Was will ich denn mit einem weiteren Gürtelslot? Ich nutze die doch eh schon nicht. Früchte, Tragezeit. Wen kümmert das denn? Würfelverwendungen kann ich noch am ehesten mir vorstellen. Vielleicht hier was. Äh, das habt ihr schon mehrfach gesagt, ne? Das soll ich machen. Oder das. Ja. Klar. Aber ich kann es leider jetzt eh nicht, ähm, ändern. Also, ich kriege es jetzt noch nicht. Erst beim zweiten Quarz. Aber dafür kann ich aufleveln. Äh, so, was haben wir denn? Stufe 3 oder was? Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes. Auf jeden Fall. Und dann muss ich hier eben auch nochmal, falls ihr es nicht kennt, und dann wird das Ding aktiviert. Ich weiß nur nicht, ob dann die ganze Leiste ein weitergeht. Ich hoffe. Oder ob ich nur diese 3 ja auch holen müsste. So, wir gehen zum Baum. Wir machen gleich den Boss noch. Keine Sorge. Oh, ich hätte einfach hier lang gehen sollen. Wo kann ich den jetzt aufleveln? Vielleicht ist der Patch, vielleicht habe ich den noch gar nicht. Wo kann ich den aufleveln hier? Bei ihm? Bei dem Gold-Heini? Oder was? Das kann man ja mal wechseln. Ähm, obwohl, ne, stellt LP wieder her. Das heißt ja eigentlich, man kann ihn zweimal im Kampf benutzen, zweimal LP. Es ist also nicht der schlechteste Tausch. Mit dem Baum reden. Habe ich gemacht? So, alles andere habe ich ja schon von ihm gekauft. Ach so, mit Baumfrüchten. Ich verstehe. Erst wenn ich die habe, kann ich dann umskillen. Das kostet. Okay. Machen wir nächstes Mal. Den Arm muss ich auch noch wechseln. Ich glaube fast, bei dem Gegner, der sich ja auf mich zu bewegt, ist wahrscheinlich Feuer, weil ich es auch hochgelevelt habe, eine richtig gute Nummer. Oder halt das Schild, ne. Habe ich das jetzt schon benutzt? Ähm, habe ich das schon gemacht? Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt den Arm. Also, der Plan wäre, den Boss zu besiegen. Dann noch einmal umzuskillen und mal zu gucken, was man so genau, wie man sich noch auf vielleicht andere Waffen oder so einschießen kann, was da noch so geht. Aber vor allen Dingen, Boss erledigen. Ich habe noch eine Kiste zum Abgeben. Das ist ja interessant. Sicher? Ich gucke mal gerade. Weil diese Kisten, man sammelt ja immer irgendwelche Spezialkisten und die eröffnen dann neue Konsumgegenstände, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was bisher immer so war. Den Schlüssel. Oh, das werden wir auch gleich noch nach dem Endboss. Oder machen wir es doch vorher? Jetzt können wir es auch jetzt machen, ne. Wir gucken gleich mal. Ist ja um die Ecke. Schallplatten, Bücher. Ich habe die Bücher immer noch nicht abgegeben, glaube ich. Diese drei Bücher. Okay, komm, dann machen wir das schnell. Und zwar gehen wir ins Hotel, machen gut die Kiste. Sagt mal, wo die Kiste hin muss. Da hat man es auch gesehen, da war ein Kistensymbol. Und dann machen wir noch die Geschichte mit dem Dreifaltigkeitsschlüssel. Beim König Kampfplatz. So, mal gucken, bist du? Kann ich dir eine Kiste geben? Ne. Aber sie verkauft eh nichts, ne? Ist er das dann mit ihm? Habe ich aber eben auch schon gesprochen. Ich wüsste nicht, was ich noch, mit wem ich noch reden soll. Sicher, dass da noch was ist? Ach, die Rezeption. Okay, die habe ich vergessen. Stimmt, da steht ja auch noch der Page. Ja. Was haben wir denn? Das sind so gute Sachen. Will ich alles haben? Was ist das eigentlich? Repariert sofort. Ach so, nee, egal. Benutze ich nicht. Also, die haben schon geile Sachen. Das will ich jetzt unbedingt alles holen. Deswegen will ich meine Seelen erstmal haben. Ah, wir machen dann kurz. Ne. Ne, ne, wir holen erstmal unsere Sachen und kaufen das schnell. Weil dann kann ich auch aufleveln und dann machen wir noch schnell den Schlüssel. Ihr seht schon, das ist immer, der Boss wartet. Da muss er sich halt mal ein bisschen gedulden, finde ich. Und zwar geht es hier, äh, da lang. Zum Boss. Aber ich kill die. Weil ich's kann. Endlich war ich mal schneller. Hä? Ich blockte. Ja, okay. 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 Liegen die Seelen nicht beim Boss? Nein! Oder? Die liegen hier doch vor der Tür, wenn ich mich nicht irre. Was ist ja eigentlich... Ist das schon mal vorgekommen? Ich glaub nicht. Ich halte das für ein Gerücht, dass das überhaupt möglich ist. Es widert mich an, dass Leute überhaupt denken, das wäre im Bereich der Realität... Wo sind wir denn hier? Es ist immer noch... Wir reden immer noch von mir. Okay, ähm, ich geh nochmal hin. Grüße, Hazelnut. Ja, 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 das ist so, ne. Die sind immer noch alle da. Okay, komm, wir machen kurz einen Versuch. Diesmal mit diesem, ähm... Mit dem gelben. Und mit LT. Ah, seht ihr? Hat einen Schaden gemacht. Ja, hau doch. Okay, ich... Ach so, wieder andere Sachen, ne. Oh, schade. Das ist ja geil. Also, ich meine, das ist überhaupt nicht geil, aber es sieht schon cool aus, muss ich sagen. Hast du das gesehen? Ich hab ein Video gemacht. Nee, das war klar. Ja, ist blöd, wenn das Schild explodiert, ne. Ah, jetzt sehe ich auch die kleine Uhr rechts oben bei dem Schild. Zeigt halt an, wann das Ding wieder neu aufgeladen ist. Das hat mich nämlich bei meinen ersten Tests total irritiert. Oh, einmal von hinten geht auch. Cool. Okay, jetzt war die Phase, oder was? Ach, cool, aber klar, ne. Naja, da hat sich nicht rechtzeitig alles regenerieren können, muss ich sagen. Komm, greif mich an. Oh, immer springt er weg. Oh, ich war so nah dran, ihm eine zu zimmern. Alter, ich hätte ihn so gerne jetzt, ich hätte ihn noch geschafft. Äh, glaub ich. Aber ich, äh, kam nicht mehr mit dem Heilen hinterher. Ah. Das, äh, Schild hat sich auf jeden Fall bisher bewährt, finde ich. Jetzt nehmen wir mal das Ding, aber, ja, mal gucken. Ob das eine gute Idee ist. Oh, ich bin zu schwer. Oh, da muss ich gleich nochmal gucken. Irgendwas muss gerade so zu viel sein. Weniger, ne. Gar keiner davon, passt. Scheiße. 80, komm, irgendeiner? Nee. Wie doof, ey. Entschlossenheit plus 4. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Krasses Ding, ey. Vielleicht hat der mehr Säure? Nee, auch nicht, ne. Irgendwas würde ich gerne ablegen. Hilft aber alles nicht. Ich bin immer noch schwer. Wegen einem kleinen Scheißding. Na gut, dann nehme ich halt das Ding. Ich kann es nicht ändern. Oh, das Ding, etwas schwer. Hm, nee, nee, nee. Na gut, dann nehmen wir das doch mal. Gucken wir mal, wie wir damit, äh, gegen den kommen. Waffe entsprechend schleifen, Elektronen, alles draufwerfen, was du hast. Nee, du redest von einem anderen, ne. Das ist ein anderer, das ist nicht meiner. Ich habe ja auch einen Block umgesetzt. Ich glaube, das läuft jetzt gut. Jetzt habe ich mal wirklich mit der anderen Waffe mal gucken, wie die läuft, aber könnte sein, dass sie zu klein ist, äh, zu schwach, meine ich. Okay, das muss man auf jeden Fall auch noch mal lernen. Lass mich kurz heilen. Ich muss halt einfach erst mal lernen. Das ist natürlich jetzt müßig. Ich muss halt einfach erst mal lernen, wie die Leute, 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 die Leute Ah man Nicht gerade Ganz knapp nicht hingehauen Ah es ist wirklich nicht die optimale Waffe Dafür ist der zu groß und schnell Und die Waffe wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwach Ich meine sie haut gut hin Aber es reicht glaube ich überhaupt nicht am Ende Spätestens in der zweiten Stufe Ist das Ding durch Und es bringt halt leider auch nicht so viel Das Gewürbe hier Das ist halt eher für Massen Aber immerhin Ah es reicht nicht Das war nicht schlecht von ihm Erste Phase Bane aus dem Batman Comics Phase 2 Blauer Hulk Ja das kommt wirklich gut hin Genau die Genau die beiden Figuren Okay Wir machen jetzt erstmal den Kram Den wir vorhin Nicht gemacht haben Aber ich komme Vielleicht Es ist halt das Schwer Stört mich Ich muss mal irgendwas ablegen Das ist dieser Arm am Ende Ja Machen wir einfach mal Spaß Das ist der Kram Ich bin der Kram Wir machen jetzt irgendwie Aber ich habe jeden Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mann, Hulk! Autsch, 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 Autsch! Au! Hohoho! Hoffentlich halten's die Hosen aus. Nein! Nein! Bitte, habt mir noch Energie! Das war's für heute! Scheiße, Mann, hätt ich's jetzt hingekriegt. Mann, ich hatte ihn doch! Ich hatte ihn doch! Scheiße! Ich hatte ihn! Ich muss kurz pinkeln. Also wir sehen uns in zwei Sekunden wieder. Naja, es sind eher drei Minuten. Bis gleich! Weiter geht's! Ich finde, wir hatten jetzt schon... Da war schon viel Gutes dabei. Hat aber noch nicht am Ende gereicht. Aber die einzelnen Sachen haben schon gut ineinander gepasst. Wenn ich jetzt eben noch vielleicht mit dem Schild besser haushalten könnte... Ja, das weiß ich nicht, ob das Blocken, Block schleifen, ob das dafür verantwortlich war, dass das mit dem Blocken gut geklappt hat. Oder ob ich einfach teilweise ganz gut getroffen habe. Oder ob das Schleifen eigentlich nur den Schaden verringert. So oder so war es nicht... Nein, äh, nicht schlecht. Ich hab bald keine von diesen Münzen mehr. Keine mehr, okay. Aber das soll nicht so schlimm sein. Wir werden das trotzdem easy schaffen. Na? Ja, das ist natürlich bescheuert jetzt, ne? Okay, weiten nochmal. Ein bisschen müde bin ich. Ja, jetzt schon müsste alles stimmen. Oh, das war ein guter Abercut, ey. Zwei. Okay, drei. Alter. Da seht ihr mal, was das bringt, wenn man vorher diesen... Also, wenn man die volle Kombo benutzt, ne? Aus dem... Griff und dann noch dem Kopf. Hat direkt richtig viel was gebracht, aber ja, hilft mir hier jetzt nicht mehr. Also, dieses Stunnen geht mir furchtbar auf den Sack. Das ist nicht die beste Waffe dafür. Die haut schneller als die andere, aber hat halt null Reichweite. Da geht das Handy. Was ist los? Okay. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Eine halbe Stunde noch ungefähr. Bis dahin muss er fallen. Der ist wirklich nicht so mega schwer, möchte ich da hinzufügen, aber vielleicht... Ich müsste halt mal so bei einer Waffe bleiben, ne? Und mich dran gewöhnen. Aber ich hab ja gerade erst so hin und her gemixt. Das ist halt so. Man kommt dann schnell wieder raus, bis der Kram dann irgendwie wieder sitzt. Vergeht ein bisschen Zeit. Boss ist nicht die beste Location, um sowas zu lernen. Aber ich hab das Gefühl, der ist nicht so wirklich schwer. Der zweite Part ist natürlich schon heftig, weil der unglaublich wenig Energie verliert. Aber ja, das Austeilen... Wenn er einen nicht in die Ecke bringt, in die Kameraecke... Und nicht mit seinem permanenten Mega-Angriff so einen die ganze Zeit irgendwie nervt, dass man gar nicht mehr weiterkommt. Dann hat man da eine gute Chance. Das ist ein bisschen random, ob man es schafft oder nicht. Aber Egg ist auf jeden Fall hier sehr, sehr gut. Gibt immer einen schönen Batzen. Ey, das meine ich. Ich hab doch gedrückt. Direkt danach. Was ein Ding, ey. Was ein Schlag. Er kann sich ja bei der Deutschen Bahn arbeiten und die Leute von Berlin nach Hamburg boxen. Eine schnelle Waffe, ne. Die ist einfach zu lahm, die ich da gerade hab. Da kannst du vielleicht, wenn du mit dem Geist zusammenarbeitest, kannst du natürlich viel damit machen, weil du ja die Möglichkeit hast, den abzulenken. Mit dem Geist. Und dann kannst du natürlich aufladen oder ist das nicht so schlimm. Aber optimal ist es so jetzt auch nicht. Fühl ich mich nicht gut bei. Nee, den hab ich aber auch schon probiert. Ich find den dafür nicht geeignet. Ich probier den mal. Da hab ich da unterschiedliche Meinungen. Langsame Waffe geht bei dem sehr gut, weil der viele Pausen macht. Sicher nicht verkehrt. Hat eine andere Strategie, ne. Aber der wird schon legbar sein. Ich wünschte, ich könnte, das geht wahrscheinlich später, den Ergis Cooldown reduzieren. Kann sie die ganze Zeit blocken und explodieren. Lieb zu den Folgen der Wahrheit! Nee. Komm, ernsthaft? Was war denn das jetzt? Was war denn das? Lässt du eigentlich mal aufstehen oder was? Oh Gott, ey. Ich konnte die Waffe gar nicht testen. Oh, an euch lass ich's jetzt aus. Diese Erholung dauert bei mir zu lange und ich hab dieses eine Upgrade nicht, wonach man sich nach einem Bodenwirbler wieder schnell aufraffen kann. Und das merke ich immer wieder in diesen Kämpfen. Aber das Upgrade-System ist echt so hart, dass du... Also du kannst nun mal halt wirklich nicht alles upgraden. Das ist irgendwie... Also ich hab schon das Gefühl, ich hab alles eigentlich richtig upgradet, so wie ich's brauch. Aber es fehlt trotzdem immer irgendwas, ne. Alter. Also ich habe auch nicht mehr gehört. Ich habe eine Angelegenheit, die Manchester-Kilakonung im Umborough-Kilakonung im Umborough-Kilakonung im Umborough-Kilakonung. Ich kann seinen Angelegenheit, das ist nicht wirklich cool. Es ist einfach nicht nur ein Schresso-Kilakonung im Umborough-Kilakonung im Umborough-Kilakonung im Umborough-Kilakonung im Umborough-Kilakonung. okay die waffe geht gar nicht ja das ist nicht so nicht so geeignet gefühlt habe ich echt nur scheiß waffen gerade für den dann noch die ring problematik mit dem schwer immer noch schwer nee kann ich nix machen etwas schwer kompromiss halt noch mal damit jetzt ich Das war's für heute. Genau in der Scheißsekunde kommt der Angrant, die dumme Plunze, ey. Boah, ich hasse den. Wer greift noch an? Mann, die Reichweite reicht nicht mal. Nicht mal von dem Ding reicht die Reichweite. Wollte mich verarschen. Ja, halt, keine Ausdauer mehr. Was soll ich machen? Da blockst du schon. Das reicht immer noch. Ich bin nicht so bereit. Ich bin der Nebel. Ich bin der Nebel. Ich bin der Nebel. Ich bin der Nebel. Das war's. Das war's für heute. Scheiße! Wir haben den Scheiß ab jetzt. Das neue Welt ist zu uns! Na toll, du Scheiß-Move! Nenn dich doch Selbst-Mod-Move! Mann, ey! Hallo zusammen, ich steige gerade ein in Simons Run durch Life of P. Hat er schon alle wichtigen Items verkauft? Ja, Mann! Deine Mutter als erstes! Nee, ich hab's diesmal smarter gemacht. Aber nicht viel. Aber ein bisschen. Aber nicht viel. Aber ein bisschen. So, wir machen das nochmal. Wir machen das jetzt ein paar Mal. Ne, er freut mich natürlich, wenn du guckst. Ernsthaft. Wenn ihr Tipps habt, haut raus. Ich hab's halt bisher jetzt noch nicht weiter geschafft. Aber er war ja relativ angefressen in seiner zweiten Phase. Wenn ich vielleicht das Ding häufiger benutze und von Anfang an... Vielleicht muss ich da auch auf Feuer umstellen. Und mir noch ein paar Items auch benutzen. Weil ich hab ja auch so Feuersensen und so. Aber ich hab die jetzt halt nicht eingestellt, ne? Wir sind die Reward! Ja, ne? Sobald einer trifft, kriegst du direkt den nächsten hinterher. Und dann noch einen. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ist nicht okay. Finde ich nicht gut. Knie nieder! Schlamperig! 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 Ich habe L2 gedrückt, warum ist jede Animation hier länger als dessen Scheißkämpfe? Der Typ ist 5 Meter groß. Warum ist der so schnell? Was ist denn das für ein Quatsch? Weil es so scheiße lang dauert, bis der sein dummes Schild rausholt, die Arschgeige. Das ist eine Wiese. Der Typ ist das, weil das Räuner der Vorbeinein der Vierge ist. Das würde mir sehen, dass das Räuner der Vierge ist. Ich habe L2 gedrückt, wenn ich die Vierge in der Vierge ist. Ich habe L2 gedrückt, aber ich habe L2 gedrückt. Das ist das Räuner der Vierge in der Vierge in der Vierge aus der Vierge. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Uh oh 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 oh. Oh, come on. Ah, ich habe gerade keinen Bock auf den. Es fängt wieder an. Souls-like. Nervt nur noch. Keine Lust. Nervt nur noch. Ich kann immer nur nicht aufleveln. Also ich kann immer noch nicht aufleveln. Das geht aber nicht. Blablabla. Was wollte ich denn hier? Warum bin ich denn hier nochmal hin? Ach ja, Quarz. Also wie gesagt, ich kann nicht umskillen. Ich habe den Patch gar nicht. Ich spiele noch auf schwer. Ihr spielt ja mittlerweile auf leichten Bossen. Mein Gott, müsst ihr wissen. Aber ich spiele natürlich auf schwer, solange es geht. Ich werde den Rechner auch nie wieder ausmachen, damit ich nur noch auf schwer spielen kann. Hä? Aber Moment. Es hat mir doch jemand einen Quarz gegeben. Bin ich völlig bescheuert? Ich habe doch eins. Habe ich das echt schon genutzt? Ich hätte schwören können, ich habe noch eins. Was wollte ich denn dann hier? Was ist denn noch neu? Habe ich irgendwas vergessen? Okay, vielleicht wollte ich die Waffe erfüllen. Ich weiß gerade nicht mehr, was hier war. Legion zurücksetzen. Das ist ein guter Punkt. Hä? Wieso? Wieso eigentlich? Ach ja, weiter modifizieren meinten wir, oder was? Nee. Wieso zurücksetzen? Wovon reden wir? Ich weiß nicht, was ihr meint. Quarz kaufen. Zimmer! Du redest wirr. Hast du gerade einen Schlaganfall? Aber nein, ich weiß, was ihr meint. Wir wollten hier was kaufen. Ja, 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 ja. Komm. Also, wir kaufen den Quarz. Den wollen wir ja haben. Dann kann man irgendwas machen. Hier haben wir noch den. Ja. Drei davon. Ich muss erst mal gucken, welche ich überhaupt noch brauche. Bis sechs und bis drei. Goldmünzen, Früchte, das Ding. Genau, okay. Und viel mehr habe ich im Moment eh nicht. Okay, wir machen das mal schnell. Ob ich dann vielleicht was machen kann. Mit Legionen. Ah, du spielst über den Game Pass. Da ist nur nichts gepatcht. Nee, seht ihr? Ich nehme mich auch. Bei mir. Ich spiele auch über den Game Pass. Da ist nichts gepatcht. Äh, ich habe das alles noch nicht. Pff. Ich brauche es auch nicht. Ähm, okay. Und hier wollten wir... Ja, was wollten wir da jetzt eigentlich verbessern? Was? Ich meine, wir haben ja jetzt nur diese Dinge. Ich muss gerade mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt genug dafür habe. Regionswaffe modifizieren. Wir haben einen. Also könnte man jetzt... Warte mal, was mache ich denn da? Angriffe beim Blocken. Was wäre hier, wenn wir einen... Nee, haben wir alles schon. Was war hier nochmal? Nee, da ist kein Platz mehr. Bewegliche Ladung bringt jetzt auch nichts. Ja, machen wir mal das. Ihr habt ja gesagt, ich soll mich auf die Puppenschnur einstellen. Gucken wir mal, was die kann. Ich muss mir gleich meine Items nochmal neu legen. Und dann versuchen wir es nochmal richtig. Vielleicht haben wir sogar jetzt noch einen Geist übrig. Wer weiß das schon. Okay, erstmal schauen. Etwas schwer, weil wir jetzt eine andere Hand haben. Das heißt, wir können das jetzt ein bisschen besser machen. So, was ist das hier? Erhöht LP. Ja gut, der bleibt. Der zweite ist dann... Entschlossenheit plus 4 ist super. Schaden ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann muss ich jetzt nochmal auch eine Waffe nehmen, die mit Entschlossenheit levelt. Das ist doch die hier, oder? Ja. So weit, so gut. Ich hoffe, der Griff ist gut. Ja, ihr meintet, der ist gut. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Hier noch was. Was ist hier noch? Nee. Da, es geht gar nichts mehr. Okay. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Jetzt kommen die wichtigen Sachen. Ah, okay. Das ist natürlich geil jetzt. Okay, dann machen wir das mal. Nee, ist schon okay. A gedrückt halten und dann... Ja, ja, das machen wir so. Und dann machen wir hier die Kugel hin. Und die Kette auch noch. Weil mit all diesen Dingen können wir... Ich weiß, vielleicht geht es auch nur mit der Kugel. Aber dann können wir die Leute aus ihrem Block rausholen. Nee, shit. Naja, warten wir noch, bis wir vorne sind. Das war schon mal ein sehr erfolgreicher erster Einsatz. Ja, für sowas ist es, das wusste ich nicht, dass man das kombinieren kann mit einem Finisher. Ist das natürlich fantastisch. Du kannst auch die Sachen beim Malu-District kaufen. Äh, nee, beim Malu-District sind die... Ist das, was ich glaube, ist das, was ich glaube? Auf jeden Fall. Stimmt, da könnte ich mir noch hier... Naja, hast schon recht. Da kann ich schon ein bisschen was kaufen. Mach ich, wenn ich jetzt hier nicht es nicht schaffe. Wir haben ja schon drei Stunden. Dann höre ich auf und mache es beim nächsten Mal. Und dann habe ich dann auch die richtige Ausrüstung. Winkt gar nichts. Na gut, immerhin. Winkt ein bisschen Schaden. Aber ich dachte, ich kann mich da hinziehen oder so. Oh, Mann! Jetzt habe ich beide Sachen komplett verkackt. Das ist mega schlecht. Ich brauche eine andere... Ich brauche einen... Wie heißt das? Einen anderen Griff. Also wenn ich das Entschlossenheitsding benutzen will, brauche ich einen anderen Griff. Sonst ist das komplett lächerlich. Vielleicht nehme ich jetzt wirklich erstmal die andere Waffe, weil das ist... Das funktioniert nicht. Das ist einfach nicht gut. Es ist sicherlich keine schlechte Waffe für viele Dinge, aber hier funktioniert sie überhaupt nicht. Ich war so nah dran, es hat trotzdem nicht geklappt. Simon, hast du schon separate Ways gestreamt? Nein, das mache ich am 1.1. Äh, Schoktober. Am Anfang des Schoktubers ist das zumindest geplant. Manchmal geht es scheinbar. Okay. Okay. Was ist das? Sie sind die B-4. Ich zeige diese Worte zu Ihnen. Oh. Okay, letzter Versuch für mich, danach höre ich auf. Versuchen wir es halt nochmal. Ich lasse sogar das Tod des Ergo liegen. Das war ja immer um vier. Und danach sowas? Du bist so weich. Du bist so weich. Dieser scheiß dritte Schlag jedes Mal. Ich komme halt einfach nicht auf. Ich kann nicht aufstehen. Du bist so weich. Darüber hinaus! Näumer! Das war's. Das war komplett fail mit der Puppenschnur. Aber das ist ja mein Fehler. Ihr habt ja nur gesagt, dass die aufgelevelt gut ist, aber die ist jetzt... Also ich hab das komplett... Das war ein rausgeschmissenes... Komplettes rausgeschmissenes Geld. Ähm... Egal. Muss man mit leben? Er nicht. Er muss nicht damit leben. Aber ich. Okay, vielleicht müssen sie doch damit leben. Oh, ich hab hier keinen Bock mehr, ey. Einen letzten Versuch. Oh, ich hab hier keinen Bock mehr. Ich brauch hier dringend mal ein paar Seelen und dann muss ich einmal alles kaufen. Ich muss ein bisschen die Schleifsteine haben. Ich hab ja auch die völlig falschen Schleifsteine. Wobei ich sag, dass der mit den Blocken ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ach, ich hab schon wieder die Puppenschnur. Alter, warum mach ich denn das? Oh! Oh, die Reichweite geht mir auf den Sack. Die reicht nicht. Okay, das war nicht schlecht. Was? Ich hab doch voll getroffen, ihr habt's gesehen. Das war der weiße Ding und ich hab getroffen. Aber scheinbar ist meine Waffe immer noch gebufft, oder? Na endlich. Na toll. Oh nee, falsch. The new world belongs to us. Oh ho ho. Oh ho ho. Oh ho ho. Mann ey, lass mich mal fucking aufstehen jetzt. Ah, die zweite Phase macht null Bock von ihm. Oh ho ho ho. Oh ho 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 ho. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich probiere jetzt mal mit dem Feuerflammending. Ich habe das Flammending auf Level 3. Wenn das jetzt nichts bringt, wäre das doch komplett für den Arsch. Ich muss mich auf jeden Fall einmal umskillen. Und ich muss die richtigen Items holen. Es nervt halt, weil ich den Extra-Weg nicht machen will. Und wenn ich es aber machen würde, hätte ich ihn jetzt wahrscheinlich schon längst gelegt. Aber ich kann und will nicht. Ich bin zu faul. Okay, warte mal. Was wollten wir noch? Eine Sache will ich noch probieren. Genau, einmal den Arm noch. Und dann ist der Abend, glaube ich, für mich auf jeden Fall gelaufen. Weil ich habe, vorhin gesagt, keine Lust mehr gerade. Habe ich es denn jetzt? Ja, habe ich es. Okay. Aber so langsam kriege ich seine Movesets so ein bisschen reingeprügelt, wortwörtlich. Es ist halt immer dieser Extra-Schlag. Das ist so schwer zu raffen. Die kündigen das nicht so richtig an. Die telegrafieren dir nicht vorher, was gleich kommt. Man muss halt so ein bisschen immer auf die, auf die, wie beim echten Boxen nehme ich an, so auf die Schultern achten. Aber dann ist es mal lang, super schnell. Lang, schnell. So, ne, du weißt halt nie, was kommt jetzt. Nein, die Dreifaltigkeitstür habe ich noch nicht gemacht. Ah, die Ausdauer ist es deswegen. Na, komm, mach. Mann, okay. Wenn die Nummer anfängt, dann kommst du da nicht raus. Und da war ich zu nah. Nein. Ihr habt es gesehen, ne? Diese Traurigkeit, wenn man da noch zugucken muss. Bis zum nächsten Mal. Ich habe kein einziges Mal Flambergé ausprobiert. Das nochmal machen. Und dann kann ich vielleicht als letztes noch dieses Quarzupgrade machen. Mann, es war bisher so einfach. Ich habe mich so schön stark gefühlt. Jetzt geht es mir wieder auf die Nerven. So ist das halt. Mann, lass mich doch. Ach komm, fäng dich doch. Scheiße, hau ab du Pissgesicht, Alter. Okay, ich höre jetzt auf. Ich habe den Bock mal gesehen. Rock Beans, da ist wahrscheinlich gerade die Vorbereitung von einem. Oh, die sind auf der Straße. Ich weiß es nicht. Viel Spaß, Leute. Das wird geil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich dieses furchtbare Drecks-Arschloch-Spiel nochmal spiele. Ich hasse es wie die Pest. Ich möchte seine Mutter verprügeln und ich werde finden, wo er wohnt. Und sein Auto parkt. So. Kauft dieses Spiel nicht. Es wird euch keinen Frieden bringen. Es wird euch kein Glück bringen. Kein Spaß. Ihr werdet es für immer hassen und unzufrieden sein. Viel Spaß jetzt bei Rock Beans. Da nehme ich alles anders. Bye. Hi. Da sind wir wieder. Ich muss sogar hier gerade noch die Kopfhörer reinstecken. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mich hier hingesetzt und dachte eigentlich, naja, von meiner internen Planung wäre ich jetzt eigentlich mit Cyberpunk dran. Das würde ich gerne weiterspielen. Aber dann hat mich doch der Peter gerufen. Lies of Pi. Will irgendwie dann doch von mir, dass ich mich mit dem Endboss nochmal auseinandersetze. Ich fühle es. Wirklich. Vielleicht ist ja heute der richtige Moment. Genau diese Sekunde ist jetzt entschieden worden vom Schicksal, dass ich es jetzt gleich beim ersten Mal schaffe. Ich wäre sehr begeistert. Ansonsten werde ich vielleicht dann gleich jetzt noch ein bisschen looten und leveln. Und dann werden wir halt die Sachen machen, die ich eigentlich gestern Nacht machen wollte. Habe ich aber nicht gemacht. Warum? Hm. Keine Ahnung. Da vorne ist der Boss. Direkt die Leiter hoch. Grüße, Colonel. Du bist immer sehr schnell. Du bist einfach von den ganz schnellen Mods. Wünscht mir Glück. Das ist alles, was ich mir wünsche nur noch. Dass ich das jetzt schaffe. Ich bin komplett ruhig. Und erwarte gar nichts. Ich nehme sogar verhöhnenderweise die 36 Ergo nicht mit. Okay, aber trotzdem kann ich mich ja mal kurz spritzen. Flambeger ist ausgerüstet. Blocken ist irgendwie jetzt aktiviert. Okay, Konzentration. Au. Ah, das war ja ein furchtbarer Anfang. Okay. Puh. Oh, je, je, je. Ah, das war der Fuß, ne? Ich dachte, da kommt ein Schlag. Noch eine. Alter. Vier Schläge. Alter. Ich krieg's nicht hin. Aber irgendwann. Jetzt nicht. Ah, das wär wirklich nicht nötig gewesen. So, das kann man einmal noch, das wollte ich letztes Mal, da war ich dann zu wütend, das Flambeger testen. Was das so bringt. Au, au, au. Ich seh kaum, was das abzieht. So wenig ist es. Das ist seine erste Stufe. Aber immerhin brennt er. Ah, wobei, jetzt ist es ein bisschen mehr. Vielleicht muss ich das erst noch so ein bisschen stacken. Dafür ist es super. Für diesen Moment. Super. Okay. Damit können wir vielleicht arbeiten. Endlich sehen wir hier mal ein paar rote Zahlen. Denkt man sich im Gegenteil, Welt. Aber hier stimmt das so. Hier ist das gut. Ein gutes Zeichen. Jetzt brauche ich nur beim nächsten Mal noch viel, viel mehr Legion. Nein, Moment. Wenn ich mit einem Plan B rechne, habe ich eigentlich schon verloren. Ich muss davon ausgehen, dass ich es immer schaffe. Und, das ist auch so ein bisschen ein kleines Problem. Wenn ich da gerade so gucke. Ich habe ja nicht genug Legion und damit auch nicht genug Flambergé, um überhaupt jetzt richtig Schaden zu machen. Aber ich kann ihn damit schon ganz gut. Jawohl. Jetzt kriege ich ihn vielleicht sogar in die zweite Phase. Ah, nee. Hier macht es nämlich keinen Schaden, weil sonst wäre es zu einfach. Okay, hat sogar. Das hat so wenig Abgeschaden gemacht, dass ich gedacht habe, es hat gar keinen Schaden gemacht. Mehr. Mehr Feuer. Brandgefährlich ist der Job hier mit mir. Komm, jetzt bitte mich. Brenn doch mal. Geht nicht mehr. Oh, ja, 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 ey. Der ist aber auch wütend, der Typ. Ah, okay. Das sagen sie alle. Bisschen liegen, sagen sie das. Oh, oh, ich habe nichts mehr, ne? Flambergé bringt bei ihm wahrscheinlich gar nichts mehr. Das hätte ich gerne noch ausprobiert. Ist der Arm Gottes sein Arm? Ist es einfach sein linker oder rechter Arm? Ah, es ist wirklich geil. Hier zu sein, eine Flasche Wasser dabei zu haben, euch im Chat und eine 3 Meter Säge über der Schulter. Allerdings muss ich sagen, ich werde sie mal austauschen. Ne, das Ding hat ja nicht geklappt. Ich würde das gerne mal kombinieren eigentlich mit dem. Warum eigentlich nicht? Ah, weil das Moveset hier zu krass ist, ne? Haben wir nicht noch ein anderes... Ich baue mal gerade eine Sache um. Ich will mal kurz was probieren, weil... Wir machen mit dem... Obwohl, nö. Jetzt gerade lief es ja nicht so schlecht, ne? Ne, bleiben wir mal bei. Aber ich würde gerne mal die Waffe umbauen. Aber das kann ich auch hier machen. Stimmt, ich muss nicht mal ins Ding. Ich würde einfach mal einen längeren Dings probieren. Einen längeren Stiel. Was ist denn gut bei dem? Ne, es ist schon die beste, ne? Okay, aber der Stiel. Also hier haben wir die aktuelle. Ist der Griff der explodierenden Spitzhacke? Weil das auch schöne Kombos sind. Wir brauchen jetzt irgendwie vielleicht Griff eines Großschwertes. Das ist nicht so mega. Absolute Verteidigung. Komm, probieren wir das mal. Weil die absolute Verteidigung kann ja nur gut sein bei diesem Klopper. Und ihr seht, ich habe ein bisschen Länge, immerhin. Und das ist ein anderes Moveset. Wir gucken mal. Ups, ich laufe falsch. Ja, grüße an alle, die jetzt gerade reinkommen. Freut mich, dass ihr schon zum Teil so lange da seid. Wohnst du noch in deinem Streamingflur? Ja, das ist ja quasi nur ein kleiner, ein kleiner Raum. Meiner gigantischen, meines Anwesens. Das hier wäre zum Beispiel, ist eine Toilette bei mir. Da musst du einmal hier, da musst du fast schon wieder pinkeln, wenn du dann zurückkommst. Ähm, aber das ist mehr was für die Älteren unter euch. Wir lassen die Kohle hier. Wir gucken mal gerade, ob ich schon welche habe. Nee, Sternfragmente müssen wir nochmal kaufen nachher. Wir müssen einfach ein bisschen Geld holen. Aber ja, grüße. Ich wohne natürlich mit ihr zusammen. So, ich bin hier nicht alleine. Es ist auch kein Studio. In dem Sinne. Ah. Mann, man sieht es ja an meinen Bewegungen, dass ich immer so verzucke, ne? Zu früh schon. Aber vielleicht denke ich mir immer, aber bei dem bringt es nichts. Der hat einfach zu viel Energie. Weil, du kannst dich nicht so Stück für Stück an ihn ransägen. Du musst wirklich einfach aggressiver spielen, als ich es gerade mache. Ich will nur erstmal die Moves auch lernen. Ich bin immer noch zu früh und das geht nicht. Und gerade die roten, die unblockbaren, was soll ich denn da machen? Die muss ich erstmal lernen. So, jetzt probieren wir den mal aus. Ah, das ist so einer. Okay, der ist gar nicht so schlecht, ne? Seht ihr? Und dann kann man so einmal anbringen. Und dann habe ich ihn auch gleich in so einer komischen... Jawohl. Das wollen wir haben. Einmal anbrennen soll er. Vielleicht ist es tatsächlich besser auszuweichen bei dem Roten. Weil ein nach hinten klappt fast immer, habe ich gemerkt. Ich habe das Gefühl, Feuer ist wirklich hier für die erste Phase gut. Einfach um es abzukürzen, ne? Autsch. Nein! Einmal den falschen gedrückt, schon hast du irgendwie eine, quasi eine Sekunde, die wichtige Sekunde verloren. Und kannst nichts anderes mehr in dieser, in dieser Runde sozusagen machen, ne? Weil du, äh, du weißt, es kommt der nächste Angriff von ihm. Okay, so. Auch, direkt rein. Das war halt der Rote. Der Rote! Echt schade, dass seine Tanks nicht einfach Feuer fangen. Das wäre irgendwie ein cooles Detail. Immer diese Ecke. Komm, trink, trink was. Okay. Oh, dieser Move, ey, er reicht nicht. Aber er ist nicht schlecht, er reicht nur nicht. Au. Da muss ich eindeutig nach rechts, glaube ich. Schon wieder, ich bin wieder nach links, ne? Ich muss nach rechts. So, ich muss ein bisschen mehr um ihn rumtänzeln, glaube ich. Au. Das darf natürlich nicht passieren, ist ja klar. Puh. Also die perfekte Verteidigung. Ich weiß nicht, ob die wirklich, ne, das war es auf jeden Fall nicht. Eben. Vielleicht habe ich den falschen, das falsche Y gerade benutzt. Aber mit dem komme ich jetzt nicht so gut klar, muss ich sagen. Also es funktioniert noch nicht so, wie es mir vorgestellt hat. Dafür haut der nicht genug rein. Vielleicht jetzt in der zweiten Phase. Wieder mehr als ich dachte. Ah, sehr gut. Komm her. Oh, keine Energie mehr, ne? Ah, fast. Auto-Block hat nicht geholfen, ne? Das war perfekter Block, aber ich habe ihn falsch benutzt. Aber jetzt wissen wir es. Fuck. Warum habe ich das so gemacht? Okay. Ah, ne, das war es. Hätte ich jetzt, wäre ich ausgewichen, hätte ich den gemacht. Hätte ich ihn noch gefinisht. Hätte er nur noch so viel gehabt. Wer weiß. Vielleicht hätte ich sogar noch ein Energiepäckchen bekommen. Das war es schon wieder knapp. Beinahe. Ihr wart dabei. Simon, hast du eine Catchphrase? Ganz vorsichtig, da passiert dir nichts. Ganz langsam. Ganz langsam und atmet viel ein dabei. Dann wird alles gut. Das sage ich meinen Bösewichtern immer. Ne, habe ich nicht. Außer vielleicht, ich parke erst 5 Minuten. Aber die habe ich schon lange nicht mehr benutzt, seitdem ich kein Auto mehr habe. Feuer auf die Waffe hilft auch, ne? Ihr seid auch echt absolut korrekt, ne? Ihr habt das die ganze Zeit schon gesagt. Immer wieder. Und ich habe es nicht gemacht. Ich muss das gleich mal austauschen. Am nächsten, beim nächsten Mal. Aber es wird ja keins mehr geben, denn ihr wisst ja, ne? Ihr habt schon verloren, wenn ihr einen Plan B habt. Einfach perfekt wird es sein. Oh, nö. Okay. Mann. Autschi. Wie soll ich denn hier irgendwas noch machen? Komm. Geh mir doch mal. Okay, das war irgendwie vom Timing ganz falsch. Ich gebe jetzt aber, ich wollte gerade sagen, ich gebe nicht auf, auch wenn ich gerade schlecht spiele. Ne. Ich habe einfach, ich bin gestorben. Gute Frage eigentlich, ob ich mittlerweile mein, mein Kram resetten kann. Ich glaube, ich glaube, es gibt immer noch kein Update. Wir gucken mal gerade. Weil das würde mich jetzt echt mal interessieren. Und dann kann ich auch mal den, äh, den Schleifstein ändern und generell eins, zwei andere Sachen anpassen. Okay. Man könnte halt auch mal kurz farben und so. Ich will jetzt aber nicht aus dem Rhythmus kommen. Ich habe das Gefühl, man kann ihn schon jetzt schaffen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen dran bleibt. Doch, ja, der Patch ist raus. Aber auch für Xbox. Oder in dem Fall jetzt für Microsoft Xbox Live. Ja, heißt ja doch so. Dann gehe ich mal hin zum Baum. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Na gut. John Allen sagt es. Ich glaube ihm. Er kennt sich aus. Er hat bisher immer, immer recht gehabt. Glaub ich. Da. Unfassbar. Geil. Jetzt machen wir kurz mal hier. Ist das geil. Das ändert alles. Ah ne, ihr meint ja, die Puppenschnur soll man behalten. Ich mache mal alles zurück. Alles zurück. Und wir holen jetzt eine richtig schöne. Ne. Kann ich noch mehr? Zurücksetzen. Alles zurück. Ich hoffe, ich habe überhaupt genug Goldmünzen. Dafür sechs habe ich noch. Das geht noch. Und dann war es das leider. Da müssen wir warten. Aber damit habe ich genug, um mir eine von diesen Legionswaffen richtig aufzupimpen. Und ich glaube, ihr wisst natürlich schon, was ihr jetzt haben wollt. Ihr kennt mich ja. Das geht jetzt im Bubble nicht mehr. Zwölf Quarz. Ich könnte einmal komplett mich neu gestalten. Oh, ist das toll. Was ist denn hier? Was ist Stufe? Zurücksetzen. Achso, das sind dann alle meine Sachen. Alter, 276.000 Ergo. Da müsste ich dann wirklich mal gucken, was ich da wirklich mit mache. Dann sollte ich das machen. Aber jetzt habe ich erstmal einen neuen Legion-Arm. Doch, der Game Pass-Patch ist jetzt scheinbar raus. Denn, also ich bin ein lebender Beweis dafür. Ich war auch nicht sicher. Aber wenn das jetzt geht. Ich habe ja einen Game Pass. Ich nutze den ja auch hierfür. Vielleicht habe ich irgendeine andere Edition. Das kann natürlich sein. Aber ich müsste eigentlich derselbe sein, oder? So, kurz mal den Arm tauschen. Oh, ich bin richtig happy jetzt. Ich bin wirklich so richtig so. Okay, neuer Tag. Wir haben uns ein bisschen warm gespielt. Das wäre doch wirklich verrückt, wenn der jetzt nicht fallen würde. Wir nehmen jetzt mal diese Puppen-Schnur. Wir werden die jetzt mal aufleveln. Und dann werden wir mal gucken, ob man da vielleicht mit klarkommt. Und so. Habe ich die schon. Da. Und den auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stärkste Legierungswaffe. Okay. Das habe ich noch nie gehabt bisher. Aber das kann ich vor allen Dingen jetzt mit allen machen. Auch mit dem Flammenwerfer. Ich könnte theoretisch alles immer mit ein paar. Also diese Bäume sind schon eine tolle Idee, muss ich ehrlich sagen. Weil die machen es eigentlich überhaupt nicht einfacher. Aber sie nehmen dir dieses Grinden, dass irgendwelche Steine suchen, mit denen du es zurückleveln kannst und so. Das nehmen die dir schon ganz gut ab. Finde ich sehr, sehr gelungen. So. Gekämpft wird jetzt. Wo hast du diesen Eselkopf her? Um ehrlich zu sein, dachte ich, den gibt es von Anfang an. Vielleicht habe ich am Anfang eine Sache gemacht. Irgendeine Nebenmission muss es wahrscheinlich dann gewesen sein. Die andere nicht gemacht haben, weil sie wahrscheinlich zu nervig war. Weil man sich gerne da verläuft in dieser einen Location. Und ich denke, dass dieser Eselkopf da... Ne, den kriegt man beim zweiten Boss. Ja, dann ist es ja einfach. Ich dachte, ich wäre irgendwie besonders. So, ich will noch was ändern. Den Schleifstein nämlich. Auf Feuer. Könnte auch Säure sein, ne. Man weiß nicht, aber... Also was würdet ihr sagen ist besser? Weiß nicht, Leute. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm dieses Gammelige sehr gut funktioniert. So, welchen Wundstein LP? Okay, machen wir. Ja, Wundstein kommt auch direkt hier rein. Ähm, ne. So nicht. Ja, eigentlich bräuchte ich Legion auch, ne. Das ist natürlich doof jetzt. Dass ich die gerade nicht habe. Ich habe so viel ausgegeben von... Ich habe alles benutzt. Naja gut, dann probieren wir es trotzdem mal. Das ist okay. Ansonsten müssen wir einmal kurz ein bisschen grinden. Aber auch nicht so viel. Und den werden wir jetzt endlich auch mal benutzen. Den werde ich mir dann aber... Nicht dahin, sondern hierhin packen. Das ist die ultimative Waffe, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt. Ich habe die noch nie benutzt, aber die soll sehr, sehr cool sein, wenn man sie denn endlich hat. Ähm, kann man kaufen auch. Wenn jemand weiß wird, wenn der Rahmen da weiß wird, dann kann man ja aufladen. Oder du kannst so ein Ding abballern. Einfach einmal X drücken und das war es schon. Ähm, angeblich. Der Sage nach. Der Legende nach. Äh, Geppetto resettet ziemlich am Anfang. Eselkopf bekommst du, wenn du... Ah, okay, wenn du Geppetto rettest. Nicht resettest. Okay, aber sehr interessant. Also da kriegt man den Eselkopf. Wirklich direkt am Anfang. Das ist eigentlich die... Man könnte fast sagen, die Tutorial-Mission. Weil er alles erst losgeht, sobald du Geppetto natürlich gerettet hast. So. Wir haben natürlich direkt einen Fehler gemacht und diese Box nicht benutzt, ne? Nicht sehr smart. Das dauert halt ewig, das merke ich gerade hier. Ich komme aktuell nicht dazu, meinen Puppenkram einzusetzen, meine Schnur. Weil ich hier zu sehr mit Glocken und Schlagen beschäftigt bin. Aber vielleicht kriege ich jetzt gleich mal eine Chance. So. Okay. Ich habe halt keine Ahnung. Oh, was ist hier passiert? Okay, Kugel. Ja. Die Kugel. Die gnadenlose Kugel. Sie hat den Stein ersetzt. Ja. Und so einen Säure-Ding kriegst du da auch noch hingeworfen. Ha, 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 ha. Das ist ja geil. Das ist ja super gut. Ist natürlich jetzt immer noch nicht gewonnen dadurch, aber das war schon ein sehr guter Auftakt. Nein. Ich komme nicht dazu, das Ding zu benutzen. Jetzt. Hammer. Funktioniert gut. Ist wirklich gut. Ist nicht, ist überhaupt in keinster Weise problematisch zu bedienen. Man muss halt ein bisschen aufs Timing achten, aber das muss man ja immer. Nein, scheiße. Ich habe keinen Schleiftein mehr, weil ich den ja nur einmal benutzen kann. Okay. Jetzt ist der Moment, wo ich weiß, ich hätte viel mehr Regionen gebraucht, aber das werden wir als nächstes sammeln. Ah, shit. Nein, ich mache. Okay. Nein. Nein! Nein! Nein. Wieder die falsche Richtung. Es ist immer dasselbe, ne? Man muss ja eigentlich nur auf den Arm gucken. Oh, einen dritten. Habe ich nicht kommen sehen, ey. Nein! 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 Okay. Ich habe keine Kugel mehr. Oh, wie gemein. Wie hundsgemein. Aber ich habe es halt auch voll verkackt gerade. Okay, dieser perfekte Block geht schon sehr schnell vorbei. Den kannst du eigentlich nur bei einem roten benutzen. Aber auch nicht schlecht. Ich meine, ein roter ist schon, ne? Ja, so zum Beispiel. Und dann ist er aber auch schon wieder vorbei. Also es ist nicht so viel, wie ich gehofft habe. Kugeln kaufen ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Generell, ich müsste einfach nur ganz viel Kram kaufen. Man kann ihn ja wirklich killen. Ich sage das mal wieder und ich wette, wenn du die richtigen Sachen einkaufst, hast du den beim ersten Mal, wenn du die Sachen richtig gelevelt hast, auch. Es ist halt so ein bisschen, der ist jetzt nicht so mega schwer, aber ich muss sagen, dass ich ihn auch irgendwie cool finde. Ich mag den Kampf gegen ihn, auch wenn er mich nervt. Und ich würde gerne fair und ohne Gespenst und so gegen ihn gewinnen. Aber natürlich nutze ich dann schon demnächst mal die Sachen, die man da kriegen kann. Aber mich nervt halt, dass ich so viel Geld bezahlen muss dafür, dass ich das alles habe. Aber das Moveset hier ist eigentlich echt ganz schön. Es passt nicht hundertprozentig zu meinem Style, aber mir gefällt es. Das ist das einzige Problem. Also, dass dieser Schwinger nicht so geil ist und ich eigentlich auch diesen perfekten Block nie so wirklich gut benutzen kann. So, wenn du die Aegis gemaxed hast, kannst du bei gezogenem Aegis L1 spammen. Ja, ja, ich weiß, Aegis ist dieses Megaschwert, ne? Ich weiß, ja, das ist so ein bisschen auch immer, ne? Ähm, aber wir brauchen jetzt erstmal Legionen. Wir machen jetzt erstmal ein paar, äh, Leute kalt. Die eigentlich gar nichts wollen. Außer ihre Patrouillen. So, während die umfallen, schauen wir mal gerade eine Sache. Und zwar, ob ich nicht vielleicht doch die Waffe anders montiere. Man kann hier so viel noch machen. Man kann so viel machen, ich weiß es noch nicht. Also, welche Sache ich behalten will. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal das Ding wegen den, äh, vielen Elektrogegnern hier. Aber wir brauchen für den Bane gleich vielleicht sogar zwei verschiedene Waffen. Haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Ob wir erst Elektro machen und dann... Ne, der ist schon biologischer Gegner. Also wäre das schon so wie bisher halt geplant, ne? Äh, schon ganz gut. Und, ähm, so, der... Was ist das? Erschöpfung, Glocke, Provokation. Ich könnte hier auch mal neue ausprobieren. Äh, Griff der runden elektrischen Kettensäge. Ah, Entschlossenheit, D. Das ist alles so mega schlecht. Aber dafür halt länger und andere Moves. Als diese kleinen. Man könnte auch das Brombeerkurzschwert nochmal probieren. Also keine dieser Kombinationen ist schlecht. Sie sind halt nur, ähm... Manche hatte ich schon eine ganze Weile und andere liegen mir nicht. Also, das ist echt schön. Man kann sehr viel rum experimentieren. Ah, das stimmt. Das war sehr kurz, ne? Na gut, probieren wir trotzdem mal. Dafür wahrscheinlich sehr schnell. Ja, ich weiß, du meinst, dass Ergis ist, dass Legionsschutz. Ja, ja. Ich hab's schon verstanden. Da. Oh, okay. Das ist natürlich mit dem Move auch einfach. Ja, das ist dann... Wenn man den nicht alle kriegt, dann merkt man schon, das ist dann vielleicht nicht optimal. Aber das hier wird immer geil bleiben. Und hat zum Glück jetzt hier quasi alles schon entschieden. Ja, ja. Das sieht dann beindruckend aus, ne? Muss man auch sagen. Aber das krieg ich bei dem schweren Gegner wahrscheinlich nicht hin. Da hab ich das Gefühl, dass die Reichweite irgendwie nicht gut genug ist. So, da kommt... Ups. Wie immer auch gute Tipps. Spitzhackengriff und Knochensäge für die Range. Äh, ist das nicht, glaube ich... Knochen... Ist das nicht sogar das, was ich schon hatte? Wir machen mal gerade hier einen Versuch mit ihm. Obwohl wir wissen, das bringt nichts. Aber einfach mal, um zu gucken, ob diese kurze Waffe mit... Vielleicht kann ich da ja was anderes drauf machen. Also eine andere Spitze dann auf den Griff. Ich hab den ja schon häufig mit der Säge benutzt. Oh, okay. Ja, dieses am Boden, also hilflos rumliegen, das ist eine Sache, die mich stört, dass die... Du kannst sie ja nicht verhindern. Und das finde ich ein bisschen gemein. Also verhindern kannst du sie, indem du nicht getroffen wirst. Aber die liegst dann einfach da. Und du musst halt das Perk ausrüsten. Ich weiß nicht. Ich hätte lieber, dass man das auf eine andere Art irgendwie schafft. Also zum Beispiel, indem ich wenig Gewicht habe dabei oder so. Aber so musst du halt dieses dumme Perk kaufen. Und ich weigere mich. Nur damit er aufstehen kann. Okay, hier sehen wir mal ein bisschen. Es hat keinen großen Einfluss auf seine technischen Bauteile, würde ich sagen. Man sieht keinen blauen Bonus oder so. Aber das hat einen sehr guten... Ja, nicht ganz so guten, aber einen sehr interessanten Wirbler. Wenn ich hier vielleicht die andere Klinge drauf mache. Das Ding hier nämlich... Ja, doch nicht. Aber ihr wisst schon, welcher. Der hat das Wirbler da. Der ist ganz gut mit der Sägenklinge. Ja, da sieht man, dass das gar nichts bringt, ey. Was sterbt. Kann nicht mal... Ich kann das Ding nicht mal groß bearbeiten. Ich kann es nicht schärfen. Au. Naja, mach mir. Komm, das bringt nichts. Was hatten wir nochmal? Genau, ihr hattet noch ein paar Ideen. Spitzhackengriff und Knochensäge. Ich guck mal. Da vorne... Ich finde, wie gesagt, der Anfang ist gut. Irgendwie. Hatte ich vergessen, wie schön der eigentlich ist. Und dann ist die Frage, was machen wir vorne dran? Das Ding ist kurz. Das hier ist nicht aufgelevelt. Also wir haben eigentlich nur... Realistisch haben wir wirklich nur die Wahl zwischen dieser großen... Es sei denn, wir leveln was mal ganz weg wieder. Wir könnten auch mal hier so eins von denen natürlich... Das wäre sehr lang. Aber das ist halt nicht... Das wäre schon nicht schlecht. Aber das ist leider nicht hochgelevelt. Da müsste ich ein bisschen was investieren. Kann ich im Moment, glaube ich, nicht machen. Aber wir nehmen mal den. Das ist auf jeden Fall, wie ihr seht, also vom Moveset her ein sehr schönes Ding. Ich hatte den auch schon eine Weile. Für den Boss ist es nicht schlecht. Man muss halt eigentlich sagen, nee komm, ich gehe nochmal kurz einkaufen. Habe sicher irgendwas zu verkaufen. Und kaufe ein paar Items, wenigstens. Wenigstens irgendwie zwei Kugeln oder so. Die ich ihm geben kann. Die sind wahrscheinlich hier jetzt beim... Wenn die überhaupt hier verkauft werden, dann wahrscheinlich bei ihm. Irgendwas müssen wir haben. Gar nichts. Doch. Echt. Nur einen blöden... Okay. Dann machen wir kurz eine Quarz-Nummer. Das hat sich dann trotzdem gelohnt hier. Und dann gehen wir doch wieder zurück. Vielleicht ändern wir diesen Legion-Arm. Aber nö, wir haben ihn ja eigentlich... Wir haben halt keine Legion-Auflade-Geschichten. Die müssten wir kaufen. Dafür brauchen wir die 1700, die vor dem Boss liegen. Und ich habe auch keine Schecks. Und ich habe scheinbar nicht mal mehr irgendwelche Items. So, die große Frage ist wieder mal. Will ich jetzt mein doppeltes Amulett... Also, nee, ein drittes Amulett oder... Ja, es bleibt wohl hierbei wahrscheinlich. Weil alles andere, das Ausweichen, ist toll. Aber das... Ich weigere mich die ganze Zeit schon. Aber jetzt muss ich es irgendwann realistischerweise mal machen. Aber vorher, weil wir damit schon angefangen haben, natürlich das. Und vielleicht eine kleine... Verbesserung, was das hier angeht. Ähm, was die einzelnen Werte angeht. Wettet den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Also, wenn man ihn dann so hat, ne, in dieser... Mit diesen drei Strichen. Dann kann man da noch mehr... Äh, Schaden machen. Okay, was... Oh, neue Sachen. Das ist super. Erhöht den überwältigenden Angriff von Ladungsangriffen. Erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich das häufig versuche. Fabelkünste, Effektezeit erhöhen. Erhöht die Dauer von effektbasierten Fabelkünsten. Also, alles, was unten unter meinem Bild leuchtet, wenn es voll ist. Oder? Ja, Legion ist links, das Fabel ist rechts. Und aktiviert wird, funktioniert dann halt länger. Hängt ein bisschen von der Waffe ab immer. Wertet den Legionswaffenangriff auf, wenn mehr als die halben Legion übrig... Also, wenn das Ding quasi einmal, zweimal benutzt wird vielleicht, ne, eher einmal, ne, dann hat der erste Angriff mehr Power. Ja, ja, jetzt hier auch nochmal. Interessant jedes Mal, aber ich kann mich nie so richtig entscheiden. Also, ich fand hier oben waren schon gute Sachen beim ersten. Verringert den erlittenen Schaden, wenn Pulzzellen entladen sind. Block, Regeneration, Reduzierung wird verringert. Was habt ihr noch? So, auch nicht viel jetzt aktuell, nichts Neues, meine ich. Hier sind noch welche Sachen? Waffen, Haltbarkeitsverlust bei erhöhtem Gewicht verringern. Ah, okay. Schneller Wunsch, dein Einsatz. Ihr habt gerade gemerkt, wie lahm der sein kann. Fabel laden bei Wiederbelebung. Lädt Fabel nach Wiederbelebung. Ah, dann sind die immer aufgeladen, die Special Moves. Das ist schon nicht schlecht, ne? Stellt Habbarkeit von inaktiven Waffen auf natürliche Weise wieder her. Eins. Ah, ne, das habe ich mir schon anguckt. Letztes Mal hat das nichts für mich. Nicht so, wie es hier gedacht ist. Okay, dann nehme ich jetzt mal das, wo ich mir sicher bin, dass es mir gefällt. Nämlich hier die Zerstörung für perfekten Block. Okay, gut. Das geht hier rechts rüber und ich kriege vier neue Möglichkeiten. Ah, ich könnte quasi noch, also zwei Amulette hinzufügen, wenn ich beide hole. Perfekter Block verursacht Steifheit. Ist natürlich, ne, besonders für die 50, 60-Jährigen von euch. Äh, die werden jetzt hier aufhören. Moment. Wo? Im ganzen Körper? Oder kann man das auch stellenweise noch? Bricht dir feindliche Haltung, wenn perfekter Block erfolgreich war? Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist mein Fan bisher. Ich bin Fan von dieser Idee, meine ich. Das ist mein Favorit. Ähm, neuen Fabelslot. Kann gut sein, ja. Hängt auch ein bisschen davon ab. Naja, gut, okay. Okay, die Angriffe haben dann halt viermal so viel Power. Okay, das ist schon nicht unwichtig, ne. Einsätze von speziellen Schleifsteinen erhöhen. Das haben wir gerade eben im Chat auch jemand gemeint, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Und das könnte man machen. Aber, ja. Ne, die Schleifsteine gerade so erste, zweite Phase. Da sind die schon wichtig. Aber ich merke, dass ich so langsam auch in die fünfte Runde reinkomme. Also das ist schon, ich bin beeindruckt, wie man hier weiterkommt. Ähm, so. Ja, da stimme ich dir ein bisschen zu, äh, die GoNix. Diese verwirrenden Texte sind kontraproduktiv für die Entwickler. Da hat der Spieler gar keinen Bock, wenn er alles fünfmal lesen muss, um es zu verstehen. Das meine ich halt auch. Am Anfang habe ich mir noch Leute lustig gemacht, da ich das nicht verstehe. Aber es ist wirklich immer so komisch geschrieben, dass du das, wenn du es wirklich verstehen musst, musst du dich eigentlich schon mit allem auskennen. Dann weißt du es. Mittlerweile verstehe ich, was die da schreiben. Aber du fragst mich mal nach, was heißt denn jetzt dieses Wort? Was ist das Wort hier? Ich will kurz gucken, was er hätte, theoretisch. Er hätte Legion, natürlich. Okay, ich habe irgendwas vielleicht. Ich weiß es halt, man darf ja nichts davon verkaufen. Und das hier reicht alles nicht. Aber das Ding müsste doch eigentlich, also diese Kettensäge müsste eigentlich auch funktionieren, oder? Geht nur die Kugel. Diese Säge funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man die nimmt. Genau, was ist Legion zum Beispiel? Nennt es einfach Arm-Energie. Wollt ihr mich denn hier immer verarschen? Muss denn jeder den Scheiß neu erfinden? Okay, hier müssen wir jetzt kurz mal gucken. Was könnte man eventuell? Verpasse einem Sturmhieb. Das könnte gut sein. Aber auch vielleicht das hier. Also ne, man könnte was hochleveln. Das meine ich. Aber ich habe jetzt nicht die Energie dafür. Hier, Vollmondstein des Bundes. Ja, bringt leider nichts. Dunkelmond, ja, bringt auch nichts. Für den Puppenreißer, ne? Aber den Vollmondstein hätte ich schon gerne. Das Ding ist zu kurz. Das Ding ist schon richtig. Das kann ich aber nicht upgraden. Na gut, dann können wir halt nichts machen. Musst du halt verhungern. Okay, und bei dir will ich auch noch einmal gucken, was du hast. Ja, okay, nichts Neues. Wobei, ne, das andere... Was war das nochmal? Kadavern. Also, ein Amulett, das an eine Puppe angebracht werden kann, erhöht den Schaden in Kadavern. Also, Kadaver, sagt das mal bitte. Sind Kadaver diese Bosse, diese biologischen, fleischlichen Bosse? Das würde mich mal interessieren. Und jetzt wird erstmal... Ja, Frage ist, kämpfe ich weiter oder loot ich? Ich loot erstmal ein bisschen. Wir brauchen ja ein bisschen Kohle. Bevor ich jetzt hier wieder alles nur so halbherzig angehe, machen wir mal ein bisschen. Die Monster sind Kadaver. Moment, also der Endboss hier ist auch ein Kadaver, ne? Weil das wäre dann für mich auf jeden Fall ein Amulett, was ich mir vielleicht mal geben könnte jetzt. Ich müsste es halt kaufen, ne? Aber Schaden erhöhen, Ausdauer erhöhen, Ergo erhöhen. Ja, okay. Jetzt, wo wir Ergo gerade farmen, ist das natürlich toll. Ist eine gute Idee. Machen wir mal so. Bei denen wäre es jetzt halt wirklich besser, wenn ich die andere Waffe nehme. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich jetzt das Moveset einfach mal lernen, mich dran gewöhnen. Und dann habe ich beim Endboss wahrscheinlich mehr Chance. Mal kurz die Seelen mitnehmen. Das ist nämlich der Punkt, ne? Das frage ich mich auch. Bei dem Boss bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Ist er Kadaver oder ist er biologisch? Ist er Cybernetic? Weil er ja beides hat. Aber ohne, er ist ja tot. Er war mal aber lebend. Aber definitiv Kadaver, sagt Kekslieb. So, wo kriegen wir denn nochmal die Sternfragmente her? Das ist doch auch vom Hauptmann, ne? Also der Typ, der das Hotel führt. Hinter dem Tresen. Oh ja, ja, knapp. Sehr knapp. Jetzt habe ich natürlich auch wieder leider das Ding nicht ausgerüstet. Also die, habe ich es vielleicht hier? Ja, genau. Okay, die Säge. Ich habe sie immerhin. So, jetzt bin ich bereit. Jetzt können wir tanzen. Scheiße! Ich kriege keinen Schlag dazwischen, ey. Ja, man muss halt warten. Oder rollen. Vielleicht ist rollen wirklich, aber er macht dann diese unberechenbaren Schläge genau den. Und du weißt nicht, kriegt er mich damit oder nicht? Ich habe gehofft, dass ihn das so ein bisschen jetzt aus der Balance bringt, dass ich ihn die ganze Zeit kontere. Aber irgendwie bringt das gar nicht so viel. Ich bin eher aus der Balance. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist gut! Okay, und jetzt noch einen. Hammer! Und danach kommt direkt die Power of Puppenschnur. Ich weiß, ich habe gesagt, Power of Puppenschnur. Aber ich wollte es mir eventuell aufheben für den zweiten. Genau. Du hast doch geübt! Oh. Ja, das war jetzt irgendwie komplett kontraproduktiv, muss ich sagen. Komm jetzt! Nein! Ah, meine Waffe! Merke ich jetzt erst. Autsch! Na toll! Nein, nein, nein! Gib mir Energie! Gib mir Energie! Gib mir einfach noch bitte Energie! Lass mich kurz einmal nochmal... Gib mir ein bisschen Energie! Gib mir ein ganz kleines... Lass mir ein ganz kleines bisschen Energie... Können Sie mir einfach nur ein ganz kleines bisschen Energie lassen, bitte? Danke. Oh, lass ich mir bitte ein ganz kleines bisschen Energie... Wenn Sie mir aber noch ein bisschen kleines Energie haben, dann wird mir alles wieder gut. Ach, schon wieder, ey. Okay, ich ende auch gleich auf Feuer. Ja. 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 Ich habe gegen Ende so ein bisschen den Mut verloren. Und ich habe natürlich auch ein, zwei Fehler gemacht, schon wieder. Angefangen davon, ja, dass hier nichts richtig organisiert war. Ach so, nee. Ja, gut, ist egal. Doch, ist okay. Das Ding muss eigentlich hier hin. Ähm. Und warum ist das Ding... Ja, und was ist denn... Hä? Habe ich vorhin so gespielt? Das ist ja komisch, dass das irgendwie so... Aber ich habe eh keine blauen mehr. Okay, den müsste ich auch nochmal welche kaufen jetzt. Okay, ich hole kurz mal die Seelen zurück und dann sind wir ausgerüstet für eine weitere geile Session. Aber wahrscheinlich könnte ich ihn auch jetzt mit dem, was ich langsam so lerne, besiegen. Aber ich will einmal auch jetzt richtig ausgerüstet sein, richtigen Schleifstein und es einfach nochmal richtig machen. Bisschen Legion dabei, so wie es einfach geplant ist auch. Das nervt mich, dass der, äh, dass ich da immer so halbherzig rangehe. Ja, der hat einen voll ausgerüsteten Gegner verdient. Der Dude. Der hat sich doch auch extra schick gemacht. Und gerne würde ich diese dumme Kugel kaufen. Weil hätte ich die jetzt eben gehabt, wäre es auch fertig gewesen. Einmal X drücken. Ne, warte mal, hier ist doch. Genau, komm. Ich glaube, die nächste Runde ist es schon, ey. Ich glaube, das geht jetzt schnell. Mein Fabel aufladen werde ich auch vorher und einmal alles richtig machen. Ich glaube, die nächste Runde ist es schon, ey. Mal gucken, vielleicht tausche ich auch alles gegen die Kugeln. Okay, er hat die Kugeln schon mal nicht. Das ist ja interessant. Dann kaufe ich die Dinger, aber die brauche ich. Aber erst mal nur drei, denn ich schaffe es ja jetzt. Und was ist das hier? Oh, Dunkelmond, Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Okay, weiß ich, aber muss ich gleich mal gucken, ob ich den nicht total brauche. Gleich für die Waffe, weil dann muss ich da auch mal bald einkaufen jetzt mit den Seelen, die ich von dem Typ kriege. Weil die eine Waffe jetzt hochzuleveln, ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Alter, was für ein Dummer. Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Drei davon könnte ich also kaufen. Dann wäre der Puppenreißer auf Level 3. Wahrscheinlich, aber das ist nicht, weiß nicht, ob das gegen den Dude wirklich so eine gute Waffe ist. Aber das wäre noch ein Versuch, wenn gar nichts geht. Aber ich meine, ich bin hier wirklich kurz davor. Es ist eigentlich nicht nötig. Hast du noch einen Griff vielleicht für mich? Nein, keine Kurbel, keine Entschlagerung. Ich würde das gerne mal zurücknehmen, diesen ganzen Kram. So, hast du die Kugel? Wir haben die Kugel auch nicht, ne? Wo ist denn die Kugel, Leute? Wisst ihr das überhaupt? Ich weiß es nämlich nicht, um ehrlich zu sein. Hier ist noch die alte Dame und hier ist der Boss-Seelen-Dude. Hier oben rechts ist der Opa. Dann geht es kurz raus. Das können wir ja schnell machen. Wo ich mich aufladen lassen kann zum Trainingssaal. Ach, der Red Lobster-Typ. Genau. So, ihr seht es nicht, aber glaubt mir, er ist aufgeladen. Der Red Lobster-Dude. Genau. Ich vergesse den auch immer. Ich bin versucht, noch mehr Legion zu kaufen, aber ich weiß natürlich nicht, was die Kugel kostet. Warum hat er seinen Laden da? Der kann doch problemlos bei mir aufmachen. Einfach, er muss doch nur vorbeikommen und sagen, ey, äh, hier, ich geb dir einfach 60% von all meinen Gewinnen. Ist es da? Oder war das, ich weiß es grad nicht mehr, das ist schon wieder so lange her. Ne, ne? Da nicht. Da nicht. Oh, da war es. Da, ja! Red Lobster. Ist jemand schon im Sumpf durch? Nein, ich weiß noch nicht mal, dass es einen gibt. Ich weiß nur, dass ein Sumpf-Monster sehr schlimm sein soll. Ja. Hab ich schon mehrfach von gehört. Ach, weil er ein Schwarzmarkthändler ist. Es ist doch kein Mensch auf der Straße. Es gibt keine Polizei. Nichts. Nie. Mach deinen Shit, Alter. Du kannst in der Apokalypse, hältst du drauf nicht an den Ampeln an. Das ist doch eine Ausrede. Der ist einfach nur, äh, zutiefst unsozial. Das ist sein Problem. Der ist socially awkward und immer ist die anderen schuld. Guck ihn dir doch mal an jetzt. Schwarzändler. Der Typ hat Lepra. Hammer. Drei von denen. Es ist ja nicht zu fassen. Wie geil. Und noch das. Hm. Und ich verkaufe dir sogar noch was. Ich verkaufe dir all den anderen Shit. Den ich vielleicht brauche, aber nicht jetzt. Ja, 700. Alles, 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 alles verkaufe ich dir. Mein Herr. Nee. 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 Das warb ich gut. Wie viel hab ich? Ah, ich hab eins viel gekauft. Na gut, egal. Shit. Hab ich hier noch irgendwas anderes, was wirklich dumm ist? Nee. Brauch ich. Nee, ne? Wäre dumm, die zu verkaufen. Es wäre dumm und es ist, es bleibt auch dumm. So. Level bis zu sechs. Ich hab, äh, wenig Waffen. Ja, kann man den auch kaufen, ne? Kann ich doch ein paar davon verkaufen, oder? Weil, äh, die kann man doch kaufen. Also, warum mach ich mir überhaupt die Mühe? Äh, so. Ich brauch nämlich dringend noch zwei davon. Einen nur. Okay. Dann brauch ich, ich verkaufe dir einfach was. Bist du zufällig interessiert an Sichelmondsteinen? Gut, ich geb dir noch zwei. Weißt du was? Ich geb dir alle. Und ich geb dir den Scheiß noch oben drauf, den ich nicht haben will. So. Was sagst du denn dazu? Hab ich sogar noch jemand anderes vielleicht? Hab ich sogar, kann ich nicht. Kann ich dir vielleicht noch was anbieten? Hier. Den, ne, den kann ich dir nicht anbieten. Äh, so. Kaufen. Obwohl, doch. Ich kann ihn dir. Ich verkaufe ihn dir. Wie teuer? 260. Ist super. Weil, den kann ich ja kaufen. Oder? Ja. Oder? Ne, der hat nur drei. Zum Glück hab ich ihn nicht verkauft. So. Davon brauch ich noch einen, glaub ich. Ich weiß es halt nicht ganz sicher. Doch. Einen noch davon. Und dann haben wir nämlich noch mehr. Prachtvollen Kanister will ich haben. Lieber nicht verkaufen. Okay. Hab ich nicht gemacht. Keine Sorge. Ihr könnt beruhigt schlafen. Ihr Afen. Oh Mann, ich bin aufgeladen und aufgeregt. Ich hab alles. Ei, ei, ei. Jetzt geht's los. End Boss Kampf. Ei, 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 ei. Ich bin bereit. Ich bin echt gespannt, ob Simon den Sumpf abschließen wird, wenn schon Viktor solche Probleme macht. Ich hör das doch alles. Jedes Soulslike. Immer dasselbe. Ich hör von dem Boss, dann besiege ich den. Ja, aber der Boss erstmal. Dann besiege ich den. Ja, aber der Boss erstmal. Dann besiege ich den. Und am Ende bleibt nur noch der Endboss. Und wo dann alle sagen, der Endboss schafft er nicht. Ich schaff sie alle. Das Einzige, was mich schafft, ist Wolong und Neo. Ansonsten gibt es das nicht. Gut, ich muss sagen, Sekiro ist auch nicht mein Favorite. Also es macht mega Bock, aber es ist nicht mein Favorite Spielmechanik. Du kannst ja wirklich nur kontern. Und das ist ein bisschen zu einfach, finde ich. Nicht zu einfach. Nee, Quatsch. Nils würde sagen, es ist zu einfach, wenn man es gelernt hat. Aber es ist mir zu reduziert. Es ist mir wirklich zu sehr auf diese eine Sache reduziert. Aber ich mag es trotzdem. Nur es ist nicht mein Liebling. Elden Ring ist einfach das beste Spiel ever. Und viel drüber gibt es einfach nicht. Das Sumpfmonster ist wirklich ein absoluter Albtraum. Da war selbst Densen kurz davor abzubrechen. Ich halte mir natürlich offen, jederzeit abzubrechen. Also das habe ich bei Wolong ja auch gemacht. Ich werde jetzt nicht... Ich werde nur einmal 6 Stunden an dem Boss hängen. Nicht ein zweites Mal. Da lasse ich es dann einfach. Und das ist auch okay, Leute. Wirklich, ich bin zu alt dafür. Scheiße, ich hatte kein Geld mehr für diesen Stein. Na gut. Dann würde ich sagen... Machen wir die Vergiftung jetzt direkt drauf. Nehmen das Ding schnell. Und sind bereit. Das war sehr sinnvoll investiert. Das war richtig gut, Leute. Das war mit... Der beste Anfang, den ich je hatte. Und er ist noch richtig krass vergiftet. Das ist vielleicht der Run sogar. Scheiße, er ist es vielleicht doch nicht. Hatte gesehen, wie ich... Dumm ich daneben geschossen habe mit der Puppenschnur. Ja, ich hebe mir die Puppenschnur jetzt auf. Nein! Oh, fuck! Oh, ich habe die Kugel nicht ausgerüstet. Alles falsch gemacht. Trotzdem schaffe ich es. Okay. Jetzt muss ich irgendwie, während er leidet... Habe ich Zeit überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Man sägt doch in der Cutscene. Warum kannst du mich in der Cutscene kurz mal nicht sägen? Äh, schleifen. Oh! Ist gleichzeitig ein so geiles Element mit dem Schleifen. Aber auch eine Sache, die einen wirklich wahnsinnig macht. Weil ihr halt noch ein weiteres Ding managen musst im Kampf. Ey, jetzt reicht's. Die lassen einen noch nicht mal heilen, ne? Lassen einfach nicht. Kannst du nicht. Heilst du halt nicht. Während du heilst, wirst du umgehauen. Ah! Oh, dieser Krapf! Ja, das ist dumm, ne? Der kommt irgendwie... Der kommt immer dran vorbei, an dem Kram. Also die Puppenschnur ist hier gar nicht hilfreich, glaube ich. Da muss ich vielleicht nochmal umleveln. Nee, ist keine gute Idee. Keine gute Waffe hierfür. Aber es ist ein schönes Ding. Ich verstehe schon mal, warum alle das so gut fänden. Aber es ist hier nicht so... Nicht so geeignet. Es sei denn, ich habe vielleicht noch nicht das Zeitfenster gefunden, ja? Aber er bewegt sich ja so schnell. Ey, was... Wann sollst du das denn machen? Du schwingst dich ja ständig über den Drüber, ne? Nee. Keine gute Idee. Das ist der einzige Moment, wo man mal was machen kann, wenn er so auf den Boden haut, ne? Aber da brauche ich schon meinen LB-Y-Sachen brauche ich schon dafür. Au. Nee. Als nächstes würde ich wahrscheinlich wieder den Arm zurück wechseln zu was anderem. Und ich glaube, dass da... Ah, vielleicht... Ich meine, jetzt ist es okay, weil ich kann den einfach benutzen für die erste Phase. Aber die, glaube ich, die erste Phase ist eigentlich eher so ein auswendig Lernen-Problem. Die zweite ist, finde ich, schon ein bisschen was anderes. Da kannst du auch auswendig lernen, klar. Aber der bedrängt dich ja so, dass da einfach irgendwann deine Energie erschöpft ist. Und die Waffe, das Reparieren, ich weiß, es gibt so ein Item, da kann man dann irgendwie seine Sachen reparieren. Habe ich nie benutzt. Werde ich vielleicht hier mal, ab hier, mir mal merken. Mal gucken. Mal gucken. Aber ein bisschen weiter ergo sammeln ist jetzt auch nicht falsch. Okay, wir haben einen davon. Ich habe einfach zu wenig von allem, ne? Ja, wir haben wieder nicht auf Feuer gewechselt. Das habe ich aber auch nicht besser verdient, ey. Ich hatte so einen schönen Anfang vorhin, ne? Es ist super schwer hinter ihn zu kommen, wenn er sich gleichzeitig wie eine Pirouette hier die ganze Zeit bewegt. Als wäre der stinkende Schwan. Autsch! Oh doch, war gut, war gut, war gut. Habe ich gern gemacht. Ich bereue nichts. Na, kommt noch einer, ein zweiter. Der hat immer so komische, doppelrote Angriffe. Au. Unsere Follower, ne? So Airtime. Boah. Ah! Ja, okay. Gut, um dem Roten zu entkommen, ne? Aber ansonsten wieder nichts gebracht. Okay, das war krass. Das war ja krass. Okay, ich hoffe, der von hinten werden wir uns irgendwann auch mal angucken. Ne. Na toll. Popenschnur völlig umsonst benutzt. Scheiße. Ah! Wenn er einen Eimer kriegt, ne? Ah! Noch einen! Immer noch einen! Der, der immer noch einen hatte. Das bringt einfach gar nichts. Okay, ich mach's mal komplett ohne. Nein! Au. Ohne auf die Fresse kriegen, meinte ich. Diese Demütigung jedes Mal. Ach, dieser dumme Scheiß Move, ey. Ein Move oder was? Das ist wie so ein Scheißcharakter in irgendeinem Prügelspiel, den immer nur der Vollidiot Depp nimmt. Wie soll ich das sägen? Äh, schleifen, Mann. Die Säge schleifen. Ein Spiel für Kapitalisten. Wer viel Geld hat, kann sich den ganzen Scheiß leisten, den man hier braucht. FDP gefällt das. Ey. Ja, ne? Und dann sowas. Ne, die zweite Phase mag ich nicht von dem Kippen. Der ist irgendwie zu stark für mich. Oink macht es. Diese Scheiße mit dem Umfallen. Dafür hasse ich den Entwickler. Wirklich, das ist, das gefällt mir überhaupt nicht als Feature. Es frustriert nur. Es macht null Bock, jedes Mal dazu zu gucken. Okay. Konzentration und mich gemeckern. Jetzt machen wir den alle. Ja, ich hab natürlich das Scheißding wieder nicht ausgerüstet. Ja, toll. Wusste ich nicht. Dachte ich nicht. Ja. Ja. Du bekommst einfach nur nicht den Rhythmus raus. Daher verschleißt auch deine Waffe so stark durch die unperfekten Blocks. Du weißt genau, was ich jetzt sagen werde, oder? Deine Mutter verschleift. Aber nicht durch die unperfekten Blocks. Döne, durch zu viele Kocks. Wieder ein Abo weniger. So. Wo ist denn jetzt das alles? Ach ja, ich wollte ja was ändern. Ich kann mir den Geist nicht leisten. Meine Mutter ist 71. Ja, okay. In gewissen Teilen ihres Körpers. Ja, gewisse Teile ihres Körpers sind 71. Nee, ich mach ja nur Spaß. So. Ach. Was wollte ich denn jetzt machen, ey? Ich muss was wechseln. Ja, genau. Den Scheißstein wollte ich wechseln. Und den hier auch, weil der nix bringt. Ach, ich wünschte, ich hätte die Kohle dafür. Wo ist denn das ganze Legion, was ich gekauft hab? Ist halt nicht da, ne? Hab ich die Google schon wieder nicht? Nee. Nee. Ich muss jetzt wirklich erst noch Sachen kaufen. Es kotzt mich so an, diese kapitalistische Dreckswelt. Es ist doch schon im echten Leben alles so schlimm. Warum macht das nicht noch schlimmer? Mach es doch an die aktuelle Inflation gebunden oder so. Weiß ich nicht. Einfach wenn es draußen schlecht ist, wenn ich mir schon beim Enika kein Brot mehr leisten kann, warum soll ich mir denn hier eine Waffe leisten können? Ist doch nur fair. Ich sammle jetzt eure scheiß Seelen ein und kaufe davon was. Ich brauche jetzt den Geist nicht mehr. Ich mache den Typen jetzt alleine. Was soll das denn? Ich bin doch schon so weit. Eure Ungeduld, die stört mich am meisten. Ihr findet andere Streams und dann kommt ihr einfach in zwei Stunden nochmal wieder. Und dann fragt ihr euch, hat er gelegt? Ja. Die Antwort wird sein, ja. Hat er. Und du warst nicht dabei. Es war episch. Kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird episch werden. Und du wirst nicht dabei sein. Wir reden auch schlecht über dich, wenn du nicht da bist. Tja. So ist das halt. Wenn man nicht in ist, ist man out. Ich tue es für dich, Lions Hart. Ich tue es für deine Mutter. Erzähl dir von mir. Ich bin der, der immer wegrennt. Ohne zu bezahlen. Scheiße. Ne, warte, die sucht mich bestimmt. Ne, jetzt mal ernsthaft. Komm, wir machen mal kurz. Gehen jetzt zurück. Ich war doch immer so gut in diesem Spiel. Was ist denn passiert? So. Der Gangster in seinem kriminellen Schwarzmarkt. Aber ich will von dir ja eigentlich Legion haben, ne? Okay. Fünf nur. Da nehme ich erstmal alle drei. Ich möchte hier halt nicht ständig immer wieder hin müssen, ne? Das ist so meine Sorge. Und davon auch, ja. Naja, ein zweiter wäre nicht schlecht, ne? Haben wir noch irgendwas, was Kleines? Wirklich gar nichts mehr. Ich könnte einmal kurz ernten. Aber ich will ja eigentlich gleich... Ne, das machen wir nachher als Belohnung. Wenn wir den haben, ernten wir kurz und dann leveln wir uns um. Wenn wir es nicht mehr brauchen, dann machen wir es. Ne, dann gehen wir mal auf ein... Weiß ich nicht. Vielleicht ein Dexterity Build oder so. Also so ein Beweglichkeits Build. Irgendwas. Mal gucken. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur überlegt. Wo sind deine Skills, die wir in Dark Souls 1 gesehen haben? Sie sind mit Nils in Hamburg geblieben. Wurde betrogen. Wurde um meine Skills betrogen. Und ich habe leider immer noch nicht jetzt aufgeladen, meine Waffen. Aber komm. Irgendwas ist immer... Wir schaffen das. Da kannst du eigentlich wirklich nur noch normal blocken und dann halt zuhauen. Weil du kriegst die Energie ja irgendwie immer wieder. Guckt es euch an. Alles wieder. Müsste man sich fast angebilden. Aber man will es natürlich auch spannend machen. Außerdem will man ja auch nicht, dass mit den nicht ganz perfekten Blocks meine Säge immer mehr weg geht. Mal kurz mal gucken. Wollen wir die Kugel... Na, wir kriegen die Kugel, wenn wir sie brauchen. Okay, wir kriegen das hin. Ein bisschen Angst habe ich schon. So. Aufgeladen wird. Lieber jetzt. Ja. Aufgeladen wird. Aber krass, ne? Ah. Ah. Ah, seht ihr? Er stand und war beschäftigt und trotzdem kam er an dieser Puppenschnur-Scheiße vorbei. Das wollte ich haben. So muss das aussehen, meiner Ansicht nach. Sehr guter Anfang. Ah, was war denn das jetzt? Okay, damit kann ich auch leben. Er kommt jetzt gehüpft? Nee. Hier vielleicht. Na, ihr seht, das Timing ist off. Na, ihr seht, das ist. Was passiert? Er glaubt an sich. Kugel! Kugel! Kugel hat den Tag gerettet. Oh, nee, er lebt. Ah, okay. Kugel, Kugel. Kugel hat den Tag gerettet von hinten. Nein! 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 Schnell, Panik-Action! 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 Zipfel, was ist jetzt los? Kugel, Kugel! Kugel! Er dumme Sau. Der hat eine coole Rüstung an. Kugel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist kurzartig, so wie dein Vater. Aber du sprachst die Wahrheit, so wie du siehst. So wie alle anderen. Wir, auf der anderen Seite, sind Visionärer. Wir verstehen die Betrifizierung auf ein weiterer Ebene. Die Betrifizierung nicht signiert die Todes. Es ist der Prozess purifizierter einer Person. Ein Mensch purifizierter, der über die Betrifizierung der Betrifizierung bekommt ein starkes Körper. Und eine Sprache, frei von lieben. Die Essenz ist Ergo. Ja, das Ergo, die du als Ihr Macht hast, war einmal ein Mensch. Unsere Herausforderung ist, um andere zu erleben, diese Betrifizierung durch diesen Elixir. Wir sind wirklich ein Ehre. Ergo's Macht kann noch mehr machen. In den Händen des Erwakten? Seine Werte sind limitlos. Wir haben bereits die Möglichkeit, um diese Macht zu kontrollieren. Macht außerhalb Ihrer Imagination. Also, während Sie in ein pathetisch pasten, wir gehen in die Zukunft der Menschheit auf der Isle des Alchemisten. Sie sind willkommen willkommen zu kommen, die Islandie, und aufzuhören unsere Träume zuerst. Oder, vielleicht, dass du einen fütiligen Effort für uns zu stopfen. Vielleicht kann die Sainte-Statue dir helfen. In jedem Fall, gute Glück. Stattung gegen die Evolution muss sich beeinflusst sein. Nicht zu sagen, demoralisieren. Bleib deine Beine auf, Puppet, und ich sehe dich bald. Niemand kann sagen, dass Simon Marnes, der Leiter der Alchemisten, nicht hospitabel ist. Drei-Einigkeits-Schlüssel, irgendeinen komischen Schlüssel zu benutzen in dieser einen Location. Ich habe aber wieder, ich habe schon wieder vergessen, welche Location das nochmal war. Ich weiß, dass es irgendeine relevante Location, an die ich mich auch erinnern kann, war. Aber ich weiß nicht mehr welche. Sag dir mal Bescheid, wenn ihr es noch wisst. Dann brauche ich ja nicht rumeiern. Natürlich gehen wir direkt hinterher und gucken, was der Kollege hier noch alles gemacht hat. Was unbedingt notwendig war, seiner Ansicht nach. Die Alchemisten. Die ALCHEMISTEN-Verbindung. In der Oper oder der Fabrik. Da sind zwei? In der Oper unter dem Kronleuchter. Ja, ich meine die Dreifaltigkeitstür. Da gehen wir gleich mal hin. Merkt euch das. Wir gehen da gleich hin. Ich muss hier erst nochmal gucken, was hier wirklich passiert. Ah! Ich weiß nicht. Aber es ist wahr, dass wir in etwas wie ein Bind. Wir müssen uns mit unserem alten Freund zu beschäftigen. Du hast das richtig, Frau. Unsere Freund ist sicher, dass wir uns helfen. Wir haben nicht so schlecht gemacht, in seinem letzten Schindig. Ich hoffe. Ein Moment, bitte. Mein junger Bruder hier ist langsam, aber sicherlich, auf dem cotzieren wir seine Augen. Zwei Fenster zu dem Welt. Zu eine schreckliche, slow-arbeitende Krankheit. Das ist das. Das ist das, dass ich den Kronleuchteren anstrengiere. Es ist bereit, um Mirackeln zu arbeiten. Und wenn ich überhaupt einen brauchen muss. Die Alchemisten gibt uns nur genug, damit ihn weitergehen, aber nicht genug, um zu verhوسern. Und es ist keine was sie promised haben. Wir können nicht auf diese uns gefeiert sind. Bitte. Bitte. Ich mache mich nicht. Er braucht das. Außerdem, für einen Freund, der den Bruder der Blackrabbit-Brotherhütte verratete, und in einem Stück gehen würde, wird es so einfach wie zu essen, in Bambolone zu essen. Bitte. Die Gold-Coin-Fruit ist die einzige Sache, die hilft. Du bist da? Kannst du mich hören? Bitte. Die Gold-Coin-Fruit ist die einzige Sache, die hilft. Wir wussten, dass du ein wahrer Freund warst. Und generös. Das stimmt. Ich liebte dich von Anfang an, du weißt. Ich hatte ein Gefühl. Wenn du andersrum fühlst, das war nicht ich. Ignorieren das. Wenn er entschuldigt, oder fühlt sich einfach, er wird schattet. Aber er ist wirklich dankbar. Wir beide sind. Auf dieser Seite, ich liebe es zu spüren und zu gehen, aber wir haben eine weitere Reaktion von den Alchemisten, also werden wir im Hintergrund bleiben. Du musst ohne uns gehen. Also... Ich glaube, das ist ein Glück. Ich werde nie vergessen, dass ich deine Liebe verletze. Hier. Ein kleiner Token, aber ein Gift vom Herzen. Jetzt geh. Ah, was habe ich denn da bekommen? Quixotic. Wenn du aufhörst zu träumen, wird auch dein Herz aufhören. Das würde ich schon gerne sehen. Und was habe ich noch bekommen? Ich kann ja gleich mal gucken. Eine neue Geste, ja. Betteln. Das ist das, was ich eben erkämpft habe. Nö, sonst haben die mir, glaube ich, so viel gar nichts gegeben. Aber das Ding will ich mir trotzdem mal angucken. Einmal den Gegenstand hier. Oh, haben wir sogar eine neue Schallplatte gegeben, oder was? Weiß ich nicht genau, ne? Man weiß nicht, ob ich die schon länger habe oder jetzt erst entdeckt habe. Wo ist denn jetzt der Text? Äh, Zeitschriften ist es nicht. Bücher ist es nicht. Notizen vielleicht? Äh, nee. Briefe auch nicht. Dokumente auch nicht. Bilder auch nicht. Und den Schlüssel habe ich natürlich. Aber, äh, das quickste Ding ist die Schallplatte, okay. Ah, wenn du aufhörst zu träumen, wird auch dein Herz aufhören zu schlagen. Also werde ich mich dem stellen. Das ist der Text darauf. Ja, eine schöne, ein schönes Geschenk. Kann man eigentlich nicht viel gegen sagen, ne? Wenn wir ihn finden können. Wie kommen wir da? Wie kommen wir da? Wie geht es? Ich weiß nicht, ob es überhaupt funktioniert. Aber wenn man immer noch braucht, braucht man viel. Nehmen muss, wenn der Geist geht. Da könnte noch ein Weg sein. Eine gefährliche, aber wunderschöne Art von Transport. Aber es funktioniert nicht ohne einen goldenen Ergo. Ah, der Zumpf. Ah, der Zumpf. Das ist alles für dich. Das ist auf dich. Nein, ich werde noch nicht sagen, die Details noch nicht. Nicht bis wir diesen goldenen Ergo haben. Es ist einfach nicht wert, dass unsere Hoffnung aufhören. Ja, wir sind trotzdem mal reingegangen. Wir werden natürlich nicht vergessen, dass wir uns gleich noch ein bisschen umleveln wollten. Aber vielleicht müssen wir einmal auf die Fresse kriegen, damit wir wissen, was hier eigentlich gleich notwendig ist. Vielleicht ist es ein schneller, ein starker Build. Vielleicht ist es ein Mix. Vielleicht ist es eine spezielle Waffe oder irgendeine Fähigkeit, auf die wir uns beschränken sollten. So oder so müssen wir erwarten, bis der Baum neue Früchte trägt. Die sind jetzt wahrscheinlich zum Großteil auch schon durch. Wir müssen eigentlich gar nicht so viel machen, ne? Eigentlich nur zurückreisen. Aber ich will erstmal so einen Speicherpunkt finden. Hm, okay. Nehme ich mal mit. Ich freue mich aber wirklich nach diesem Endboss-Kampf. Jedes Mal freue ich mich beim normalen Level schon mal auf den nächsten Endboss. Und beim Endboss freue ich mich dann schon auf den nächsten Level. Es wechselt wirklich spaßig und gut ab. Der kahle Sumpf. In dieser Ausgabe von Venignis Reiseführer möchten wir Ihnen einen besonderen Ort vorstellen, der sich von den bisher vorgestellten Attraktionen unterscheidet. Und wir meinen das nicht unbedingt positiv. Natürlich könnte er ein paar Leute mit einem besonderen Geschmack ansprechen. Aber wenn Sie ein Abenteurer sind, der alles über Krat wissen will, lohnt es sich etwas über seine dunklen Seiten zu erfahren. In diesem Sinne ist der kahle Sumpf das Gebiet, das Kratzscheren Schatten besonders kurz zur Geltung bringt. Der kahle Sumpf ist der Ort, an dem die ausrangierten Puppen entsorgt werden. Die Sümpfe und Schluchten waren nicht Teil der Stadtentwicklung. In der Vergangenheit gab es kurzzeitig ein Kohlebergwerk, das aber wegen der Ergo-Entdeckung bald in Vergessenheit geriet. Später begannen ein paar gerissene Fabrikunternehmer, die sich um ausrangierte Puppen kümmerten, sie hier illegal zu entsorgen und machten den Sumpf zu dem, was er heute ist. Ein Sumpf voller ausrangierter Puppen und verdorbener Tiere. Es ist das Grab von Kratz. Glücklicherweise hat die Stadt angekündigt, dass sie mit der Ausstellung um die Ecke den kahlen Sumpf in einen Park verwandeln werden. Also gibt es diesbezüglich etwas Hoffnung. Es ist ein wahres Höllengrab. Könntest du doch diese Art von Ort mit eigenen Augen sehen, noch bevor etwas entwickelt wurde? Ob gut oder schlecht, eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Bewertung 2,5 von 5. Eine Attraktion für die, die den Schatten von Kratz sehen wollen. Lange Stiefel sind ein Muss. Okay, jetzt wissen wir schon grob, was uns erwartet. Oh Gott, diese Kinderpuppen. Mir schwarmt das Schlimmste. Okay, wir haben das. Jetzt gehen wir einmal zurück. Hab noch keinen Gegner gesehen. Aber dann überlassen wir es so ein bisschen dem Zufall. Wir können ja jederzeit neu rekalibrieren und neu leveln. Jetzt kommt Miyazakis Lieblingsgebiet. Ja, da kann man fast von ausgehen. Also irgendein Fable für Sümpfe haben die irgendwie schon. Erstmal ein Level ab. Natürlich immer die altbekannte Frage, was machen wir damit? Oh nein, ich hab's. Sorry. Ja, aber hat der immer einer mit dem Simon gesprochen? Das klingt mir wie ein smarter Typ. Ja, ich bin doch schon dabei. Längst bin ich schon auf der Insel. Ja, ich bin doch einiger. Ich bin doch einiger. Das ist warum ich die Zufall. Um zu beurteilen. Ich habe immer gefragt, warum ich die Zufall. Warum diese Macht kam zu mir. In diesem Zeitpunkt und Ort. Aber jetzt verstehe ich. Ergo hat sich herausgebracht, dass sie jemanden zu hören haben, dass sie einmal Mensch sein können. Oder vielleicht... dass sie jemanden zu erinnern haben. Vielleicht ein Gott oder ein Engel. Wer weiß. Aber die Alchemisten haben alles verletzt. Die Gold-Koin-Tree ist eine pathetische Kreatur, die sie von den Listenern haben. Wie viele von ihren Kreaturen, ist es tragisch, aber sinnvoll. Sie können die Ergo kontrollieren, mit den Gold-Koin-Tree. Die schrecklichen Lachen von denen, die in den Tree sind. Wenn sie die Chance haben, die Alchemisten könnte ich für mich zu machen, für sie zu machen. Oder etwas noch mehr Tragisch. Nicht, dass die Zufall der Alchemisten von den Alchemisten sein werden. Mit der Frucht, sie für sie zu machen. Sie können sie für sie zu machen. Sie können die Gold-Koin-Tree und lassen die St.E.A. die St.E.A. inspirieren Sie in der Flucht. Sie erheben ihre Sacrifice, ihre Träume, ihre Träume, und die Träume. Die St.E.A. Die St.E.A. Die St.E.A. und die St.E.A. die St.E.A. die St.E.A. nicht aus der Falle. Sie sind alle mit Ergo. Ergo ist die Essenz der Leben, die von der Arme des Zufallsenthalen. Sie hat die Ergäufe und die Ergäufe die Ergäufe der Ergäufe. Das ist warum die Puppen manchmal erwecken ihren alten Segen. Oder sie beschreiben die Ergäufe. Sie hat erwecken den Ergäufe. Und er hat erkannt, dass der Prozess der Zufallsenthalen die Zufallsenthalen könnte auch erinnern Menschen verbessern. Kroc wurde eine Stadt von Monstern und Zufallsenthalen wegen der Zufallsenthalen Der Römer von Puppen versucht zu stoppen Siemens. Aber er hat auch nicht gut gemacht. Nun, unsere einzige Hoffnung ist Sie. Erschau dich von diesem Nachtmärchen. Entweder ist ein Amulett oder eine extra Waffe. Mal gucken, was wir diesmal benutzen. Wir haben... Oh, wo ist denn der Typ hin? Wo ist denn der Typ mit den Waffen hin? Wo ist denn jetzt, wo ich diese geile Seele habe, der Waffentyp hin? Hast du den... Oma, Oma, hast du den Waffentyp gesehen? Ja, ich muss leider wieder gehen, Oma. Ich habe keine Zeit, ich suche was. Ja, wo ist er denn? So, hier ist übrigens noch jemand, den ich gerade gesehen habe. Ich bin Angst, dass du meine schlechte Seite gesehen hast in der Grand Exhibition gesehen hast. Ich konnte, dass du weg, dankbar zu dir. Ich wollte nicht sein, dass ich nicht zufrieden bin. Ich bin ein Soldaten aus dem Kratz. Sie haben uns in Paar zu unterscheiden. Ich wurde durch die Blockade getrunken und wurde sie von meinem Partner entfernt. Ich glaube nicht, die Puppets sind die einzige Dinge, die hier spielen. Kann ich mit dir bleiben, bis ich mit meinem Partner in Kontakt komme? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, wir merken uns gerade mal den... Jetzt wissen wir, was die Dreifaltigkeit bedeutet. Ähm... Für uns ist es nicht schwierig oder gefährlich. Just... Give this to Alidoro. I give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me and I'll be grateful. I know my way around the weapon. ... ... ... Ich will aber für die Bosswaffe auf jeden Fall auch gleich noch was haben. Ach shit, sorry. Ich denke immer, das wären alte Texte. ... ... Da geht's um die alte Dame. Da würde ich ja gerne. Aber es... Ich weiß doch auch nicht so was. Okay, ähm... Den hier. Alle drei. Ja, teuer. Ja, teuer. Die drei Krankheiten, die gerade aufgezählt wurden. Ach ja, klar. Natürlich, das sind die drei, äh... Ist die drei Falschkeiten, ne? Ja, okay. Ergibt total Sinn. Ich war noch gerade abgelenkt noch. Hier, das machen wir. Jetzt die Frage beim nächsten Vollmondstein, ne? Welche von den, äh... Bosswaffen wir... äh... Weiterentwickeln? Ich weiß es nicht. Aber jetzt werde ich gleich die Sense erst mal nehmen. So, steht im Museum neben Quest, wird mir gerade gesagt. Ich weiß aber gar nicht genau, was du meinst jetzt, ähm, damit. Aber das ist okay. Ähm... Ich geh nochmal hoch, ernte. Und dann können wir uns nochmal komplett neu ausrüsten. Antonia braucht Medizin, die der Typ beim Baum herstellen kann. Ah... Das ist gut zu wissen. Der ist ja direkt um die Ecke, ne? Dann geh ich direkt mal zu dem Typen. Der hat ja jetzt wahrscheinlich dann auch neue... Gesprächsoptionen. Der Hutmann. Der Hütler. Manfred Hutler! Ja. 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 Es geht gut. Es geht gut. Thanks to you. Sadly, sie kann nicht alles vollkommen zu curieren. Die Vigte, die zu weit entfernen, haben bereits verloren, die Organe funktionieren. Und es gibt keine Möglichkeit, die Verkaufung zu retten. Aber, selbst wenn wir die Betrification-Disease eliminieren, werden sie lange dauern. Sein Passagier könnte weniger schwer sein als Betrification sein, aber... Du bist sicher? Ich kann eine Kürze, Herr Stalker, aber... Ja, wie gesagt, für mich sind die Dinger ja ein Witz. Ich meine, ich kriege die ja ständig. Mein Baum wirft die einfach permanent ab, so schnell wie möglich verabreichen, das ist gut zu wissen. Also gehe ich direkt... Okay, deswegen ist es leer, oder? Ja, ich will aber, ich könnte trotzdem hier jetzt was machen. Gehen wir erstmal rüber, bevor das jetzt wirklich zu lang dauert, ich weiß es ja nicht, und verabreichen es direkt mal. So, wo war das nochmal? Äh, Moment, 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 Moment. Was wollte ich überhaupt machen? Verabreichen, dazu muss ich reisen. Ganz ans Ende und dann von da aus zurück, würde ich jetzt behaupten. Hier habe ich auch die, hier ist auch die Geschichte noch mit dem, mit dem Handschuh. Also man hat auf jeden Fall immer so kleine Sachen, die so wirklich nebenbei, die man gerne macht, damit man irgendwelche Bonusgegenstände oder irgendein extra Item kriegt oder vielleicht ein tolles Geschenk auch. Ähm, das macht man schon. Aber gut, dass die Karte dabei zumindest hilft. Nach ein Regeln der Kunst müssen die da jetzt sein. Oh, ernsthaft? Seid ihr doof, ey? Und ich bin jetzt hier mit dem ganzen Scheiß und könnt euch voll helfen und ihr seid weg, oder was? Ich habe doch das Heilmittel. Das ist eher ein Eilmittel, weil wir so schnell... Antonia Simotel. Oh. Ja, aber das wusste ich doch nicht. Wer ist denn? Ich dachte, Antonia ist die eine von den beiden hier. Ist das nicht die andere von den beiden? Ist sie nicht? Scheinbar ist es nicht. Dann muss das eine andere sein. Antonia. Ach, Antonia. Natürlich die alte Frau, ne? Natürlich die alte reiche Frau. Die müssen wir wieder als erstes, aber da sind auch noch zwei andere. Die sind jung, die haben Masken auf. Mit denen geht noch was. Stattdessen wird die reiche Aristokratin geheilt. Das ist ja wieder typisch. So, warum bin ich jetzt eigentlich hier mit gefahren? Ich könnte ja auch, ich wollte, ich kann es euch sagen, warum, weil ich das Ding, weil ich über den, ne, über den Stargazer wollte. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich kann ja auch einfach beamen. Ja, liebe Menschen, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. So, ich gebe das jetzt dem Typen an der Rezeption. Der wird sich dann schon drum kümmern, glaube ich. Und sehr glücklich sein wird er. Also entweder sterben oder nicht. Ja, ich auch nicht. Ich würde es verwenden. Das nehme ich gerne. Die hätte ich gebraucht, ne? Ja, wir haben die Waffe hochgelevelt. Wir haben unseren Legionsarm. Wir haben hier eigentlich gar nicht mehr so viel zu machen. Was war jetzt nochmal mit dir? Okay. Haben wir einmal kurz die Waffen aufladen. Warum nicht? Geil. Geht zum Glück sehr schnell. Ah, ist hier vielleicht noch was? Hast du noch irgendwas? Ich höre, dass es ein neues Gast ist im Hotel. Und dass du etwas mit dem zu tun hast. Ich finde, dass Menschen zu retten ist, seine eigene Reaktion. Ich brauche sicherlich nicht Geld. Ich glaube, es ist ein neues Gast. Blah, 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 and who cares, huh? Now, let's get out there and save my... that is our city. The Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it, and I... God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand ergo, at least that's my view. Sometimes ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though, that is rare. Or, used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But, it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I, still don't know how. So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the Ergo Wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or, did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I am asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. Okay, very interesting. It's already a bit more light, I mean I, in everything. And, yeah, generally, now we know more about this whole Ergo-Geschichte. It's also much much more, than just just mad robot go brr. But it's just a real story about this Ergo-Experiment. That they just have something in the Puppets, from which they didn't know, that it was there. And, yeah, now they are the Puppets, where maybe behind the Puppets, maybe someone else is still there. Very likely, of course. That's what we know already. So, it's a very deep story, which you can do, but you must always let yourself out. So, it's just a little bit of a game. Gekämpft und gekillt. Okay. 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 Da fällt er um. Das ist hier, wie der letzte Kachelofen. Die Geschichte der Grünen in einem Satz. Das war jetzt wie Habeck, wie er stolz gegen Kohle-Kamine kämpft. Vielleicht in tausend Jahren wird die Geschichte so erzählt werden. Man weiß es nicht, was die Kinder der Zukunft alles aus den Hinterlassenschaften der Menschheit so machen. Hat Simon schon die neue Bosswaffe geholt? Nein, Mann. Ich habe schon gehört, das soll ein, äh, was soll es sein? Ein, ein, ein Speer, was ich gut finde. Oh, das ist wieder eine andere Hunde-Variante mit Flammenwerfer-Kopf. Das ist einfach so dämlich. Äh, wollen Sie lieber die Kettensäge oder den Flammenwerfer-Kopf? Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher ist denn freundlicher? Ach ja, meistens würde ich sagen, ist das ja der mit dem Säure-Ballon. Der kommt eigentlich am besten weg bei den Kindern. Das finde ich toll. Schön betrügen, der weiß gar nicht, wo es herkommt. Eben hinterfragt er noch seine Existenz, dann ist er schon vorbei. Oh, wieder so ein Drei-Falschkeits-Ding. Ähm, ich muss übrigens jetzt wirklich mal, ähm, ich habe hier drei Sachen aufgeschrieben von euch. Nur mal so für alle, die es interessiert. Ich weiß ja nicht, was damit gemeint ist. Oper unter dem Kronleuchter in der Kapelle und bei, beim Schloss bei der Blitzkugel. Keine von diesen drei Sachen sagt mir was, weil ich alles wieder vergessen habe. Aber ich bin mir sicher, es befindet sich da, wo beschrieben. Und wir werden es uns irgendwann angucken. Schießen und die Bärenfalle, ne? Das ist der Plan gewesen von Anfang an. Ja, schießen und jagen wir in die Bärenfalle. Oh Mann, geil, Stefan. Das ist ein richtig guter, äh, richtig guter Plan. Hast du so gute Pläne auch schon gehabt, bevor du ein Roboter warst? Mensch, Manfred, wir waren doch schon immer Roboter. Die anderen sind Mutanten, die wir dann zu Robotern gemacht haben. Wahrscheinlich in unserem Bewusstsein, in unserem Willen zu verstehen, was uns zu diesem Menschen macht. Schieß! So. Ähm, ich muss aufhören zu reden. Dann da hat keiner was... Ah! Oh, das ist die Blitzkugel. Ist das ein echter Clown? Ein richtig schlimmer Stromclown. Das läuft überraschend gut. Ich bin so richtig skeptisch gerade. Ah, die Waffe ist einfach geil. Die ist mit Level 3 richtig ordentlich. Habe ich eine gute Wahl getroffen. Natürlich hätte ich schon eine fettere Bosswaffe. Wenn ich die anderen... Ich wünsche, ich könnte die anderen Waffen denen quasi diese Steine noch entnehmen. Also den, ähm, den anderen... Der anderen Bosswaffe, den Dreizack. Aber man weiß ja nie, welchen man braucht, ne? Vielleicht ist es morgen der Dreizack. Übermorgen schon der Fünfzack. Inflation und so. Man weiß es nicht. Da kommt der Eurozack. Da kommt der Eurofighter. Man weiß es nicht, Leute. Ihr seid hier komplett random dem Willen der Entwickler ausgeliefert. Hey, okay, jetzt höre ich mal auf zu labern. Ja, ein bisschen zu spät aufgehört, würde ich sagen. Hey, Raiders, Rock and Beans, Raiderinos. Das ist ja lustig. Fühlt euch von mir sehr begrüßt. Ich bin, äh, hier gerade, äh, hinter einem Bossgegner und deswegen sehr glücklich. Und, äh, bin wahnsinnig gut in allem. Entschuldigung. Der Hebsbooty bestätigt das. Wir sind hier im, äh, Sumpf. Und Sumpf ist Trumpf. Und das ist wohl der schlimmste, schlimmste Areal von allen. Oh, den kann ich im roten Angriff unterbrechen. Das war mir neu. Ah, weil ich vorher schon gehauen habe, ne? Hammer, gut zu wissen. Ich, äh, vielleicht sollte ich erstmal meine Sachen wiederholen. Ne, ne, ich mach den erstmal alle. Wenn er trifft, dann tut's auch weh, ne? Ah, hau. Hey, niemand hat gesagt, dass du jetzt hier irgendwie free for all, ist nicht all you can prügel. Ja. All you can schlag. All you can heap. All you can heap. Mmh. Oh. Ein echtes Rambo-Messer. Okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Das bisschen brennen. Äh, was haben wir hier noch? Das Ding nehmen wir jetzt mal und wir schleifen auch. Wenn ihr jetzt gerade neu da seid, Fragen habt, haut die ruhig in den Chat. Ich bin jetzt gerade quasi zu beschäftigt, um alles zu beantworten. Aber der Chat ist immer voll offen. Wir spielen, wie gesagt, einen sehr schönen Titel. Lies of Pi. Story von Pinocchio. Kampfsystem von Dark Souls. Atmosphäre von Bloodborne. Kontersystem von Sekiro. Und Skill von Mon. Skill von einfach noch. Skill, mit Skill bei Mon. Na, seht ihr? Er hat's nicht gesehen. Mon. Mon, Mon, Mon. So, und all diese Hunde hier haben Gesichter, wie sie wirklich nur eine Mutter lieben kann, wenn diese Mutter ein langer Metallpfosten ist. Okay, jetzt muss ich hier schnell vorbei, weil ich möchte hier nicht erschossen werden. Ah, ich bin in die fucking Bärenfalle gel... Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Skill, the new fragrance by Mon. Ey, sollte ich jemals ein Deo machen? Dann nenne ich's wirklich Skill. Weil's... Ich mein, es ist ja kein getrademarkt-gestützter Begriff, so. Skill. By Mon. Ach, geil. Ich muss irgendeinen türkischen Laden und muss mir sowas mixen lassen. Früher immer, als Kind, hab ich in der Türkei immer so gepanschte Job-Fake-Sachen gekauft. Also so Fake-Fake-Parfüm, immer so eine halbe Liter-Flasche mit so einem billigen Job-Abklatsch, der komplett anders gerochen hat und auch du hattest viel zu viel davon. Aber man dachte, naja, ist doch besser, ist wie Job, nur viel günstiger. Ah, ärgerlich. Los. Okay. Ich muss besser sein, als das, was ihr gerade gesehen habt. Ich werde jetzt mal eine andere Waffe nehmen, um euch zu zeigen, dass ich hier noch viel mehr kann. Ich hab zum Beispiel auch die große Säge. Jetzt hol ich mir meine Sachen wieder und dann levele ich erstmal auf. Das ist ja Quatsch. Warum sollen wir sowas? Was das Spiel wahnsinnig gut macht, ist es, finde ich, diese Movesets zu kombinieren mit Klingen, die man jeweils individuell anpassen kann und wirklich einfach immer wieder neu rumprobiert. Es sorgt so ein bisschen, so ein bisschen das Borderlands-Prinzip oder so, dass man wirklich immer wieder versucht, nein, quasi die Waffen neu zu kombinieren und irgendwas anderes zu haben. Einfach nur aus Unterhaltungsgründen. Der Eigenantrieb ist quasi hier. So. Zum Glück lootet der auch ganz gut irgendwelche Items weg, der Typ. Ha, Idiot! Nix, ey! Ja, außer sehen das rote Fass angegriffen. Ach ja, für alle, die es nicht kennen, man hat auch diese Puppenschnur. Die habe ich jetzt aufgelevelt ohne Ende. Die lässt sich, äh, vielerlei, äh, in vielerlei Hinsicht nutzen. Ah, ich habe jetzt ein... Ne, andere Moves, ne? Ihr habt es gesehen. Ich auch. Wir haben alle gesehen, was passiert ist. Ich habe es gesehen, zusammen mit euch. Und es ist natürlich passiert. Ey, dieser, dieser Hochschwung, äh, Schlag, der ist wirklich der allerbeste mit diesem... Also ich empfehle euch, dieses Waffen, diese Waffenkombination echt mal auszuprobieren. Irgendwas langes vorne dran geschraubt. Und man hat diesen wunderschönen Schwungsschlag nach oben. Das ist genauso, wie es sein muss, meine Damen und Herren. Okay. Konzentration. Hier kommt die Kugel. Ah, Alter, kriege ich richtig Hunger auf so Rocher oder so. Richtig schöne Rocher-Kugel. Ich mache es wie die Puppenschnur. Ich hacke ihm auf die Fresse nur. Ging nicht. Ja, aber da sieht man jetzt auch so ein bisschen den Unterschied der Waffen, die man... Also wir haben jetzt mit zwei verschiedenen Waffen ja hier angegriffen. Aber hier sieht man jetzt den Unterschied. Hier, das mache ich jetzt mal. Nur um euch zu zeigen, wie geil diese Kugeln sind. Kugeln ist der neue Stein. Alter, das habe ich mir nicht viel abgezogen jetzt. Ja, hier braucht man definitiv Elektroschaden bei denen. Die sind einfach zu stark. Ich muss mehr Kugeln kaufen. Die kosten leider recht viel. 750 oder so. Also, ich kriege von dem jetzt hier... Oh, der hat den Legion-Kaliber. Geil. Okay, der war richtig stark. Aber der hat jetzt... Okay, das hat sich gelohnt. Auch die Kugeln. Nenn es ruhig weiterhin Stein. Machen wir so. So. Inspired Aurora hat gerade in eine Rocher-Kugel gebissen. Fühle mich ertappt. Ja, das ist der Beweis, dass wir eigentlich nur die Simulation deiner Welt sind. Das ist der Beweis. Du bist der Main-Character und wir sind nur da, um mit dem Algorithmus zusammen immer schön random für dich irgendwie zu entertainen. Ich hoffe, das gefällt dir. Ihr anderen, ihr seid auch nur Chat für jemand anderen von euch. Wir sind alle im selben Boot. Ähm... So. Kräne. Komm mal. Es ist eigentlich ungewöhnlich, oder? So ein Kran habe ich jetzt eigentlich von allen Sachen am wenigsten erwartet. Aber andererseits ist ja ein Müll... Ist ja eine Mülldeponie. Klar. Aber es ist so... Aber es ist auch eine riesige Mülldeponie. Jetzt sehe ich jetzt auch erst wirklich wie so eine klassische Autoschrott-Platzhalde. Man erwartet die Ludolfs irgendwo. Hey, ihr warst nur der Offiziersarmel, ne? Drüben auf der Ecke, auf dem Haufen, da liegen alle Offiziersärme. Er sagt, drüben liegen die ganzen Offiziersärme auf dem einen großen Hügel. Ja, 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 da mit den Hundekörpern. Da, wo die Hundekörper sind. Na gut, wenn du so... Oh nein, die ultimative Verderbnis. Sie hat mich. So muss das sein, wenn man für neuen Life arbeitet. Oh, das Gute ist, ähm... Das ist gar nicht so schlimm. Wie ich dachte. Hab ich hier irgendwas? Nee, hab ich hier irgendwas? Komm, irgendwas. Da, da, irgend sowas. Äh, meh, 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 meh. Na toll, das war überhaupt nichts. Warum bringt denn das alles nichts in die Spezialreinigungsampulle? Was soll ich noch reinhauen? Das ist quasi der Goldstandard unter den Medikamenten. Naja, gut. Das ist, wie es ist. Ich kann es ja nicht ändern. Ja, danke an alle, die jetzt gerade hier sind. Danke für den Support. Danke für den Spaß, den ihr habt. Guckt gerne, wenn ihr es nicht gemacht habt, bei Rocket Beans vorbei. Aber wahrscheinlich kommen die meisten von Rocket Beans. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Weil wir machen das ja hier immer. Hede ist aber auch da. Uh. Okay, wie dumm. Jed ist auch da. Nils ist da. Wirt ist da. Mara ist da. Florentin ist natürlich auch da. Hm, okay. Jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Shit. Das war nicht gut. Ich will aber jetzt auch nicht die 20.000 verlieren. Ich mache erst mal wieder meine Sense. Weil die ist hier ganz gut. Also gegen den Endboss war es nicht so gut. Aber hier bei dem jetzt, hätte mir das geholfen. Alter, ich kotze fett ab, ne? Ne, ich muss zurück. Das bringt nichts. Das bringt wirklich. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre so dämlich. Einfach so dämlich wäre das. Wir nehmen die Uhr. Ja, und aufleveln wollen wir auch. Kein Souls-like ohne nerviges Sumpfgebiet mit Gift. Geht es jetzt hier um den? Ich weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Meint ihr ein anderes Spiel, oder? Weil hier ist doch eigentlich schon viel von dem, was du gerade gesagt hast. Sumpfgebiet ist auch da. Oder willst du das perfekte Souls-Spiel? Das wäre dann ohne Sumpfgebiet, ja. So, einmal bitte den Level-Up. Hier kann man übrigens neue Schallplatten sich erobern, erkämpfen, ergaunern, romantisiert mit Leuten reden. Und sie dann da überzeugen, dass sie einem, weil man ihnen vielleicht ein bisschen Gold gibt, einem diese Schallplatte überreichen. Und weil sie einen mögen. Und dann läuft das hier die ganze Zeit. Wollen wir eigentlich mal die Oma uns jetzt oben angucken? Die hat doch jetzt bestimmt, der wurde doch schon geholfen, nehme ich an. Mehr Ausdauer. Immer noch mehr Ausdauer. Weil wir dabei sind, auch direkt mal die Items benutzen. Oh, nee, das nicht. Das nicht. Ganz knapp an einem Level-Up vorbei. Brauche ich ja jetzt alles nicht mehr. Immer noch nicht. Mann. Oh, geil. Brauche ich alles, brauche ich alles noch. Oh, immer diese Verkaufsscheiße. Ich habe einfach immer zu wenig von allem. Es ist super annoying. Alles gute Sachen. Sollte man nicht verkaufen. Hm. Na gut. Es lässt sich nicht ändern. Muss ich später nochmal zurückkommen. Wollen wir einmal aufleveln? Komm, also ich meine umleveln. Wir haben einmal aufgelevelt. Jetzt wird noch einmal umgelevelt. Ich muss mal gucken, welche Waffe ich jetzt benutze. Im Moment ist es die Sense. Wird wahrscheinlich auch nicht ewig bleiben. Aber dann kann man mal gucken, in was man investiert. So. Ne, das dauert zu lange. Ne, das... Da haben wir eigentlich gerade Spaß mit. Das fällt mir so schwer, nicht einfach alles wieder zurückzusetzen. Soll ich das jetzt echt machen? Ja, komm, ich mach's. Ich mach mal, hier hatten wir 30. Ich mach mal alles ein bisschen weniger. Äh, Entschlossenheit mach ich mal auf 30 statt auf 40. Weil ich will nämlich wissen, ab wann, äh, hier die... Ach, man sieht das doch. Man sieht's, genau. Physische an 9, 80, 82, 83, 84. Ab hier wird's... Das quasi aus irgendeinem Grund. 77, 79, okay, 80, 82. Und ab 82 geht's nicht mehr weiter. Nicht mehr, geht's nur noch einzeln weiter. Ich red hier von dem Ding ganz oben. Ähm, das ist schon mal wichtig zu wissen. Vitalität, ab wann geht's da nicht mehr wirklich weiter? Es geht immer nur ein weiter, ne? Da ist nicht genug Ergo, okay. Ne, es geht immer nur ein weiter. Gucken wir mal... Hier ist Softcap. Da, ne? 155. Hä? Wieso flüstert das Ergo? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Ähm, so, wir haben das. Kurz mal gucken. Äh, Entschlossenheit ist gut. Maximale Ladung ist natürlich auch mega wichtig, ne? Kann man gerade mal gucken. 71, 72, 74, 75, 76, 78. Gucken wir nur jetzt auch physisch natürlich. Okay, ich sehe jetzt gerade, wie das so weitergeht. Okay, wir gucken mal unten bei Legion. Das ist ja das eigentlich Wicht. Und Gewicht natürlich. Hier ist gerade... Ich gehe mal so, wenn wir jetzt alles... Wenn wir 27 hätten. Nur mal so. Hätten wir... Äh, auf jeden Fall wären wir leicht. Sogar mehr als leicht, glaube ich. Ne, etwas schwer. Da wird's gehen. Also 23. Ich gebe uns mal 25. So, wie viel haben wir denn noch? Keine Ahnung wie viel. 10? Ne, wie viel... Ah, nur noch die. Okay. Ja, krass. Also müssen wir's... Aber das ist schon... Aber Stärke hilft und mein Ausdauer ist wieder ganz mies. Ne, ne. Wir machen... Ja, so. Ah, ich bin menschlicher geworden, weil ich die Schallplatte gehört hab. Deswegen wurde mir das zugeflüstert. Ich komme also mit dieser Musik, komme ich dann quasi... Jetzt bin ich immer noch etwas schwer. Ich dachte, ich hätte gerade das entsprechend geändert. Naja, egal. Machen wir mit dem nächsten Stufenaufstieg alles wieder wett. Ja, weil ich die Platte gehört hab, ne. Deswegen werde ich menschlich. Ja, aber je mehr man von diesen Platten sammelt, wahrscheinlich für Missionen und so, kriegt man die dann nebenbei noch. Desto menschlicher wird man, desto besser ist wahrscheinlich das Ende. Ich würde eher auf einige Trefferpunkte versus Gewicht verzichten. Ja, ich hab's versucht, jetzt einfach mal einigermaßen auszuglösen. Und ich will noch ein Level ab. Kurz einmal schauen, welche Waffen wir eigentlich gerade haben. Hier, C und B. Ist halt, ne. Ist nicht die beste, wie gesagt, für Entschlossenheit. Technik hab ich jetzt gar nicht hochgelevelt. Hab ich das Technik-Amulett? Ne, gut. Mehr Ergo und Max-LP. Das ist schon alles gut. Und hier haben wir, glaub ich, nichts anderes, was wirklich Sinn ergibt. Doch, hier. Ähm, ne, 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 ja. Lügen und Schallplatten macht dich menschlicher. Ah, okay. Jetzt brauche ich leider wieder keine Kadaver. Ärgerlich. Weil ich jetzt, äh, gegen Maschinen kämpfe. Na gut. Nächstes Mal vielleicht. Alrighty. Baby, das sieht doch ganz gut aus. Ähm, wollen wir vielleicht. Ich will kurz mal gucken, ob ich nicht doch eine Legion-Arm auswechseln will. Einfach nur, ähm. Weil ich hab mit dem gut rumgespielt. Und ich hab aber hier Entschlossenheit B. Also die Ergis wäre vielleicht echt nicht schlecht, ne. Äh, ich muss mal gerade gucken, was die dann. Und dann Full, ne, Full-Minist. Wir nehmen Full-Full-Minist ab jetzt. Ich geh einmal zum Baum nochmal. Ich mag das sehr. Ich finde gerade das cool, dass man so hin und her wechseln kann. Ähm, zwischen den Skills. Ich mach das ja in Nioh auch sehr gerne. Und in Wolong kann man ja auch wunderbar einfach zurückskillen und dann wieder weitermachen. Das ist halt irgendwie notwendig, finde ich. Man will sich nicht verskillen. Das macht einen nur frustriert traurig. Ähm. Das wollen wir zurücksetzen, ne. Okay, es ist natürlich nicht unbedingt das Lügen, sondern es ist wohl, es sind die menschlichen Entscheidungen, die man trifft. Na gut, ist halt die Frage, ne. Also manchmal ist das Lügen ja in dem Fall die richtige, die menschliche Entscheidung manchmal nicht. Also man kümmert sich eher ums Menschliche, als dass man sich ums Lügen kümmert. Als dass man versucht, nie zu lügen oder so, glaube ich. Das ist schon schön. Ja. Könnte ich denn auch noch mehr herstellen? Das ist ja interessant, ne. Die Landmine. Das ist ja interessant. Ah, irgendwie mag ich das. Irgendwie will ich das Ding mal benutzen. Ach nee. Modifizieren, ne? Ach nee, ich wollte ja das Ding. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das Ding könnte jetzt richtig reinzimmern, zumindest in der Mission. Ich werde es dann einfach immer wechseln, wenn es nötig ist. Und ich habe leider immer noch nicht genug... Habe ich nicht im Lager irgendwas zum Verkaufen noch? Nee, gar nichts. Na gut. Es ist schon sehr schön. Ich kann auch nicht mehr so lange diese Runde jetzt spielen, dieses Spiel, weil ich wollte noch ein anderes Spiel spielen, das heute Abend rausgenommen wird, glaube ich, von X beim Game Pass oder so. Ich glaube, es war der Game Pass, wird rausgenommen. Und das will ich unbedingt noch spielen. Pro Doys, kennt ihr vielleicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich will auf jeden Fall kurz nochmal reinspielen. Deswegen werde ich dann gleich nochmal aufhören und das ausprobieren. Ah, ich will mich mit dem jetzt gar nicht befassen eigentlich. Pro Doys, Pro Doys, Pro Doys. Das Spiel mit deiner Mutter immer. Ich muss aufhören damit. Ach ja, ich habe ja voll mit dem jetzt. Ey, ey, ey. Ey, komm. Der ist nur gefährlich, wenn er einen Eimer kriegt, ne? Wenn man am Boden ist. Das ist die einzige. Pro Doys macht echt Spaß. Ja, das habe ich gehört. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ah, wie ärgerlich, ey. Unnötig, dumm und ärgerlich. Aber gut. Das ist ein Schuss, oder? So. Hast du noch was? Ne? Wie ihr seht, wenn man dann rollt, lustiges Detail, kann man auf jeden Fall seine Überhitzung verringern. Irgendwie logisch. Da soll nochmal sagen, Spiele bringen einem nichts bei. Wie ist es? Was ist denn da? durch. Ach, weil ich den gerichtet habe. Den kommt doch nicht mehr. Hat er keinen Stein mehr zum Rollen. Das war eine gute Platzierung. Das gebe ich dir. Auf jeden Fall. Ich mag die Sensor auch. Also die Sensor würde ich jetzt nicht weggeben. Oder würde ich immer versuchen aufzuleveln, so gut wie es geht. Aber ich meine, ich muss sagen, diese Pieke war auch schon toll. Aber die Sensor hat mehr spektakulären Effekt so. Die sieht einfach nice aus und macht auch Bock. Und dieser eine Move, ne, ist natürlich der Killer. Wortwörtlich. Aber ich bin auch gespannt, wenn diese Pieke auch noch gut wird, dann werde ich mich irgendwann entscheiden müssen, was man da nimmt. Die gibt es ja nicht endlos. Und ich habe sie ja schon wirklich, man kann nicht alle Bosswaffen hochleveln. Ist ja klar. Oh, das war so geplant. Wie dumm. Voll reingefallen. Ah, und du, du bist der alte Schaufel-Bott, ne? Du musst dir den ganzen Tag schaufeln. Ich will weg. Ich will weg aus dieser heißen Achterbahnfahrt. Und ich muss vor allen Dingen schärfen. Interessant, dass meine... Ah, ich habe das richtig... Ich habe es ja geschärft. Okay, ich dachte, ich habe es normal geschärft, aber ich habe es... Ich habe es Feuer geschärft. Nein, hör drauf. Roll! Roll, als wärst du der Ball. Ich mache alles falsch gerade. Ich kann nämlich auch so. Ah, das ist schon ganz schön übel, ne? Da, wo man Puppen verbrennt, verbrennt man irgendwann auch Menschen. 14.000. Okay, ich kann wieder auflevinen. Bin gespannt, was jemand zu der After-Credit-Szene sagen wird. Das hätte sie besser nicht gesagt. Jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach. Wahrscheinlich ist Geppetto auch eine Puppe. So, das ist das Unwahrscheinlichste. Auch Geppetto ist eine Puppe. Er hat dann hinten so ein Aufzieh-Penöpel und bittet dann Pinocchio drum, ob er ihn kurz mal aufziehen kann. Ha! Mann, da kommt noch so einer von der Seite. Gerade wenn du nicht mit rächenst. Das war der Typ, der eben runtergefallen ist. Soll ich den ganzen Weg da nochmal hin? Aber diesmal werde ich alles hacken auf dem Weg. Alles hacken. Nur mit dem guten Full-Minist. Ich brauche auf jeden Fall bessere Wirkung für diese Auffrischer. die Legion-Tanks. Was für ein Idiot, ey. Er macht es auch immer wieder, ne? Ah, ich verstehe. Ich habe bisher immer das Fass erwischt. Und diesmal halt ganz gut. Und das letzte Mal nicht. Deswegen war der plötzlich so in Ordnung. Die Oh, Mann. Oh, Mann. Und этим wird es mit mir rüber. Ich bin schank, Mann. Oh, 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 Mann. Boah, ist richtig geil, so einen Haufen Ergo auf der Bank zu haben. Ey. Dieselbe Bärenfalle trifft denselben Typen zum zweiten Mal. Ein Schlag zu viel und ich wäre runtergefallen. Ich bin noch gesprungen. Was ich vergessen habe, stimmt, deswegen werden die Seelen auch weniger. Wenn man auf der Suche, auf dem Weg zu seinen Seelen ist und dann wird man getroffen, verliert man etwas von diesen Seelen. Das ist mega gemein und hinterhältig, aber es ist auch eine coole neue Änderung gegen dem, was man so kennt, finde ich. Und man muss, komm, ich versuche den mal hier zu killen, man muss halt auch Schaden austeilen, um das wiederzubekommen. Naja, das war ein Fehler, das war ein Riesenfehler, war sehr dumm von mir. Jetzt verliere ich nämlich Energie und damit auch Seelen, oder? Ja, ich glaube, es ist so. Nee, okay, das zählt nicht als Schaden. Das finde ich gut. Das ist nur fair. Ja, komm, komm zu mir, komm zu mir! Ha, 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 voller Idiot! Oh, nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, achtaussehende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kannst du keinem zumuten, Alter. Okay, komm, das müssen wir einmal noch mal gut machen jetzt. Ach komm, ach komm, ich bin doch gerade... Halt doch die Fresse, du... Du, Piercebände, du bist so ein richtiger... Weißt du, bist so ein Ofenkopf, bist du so ein richtiger Rostschädel. Du bist so wirklich so ein Hitz... Hitzidiot. Hochrotkopfiger, Sandalen-in-Socken-Tragender-Deutschland-Urlauber. Das bist du. Das gibt's eigentlich. 15.000 auf 3. Jetzt ist auch alles egal, ne? Ach, jetzt renne ich mal durch und gucke nochmal, was geht. Das war so ein schönes Level-Up für mich. So ein schönes Level-Up, Mann. Ich hab's wieder einfach sausen lassen. Durch zu viele Flausen. Aber ich glaube, Sandalen-in-Socken... Äh, ja genau, doch, ne, ich meinte das so. Die schlimmere Version. Ach, ich will nicht mehr. Also, ähm... Ich kann mir vorstellen, dass ich hier noch viel Zeit verbringen muss. In diesem Sumpf. Ich bin... Ich werd's nicht abonnieren. Aber hier kann man, glaube ich, ganz gut farmen. Ach, das ist jetzt aber nicht mehr ganz so geil, oder? Das war schon ein bisschen... Schon ein bisschen lächerlich jetzt, ne? Wenn du überlegst, dass ich da eigentlich schon drauf... War schon ein bisschen lächerlich. Kann man sich schon ein bisschen mal auch aufregen drüber. Aber das ist echt ein gutes Gebiet. Das läufst du drei, vier Mal ab und dann hast du ein Level ab, glaube ich. Das sind... Bin ja bestimmt jetzt schon Level 80 oder so mittlerweile. Ja, wir brauchen natürlich die Zeit auch für Lord of the Fallen. Wann kommt das denn im Oktober? Ich weiß gar nicht wann. Ich werd auf jeden Fall viel und ausschließlich Horrorspiele machen. Aber so ein Lords of the Fallen könnte ich dazwischen mir schon vorstellen. Es ist einfach immer noch nicht die stärkste Waffe. Es gibt einfach noch bessere Waffen. Ich komm nicht dran vorbei. Ich muss auch das Feuer am Schleifstern ändern. Achso, die Sachen sind jetzt eh weg. So, jetzt geht's einfach. Aber ich hätt gern eigentlich die Sense weiter behalten. Die hat mir gefallen. Und? Wobei, die Sense hat ein ähnliches Schicksal. Hier kannst du halt nur schwer manövrieren mit der Waffe. Die ist schon sehr groß. Kann gut sein, dass dann der wichtige Schlag einfach nicht trifft. Ich weiß natürlich, dass nach dem Pling eigentlich der Konterschlag kommt. Immer. Deswegen ist schon meine Schuld. Aber es liegt daran, dass man es immer perfekt machen will. Du willst halt perfekt countern. Du willst nicht einfach nur normal countern. Man muss ja nochmal schlagen, um Energie wieder zu holen. Du willst irgendwie das einfach perfekt machen. Und dabei macht man es dann falsch. Das hat schon Resident Evil 4 Anleihen gerade. Wie die Mine, ne? Bisschen. Ah. Da kann man auf jeden Fall nochmal hin. Oh, okay. Dann muss ich wohl doch mit dem kämpfen. Der sieht aus, als wäre der gar nicht so ohne, ne? Ich weiß nicht, ob der schlecht war oder... Oh, der hat einen Dunkelmond, äh, Mondstein des Bundes. Brauche ich zwar gar nicht mehr jetzt. Aber für die nächsten, äh, Bosswaffen wird das wichtig. Stell fortlaufend LP wieder her. Mmh, I like. Gucken wir an. Ja, das ist doch super. Das ist doch fantastisch. Wenn ich das nur noch stärker hätte, wäre vieles besser. Weil, äh, ja, oft ist natürlich Energie das Hauptproblem. Ist keine Abkürzung, ne? Hier gibt es sonst nichts. Okay, weiter geht's. Ach, das war einfach nur eine Abkürzung dazu. Jetzt muss ich aber schon fragen. Zum einen lebt der da hinten noch, der Hochofen. Weil dann mache ich den jetzt alle. Das war einfach nur eine Abkürzung. Oh, Dunkelmond, Mondstein des Bundes. Noch ein? Warum? Das ist ja krass. Das ist voll die... Eben noch... Also vor einer Minute war das quasi noch voll die rare Ware. Und plötzlich habe ich das Gefühl, das wird jedem hinterhergeschmissen, wenn er nicht aufpasst. So wie die hier. Wir gehen nochmal weiter und suchen den anderen Umweg. Da ist sicher... Da geht's noch weiter. Das war nur eine Abkürzung. Warum hätte ich eigentlich die Abkürzung nehmen sollen, ne? Egal. Wir wollen ja alle finishen. Hier soll jeder kriegt seine Quittung. Du vor allen Dingen. Hinterrücks erschießen. Gegen jemanden, der unbewaffnet ist. Ich dachte, da waren welche. Oh, dann haben wir die schon erwischt. Ja, ja. Euch kriege ich auch noch. Ah, und munter steigt die LP nach oben. Ja, das müsste ich wahrscheinlich viel häufiger machen. Aber nur diesen Schwinger und dann weiterlaufen. Aber wo ist der Spaß? Beim Versuch, dran vorbeizugehen, wäre ich jetzt original beinahe in eine andere reingelaufen. Kann ich dich nicht nach hinten in die Falle? Na, komm. Du musst ein bisschen näher ran. Du bist... Du stehst nicht... Bist du sicher, dass du triffst? Ziel doch mal genauer. Können sie die... Aha, Entfernung zum Ziel verringern. Ja, sei denn dein Ziel war der Tod. Sie haben ihr Ziel erreicht. Springi! Scheiße. Ist nicht schlimm, weil... Hier kamen wir her und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir einfach die Abkürzung weiter. Was soll's denn? Äh, nee. Nee, das war die Abkürzung. Okay. Wo geht's denn hier weiter? Wahrscheinlich einfach hier oben, ne? Da hoch oder da runter? Nee, da kann man natürlich her. Das wollte ich. Und einmal beide gleichzeitig. Oh, die bringen gar nicht so viel. Das kann man sich auch sparen dann. Dann muss es ja eigentlich da oben weiter gehen. Was sagt ihr im Moment? Kurz mal gucken. Jetzt hol doch endlich mal den neuen Boss. Vor der Abkürzung, wenn du runterläufst, vor dem Holz links. Vor der Abkürzung beim Holz links. Ich glaub, da bin ich ja jetzt. Aber er hier ist halt trotzdem, ähm... Er ist noch da. Das heißt, so wichtig ist er gar nicht. Er hatte nie eine Chance. So, wie viel gibt er? Tausend! Kollege, wir sehen uns auf jeden Fall noch ungefähr eine Million Mal. im Laufe dieses Spiels. Das kann ich dir garantieren. So leicht, wie du gerade weg warst. Und dann tausend. Ha! Das ist ja geil, Alter. Und er kommt auch noch wieder. Ey, du wirst mir so leid tun. Du tust mir jetzt schon ein bisschen leid. Ich wette, du wirst international von allen. Am meisten wirst du zerstört hier. Von allen Figuren in diesem Spiel. Okay, das ist der Weg nicht. Dann muss es unten sein. Okay. Wahrscheinlich hier weiter, ne? Komm, hier, von Esel zu Wolf. Es ist ja nicht so, dass wir in diesem Ort treffen müssen. Das ist ja nicht so, dass wir in diesem Ort treffen können. Weapons, worthy of a hero. Now catch your interest. If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Hm. Ich trau hier gar nichts mehr. Ich trau keine einzigen Brücke mehr. Ja, was soll ich machen, ne? Der lebensmüde Hund. Endlich auch mal wieder ein paar Sternenfragmente, mit denen man die Gespenster beschwört. Und nicht, dass ich das noch groß benutzen würde. Aber, ja, es ist auf jeden Fall, finde ich schon echt ein schönes Ding, in den Bosskämpfen sowas machen zu dürfen. Mir gefällt's. Ich mochte ja auch die Supporter bei Elden Ring. Die Quest mit dem Handschuh, ja, die ist hier irgendwo, ne? Ich weiß aber auch nicht wo. Werde es schon noch finden. Der hätte mich eigentlich kommen sehen müssen. Ich weiß natürlich nicht, ob die mich erwischen. Ich versuche einfach nur, schnell zu sein. Okay, da rechts war noch was. Merken wir uns die Ecke. Aber ist mir zu gefährlich. Vielleicht später, wenn wir einmal waren. Ah, scheiße. Bei denen geht das nicht. Der ist hart. Das war Glück, dass das so gut jetzt zusammenpasst, alles. Habt ihr gesehen? Der ist heftig. Der kann richtig nerven. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Menge Varianten gibt. Jetzt nehme ich diesen Notfallschutz. Ah, nee. Das bringt mir nichts, ne? Schade. Aber das Ding kann ich mal... Nee, auch nicht. So viele Sachen, die nichts bringen. Handschuh bei Alidoro, dem Waffenhändler. Das ist derselbe Typ? Nee. Bei dem Hundtyp, ne? Das ist derselbe Typ. Da krieg ich wirklich langsam nie Automata-Vibes. Das ist sicher, ob das möglich ist? Wenn du mir sagst, dann werde ich zurückgekommen. Ich will lernen, wie zu fühlen. Hallo, mein OnlyFerbereth. Was hast du mir gesagt? Tell me. Clapping is a mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. Hello, my only friend. I see now how scary losing someone can be. I may not be able to cry, but I hope I can comfort others now. Thank you. Ah, das war jetzt schon auch traurig. Also ich finde wirklich, das gewinnt mit jedem neuen Kapitel durchaus so an Tiefe und Bedeutung und auch an, ja, an traurigen Momenten und reflektierenden Momenten, wo man sich eigentlich so ein bisschen hinterfragt, was eigentlich, was, was hier das Richtige wäre, sozusagen. So ein bisschen wie bei der Heilung von der Antonia, der Oligarchen, sag ich mal, im Rollstuhl. Man heilt sie, aber verringert ihr Leben, riskiert ihren Tod. Ja, so ist das halt. Und die hier wollen vielleicht auch einfach nur raus aus der Müllhalde. Das wiederum kann ich verstehen, aber dann lasst mich doch in Frieden. Vielleicht wollen wir alle, vielleicht haben wir irgendwas in uns, so eine Art göttlichen Funken, den uns Pinocchio, äh Pinocchio, äh Geppetto eingebaut hat. Und alle wollen nur diesen, äh, diesen Funken haben irgendwie. Die wollen so sein wie wir, ne, vielleicht das. Ich bin doch extra weg. Wo ist denn das Katapult? Da oben, ne? Ja, der Klassiker. Sieht ein bisschen aus wie diese große Rakete, ähm, von Mario. Ich weiß grad nicht mehr genau. Bullet Bill oder Besucher Bill. Ah. Ah, ich dachte, es ist ja bestehen irgendwie. Ah, ich dachte, ich kann jetzt. Ah, das war auch gut. Okay. Woo. so wir machen jetzt nicht mehr ewig weiter ich will ja wie gesagt noch produce spielen bevor es abgehakt wird aber ich mache jetzt gleich noch mal kurz eine werbung dann gehe ich pinkeln und danach spielen wir wie gesagt noch schnell produce auf dem xbox game pass bevor es abgestellt wird das grüne monster ist schlauer als man denkt es sammelt gerne puppenkörper doch klinge der axt mh oh nein könnte man eventuell hier noch irgendwo drauf hüpfen um da neue location freizumachen na gut dann werde ich jetzt hier an dieser stelle endlich aufhören drei stunden gehen schneller vorbei als man denkt gleich gibt es kurz erstmal werbung ich werde aber jetzt noch zurückgehen ein level abmachen und was machten wir was wollen wir machen wollten wir jetzt auf stärke oder wollten wir auf tragen wollten wir eigentlich ne wir wollten eigentlich nicht mehr leicht schwer sein etwas schwer genau hoffentlich haut das hin immer noch etwas schwer verdammt man kann sich ändern dann beim nächsten mal vielleicht können wir sogar noch ein bisschen was draus holen hier mit den sachen 2000 3000 3300 ne das bringt nichts 3300 da macht die nicht mal den mantel auf da hat die gar keinen bock auf mich das brauche ich gar nicht versuchen stattdessen würde ich lieber bei dir den rest in das stecken so wie immer so mal wie wir es immer machen ne botbärt und jetzt einmal kurz gucken wir haben ja viele sachen ne aber das hilft uns wahrscheinlich alles nicht das können wir halt erhöhen das machen wir vielleicht auch noch das ist ja so ein bisschen unsere signature waffe ne also der hier 268 13 273 15 ist auf jeden fall besser ketten hacken und das ding hat geduldiger einschlag ne ne es ist schon lieber die oh ok kurz was verkaufen das machen wir noch ein machen wir ein häuschen reicht wahrscheinlich obwohl Plus 8 es fühlt sich einfach geiler Und hier haben wir leider nix, nix, nix. Wir haben leider keine Rose für sie. Okay, hier hören wir auf. Jetzt mache ich kurz die Werbung an, viel Spaß und dann sehen wir uns gleich wieder mehr mit noch mehr und quasi dem ersten Titel des Schocktobers, den wir jetzt schon mal vorher ein bisschen spielen, weil er bald weg ist. Prodäus, bis gleich! Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Man ist ja stuhlglatt. Jawohl, dieser Stuhl liegt zum Zitzen da!